Guten Tag, was macht ihr denn hier schon im Chat? Das finde ich gerade äußerst ungewöhnlich und irgendwie toll. Aber das hilft nichts. Ihr müsst jetzt trotzdem erstmal noch ganz kurz durch die Musik durch. Da muss ich euch noch ganz kurz durchschicken. Und wir sehen uns gleich auf der anderen Seite. So, los geht's. Mal gucken, was heute läuft. Oh, nice. Auf das Lied warte ich, seit ich diesen Intro-Screen gebaut habe. Viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal. 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 Oh mein Gott, ich komme doch mit so viel Aufmerksamkeit nicht zurecht. Oh mein Gott. Wieso ungewöhnlich, weil der Chat oftmals tatsächlich relativ leer ist, die ersten Minuten. Also auch schon in dieser Szene hier. Deswegen, ich bin einfach, ich bin überwältigt. Überwältigt ist das Wort, dass ihr nicht überwältigt. Überwältigt ist das Wort, das Wort. Ist auf jeden Fall sehr nice. Schön, dass ihr alle da seid. Hallöchen Eol, Hallöchen Joggable, Hallöchen Böse, Alte und Easy. Und hi, ich winke euch jetzt einfach einmal statt viermal, ne? Ein bisschen Energie sparen. Es ist zwar kühler, aber es ist immer noch relativ warm. Weil im Discord 18 Uhr stand. Uh, ja, das ist richtig, das ist richtig. Sorry übrigens für die Umplanung. Aber ich habe dann irgendwann... Wann habe ich umgeplant? Ich glaube am Dienst, äh, am Mittwoch? Oder war das doch erst gestern? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Doch, das war gestern. Ja, ich habe dann gestern irgendwann halt festgestellt, so, oh shit. Das wird richtig warm hier in der Wohnung. Vielleicht muss ich doch, äh, ja. Und es war auch irgendwie ganz gut so. Heute ist deutlich, deutlich, deutlich angenehmer. Heute killt mich auch mein Kaffee nicht, was Wärme angeht, ne? Also in dem Sinne mal cheers. Cheers. Wenn ich gestern einfach den Stream ausfallen lasse. Das... Ich habe ihn verschoben. Also ausfallen ist jetzt relativ. Aber, ja. Ich muss auch gucken, ja. Das mit den Panels ist tatsächlich so eine Sache. Weil wir jetzt doch auch öfter mal wieder am Wochenende da sind. Und, äh, Dingens, vielleicht muss ich mal die Panels aktualisieren und da reinschreiben, ne? So zwei-, dreimal die Woche oder sowas um den Dreh, ums Wochenende herum. Das, äh, wahrscheinlich muss ich da die Formulierung doch mal etwas optimieren. Hallo, Hund. Du hast schon wieder meinen Lüfter abgeschleckt. Ach, Mann. Ihr seid zu spät. Ja, das, äh, ja. Nein, ich bin zu spät. So rum. Ausfallen lassen wegen zu viel Wärme, aber dann Beat Saber spielen. Genau dein Humor. Ja, meiner auch, Joggle. Das war gestern nicht die geilste Idee, die ich hatte. Ähm. Es hatte irgendwann nur noch 26 Grad in der Wohnung und draußen war es ein halbes Grad Kühler. Und dann dachte ich mir so geil, Fenster auf, Lüfter an. Und nach mehreren Wochen sollten doch vielleicht mal die ganzen Mods wieder funktionieren in Beat Saber nach dem letzten Update. Weil jedes Update alles zerstört. Es ist so zum Kotzen. Ja, das habe ich dann, glaube ich, eine Dreiviertelstunde lang durchgezogen. Und dann war ich halt einfach ein Fluss. Ähm, wie heißt dieser komische Superheld, der irgendwie so zerfließt, in so eine Flüssigkeit gefühlt. Der, glaube ich, war aus dem DC-Universum. War das der Silversurfer? Ich bin nicht sicher. So in der Richtung bin ich mir vorgekommen. War dämlich. Zumal ich auch nichts getroffen habe, weil ich einfach grundlegend fertig war. Ziemlich, hör mal auf. Ähm, ja. Ja, das war nicht so schlau. Das, äh, gebe ich zu. Es hat Spaß gemacht, aber es war nicht erfolgreich. Außer, dass ich danach in der Dusche stand und eigentlich nicht duschen hätte müssen. Rein von dem, was aus mir selbst rausgekommen ist. Ach. Ja. Wilde Sache. Wilde Sache. Das hätte ich nicht tun sollen. Oh, Mann. Hallöchen, Amy. Hi, Hallöchen, Hallöchen. Und, äh, Happy Birthday nachträglich. Das habe ich jetzt nicht gesagt, ne? Das ist jetzt nur zwischen uns beiden. Falls das jemand anderes noch mitbekommt, dann war das über Discord. So. Hey, Snow Wolf. Hallöchen. Hi. Hey. Einen wunderschön. Einen wunderschön. Oh, mein Gott. Hm, hm. Hi, 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 hi. So. Was habt ihr denn eigentlich Schönes gemacht jetzt? Die Woche. Wie habt ihr die Wärme überstanden? Oder ist bei euch immer noch warm? Das, äh, ist tatsächlich auch noch so eine Frage, die existiert, ne? Weil, oh mein Gott. Ich bin so froh, wenn langsam, wenn es wieder kühler wird. Es ist ganz, ganz schlimm irgendwie. Ich bin kein Sommermensch. Es ist ja angenehm in 20 Grad. Oh, okay. Ja, das ist angenehm. Hier war es tagsüber. Oder was heißt tagsüber? Es ist ja noch tagsüber. Ähm, es war kühl, bis die Wolken sich verzogen haben. Ab dann musste ich wieder Rollläden runterlassen und, äh, Dings, damit die Wohnung hier nicht aufheizt. Und es hat jetzt 24 Grad hier drin. Das ist in Ordnung. Immer noch ein bisschen zu warm für meinen Geschmack. Aber das ist, damit kann ich leben. Ähm. Damit kann ich absolut leben. Erhol von den Videos, die ich wegen dir gesehen habe. Oh mein Gott. Ich habe nur das eine Video geguckt. Und, oh, das ist, ich weiß nicht, was ich gesehen habe. Ich werde es nie wieder vergessen können. In dem Sinne war es ja positiv, weil ich habe offensichtlich was gelernt über die optimale Kackposition. Aber ich werde nie wieder dieses Video vergessen. Eischkrim ist jetzt was anderes für mich. Nein. Nein. Das hat es mir nicht, äh, nicht, nicht vermisst. Nein. Aber du hast ja die Woche, äh, was die Woche über die Seele aus dem Leib gehustet. Äh. Dann gute Besserung. Ähm. Ich hoffe nicht, dass es nichts allzu schlimm ist. Und dass es bald vorbei geht. Und, äh, Speckfüllung in dem Kuchen. Äh, Zwiebelkuchen. Also Zwiebelkuchen lässt sich hervorragend mit, äh, mit Bacon verbinden. Ist auch super einfach gemacht. Ich habe da mal irgendwann ein Rezept gefunden, das mit... Muss man nicht mal groß mit Teig hantieren. Man nimmt einfach diese tiefgefrorenen, äh, Blätterteigplättchen, packt die in so eine Form, kippt da seinen Zwiebelkuchengedöns rein. Ähm. Ähm, packt oben, glaube ich, ein bisschen Käse drauf. Und stellt das Ganze dann in den Ofen und wartet. Und, äh, ist mega geil. Ist mega geil. Ähm. 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 Da habe ich die letzten Tage 35 bis 38 Grad. Ja, hier, glaube ich, ein bisschen kühler. Ne, ein kleines bisschen bringt die Nähe zum Meer dann halt doch. Aber, pff. Heute ab Mittag gleich ein Regen, der angenehm abkühlt. Ja, gestern Abend war hier Weltuntergang. Kurzzeitig. Holy Shit. Ähm. Richtig krasses Gewitter. Ähm. Und instant 10 Grad kälter. Das... Das war wild. Ähm. Ähm. Deine Woche war sehr sportintensiv. Ansonsten viel Xenoblade Chronicles 3 gespielt. Das stimmt. Das kam raus, ne? War das diese Woche? War das letzte Woche? Weiß ich gar nicht. Aber vor kurzem auf jeden Fall. Heute war Rest Day. Nur etwas Haushalt gemacht und gedaddelt. Oh, nice. Nice. Dann war es ja richtig produktiv quasi. Holy Shit. Richtig gut. Ähm. Wir sind wieder beim Thema Scheiße. Ja, das ist, äh... Richtig. Ich weiß nicht, warum. Äh. Du hast schon seit drei Wochen diese Erkältung. Uh. Dann hoffe ich wirklich, dass die bald vorbei ist. Holy Shit. Die zieht sich ja ganz schön. Damn. Bei dir ist immer noch kühl. Du tippst auf, äh, keine 20 Kilometer von mir entfernt. Ja. Möglich. Ja, stimmt. Stimmt. Du warst nicht weit weg von Bremen, ne? Ja. Ähm. Ja. Meine Wohnung heizt sehr schnell auf. Plus Betonbau. Der ist sich im Sommer halt allgemein aufwärmend. Hilft halt alles nix. Ich kann tun und lassen, was ich will. Im Sommer wird's nicht wirklich kühl. Und alles lässt sich mit Bacon verbinden. Darum ist es auch Bacon. Das ist... Das ist richtig, ja. Das ist richtig. Am 29. Juli, heute von der Woche. Ja, okay. Okay. Ein Katzenwurf von der Bremen-Grenze. Es kann doch dann eigentlich nur... ...in Richtung Stur sein oder Lilienthal. Na gut, oder Osterholz. Sowas in der Richtung gibt's ja auch noch. Das hab ich vergessen. Und wie ist es, Joggle? Also, Xenoblade Chronicles 3. Ich hab vor kurzem den zweiten Teil gesehen. Und, ähm... Joa. Ich mag die Dialekte irgendwie. Ähm. Aber ich weiß nicht, ob das Spiel selbst was für mich ist. Das sieht sehr verwirrend aus, vor allem in den Kämpfen. Du saßt gestern fast 10 Stunden bei 29 Grad im Büro. Dann warst 20 Minuten schön kühl im Auto. Dann warst du bei 29 Grad zu Hause. Geregnet hat es erst gegen morgen. Uff. Das ist halt super anstrengend für den Körper, ne? Achim. Ja, okay. Ja, okay. Stimmt. Achim gibt's auch noch. Jetzt, wo du Grenze gesagt hast, dachte ich mir so... Hm, okay. So direkt Grenze, aber... Ja... Warte mal. Lass mich mal kurz gucken, wo ist Achim? Ach, da. Ja, gut. Das ist nicht ganz an der Grenze. Aber ja, stimmt. Das ist quasi der nächste Ort. Da bin ich schon oft durchgefahren. Fällt mir gerade auf. Da bin ich tatsächlich schon oft durchgefahren. Ähm. Warum bin ich da öfter durchgefahren? In der Richtung war mal irgendwann der Tierarzt von Sammy. Der war ein Stück außerhalb von Bremen. Damals, dass ich noch ein Auto hatte. Du fällst aus Achim raus und landest im Mahndorf. Ja, das geht so ein bisschen in sich über, ne? Das ist... Ja, stimmt schon. Stimmt schon. Die Autobahn ist eigentlich so mehr oder weniger die Grenze, ja. Kann man so sagen. Ach, schön. Tolles JRPG. Sehr grindlastig, wenn man mag. Und ja, die britischen Dialekte sind super. In Sachen Gameplay ist gefühlt wie ein Singleplayer-MMO. Ja, das ist das, was ich auch schon ganz oft gehört habe. Ich fand's im zweiten Teil nur irgendwie... Ich weiß nicht, warum. Diese englischen Dialekte sind teilweise halt auch sehr unterhaltsam. Ähm... Und im zweiten Teil, glaube ich, war das... Wenn du irgendein Item irgendwo aufgehoben hast. Aus irgendwelchen Gründen. Dann kam immer der Spruch, come out, come out. Ich weiß nicht, warum, aber ich muss da jedes Mal lachen. Es ist... Es ist... Weiß ich nicht. Allgemein, alles... Sämtliche Dialekte, die irgendwie von dieser Insel kommen. Ähm... Dann muss ich lachen. Warum auch immer. Ich weiß es auch nicht. Es ist ganz wild. Ah, schön. So... Hervorragend. Aber dann... Ja, passt. Ich habe noch gar nicht den Tweet abgeschickt, dass wir live sind. Oh mein Gott. Ihr habt mich vorhin so irritiert, dass ich das vergessen habe. Das ist ja ganz wild. Hallöchen, äh... Fuchsfang. Ich vermute mal, die Null ist stumm. Hi, hi. Hallöchen, Hallöchen. Der Fuchs aus der Nachbarschaft. Da kannst du dich mit Easy zusammentun. Jetzt haben wir zwei Füchse im Chat. Ich nehme an, ihr interagiert dann wie Hunde und müsst euch erstmal anschnüffeln, bevor ihr euch dann anfaucht oder sowas in der Richtung. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie Füchse reagieren. So in der Richtung würden Hunde reagieren. Höhöchen. 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 Äh, Moment. Okay. Äh, dann noch kurz der Link dazu. So. So. Hervorragend. Gut. Dann ist das jetzt auch erledigt. Dann ist jetzt auch Twitter darüber informiert, dass wir, ähm, ja, dass wir live sind. Normalerweise bereite ich das vor, aber ich bin ganz offen und ehrlich mit euch. Ich bin vorhin auf der Couch kurz eingepennt. Das waren nur irgendwie 20 Minuten oder 15. Ich hab keine Ahnung. Vielleicht waren es auch nur 5. Aber der Wecker hat mich dann erstmal wieder rausgerissen. Den konnte ich noch stellen. Und seitdem bin ich ein bisschen groggy und groggy und hab quasi nichts, äh, nichts, ja. Nichts getan, irgendwie, außer den Stream anzumachen und den Titel einzustellen. Sowas in der Richtung. So. Ähm. Ich weiß wie schon auf nächste Woche. Dann kommt Clio Pirates Tale für die Switch. Stimmt. Ja. Ja. Ah, richtig, richtig, richtig. Da, da, da war ja was. Genau. Das kommt ja nächste Woche. Also nochmal. Also, für die Switch. Korrekt. Ha. Ich wieder voll vergessen. Hm. Da bin ich jetzt gestern, glaube ich, auch nochmal ganz kurz auf Steam drüber gestoßen. Wir haben halt echt wenig Achievements in Clio. Wir haben nicht mal die Hälfte der Achievements, wenn mich nicht alles täuscht. Wo ist denn das Spiel? Ist das schon wieder so weit nach hinten gerutscht? Oh Gott. Wie viele Spiele spielen wir? Ja, wir haben nur 9 von 24 Achievements. Wir haben eigentlich nichts gesehen. Ähm. Also Leute, Clio Pirates Tale. Nächste Woche auf Switch. Ich weiß nicht wann genau, aber da kann man durchaus zugreifen, wenn man eine Switch hat. Ähm. Großartiges Spiel. Ganz, ganz großartig. Ähm. So. Was als Fennig aus der Nachbarschaft kannst du bestätigen. Du bist da ganz handsam. Du brauchst beim heutigen Wetter nur Eis. Sehr gut. Äh. Was? Und solange deine Wurfmesser noch in Gewahrsam sind, ist alles gut. Uh. Sehr schön. Ja. Okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Deine Pfoten sind also multifunktionell. Ähm. Ja. Wunderbar. Oh mein Gott. Böse Alte. Böse Alte sofort bei der Live-Visitation. Ähm. Ich verstehe. Ich verstehe. Sehr gut. Okay. Cool. Ähm. Kann man machen. Ähm. was Cleopat 2 kommt. Nicht, dass ich wüsste. Nein. Das? Nein. Ach so, du meinst vom Stream her. Nee, 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 nee. Wir haben ja eigentlich nicht den Anspruch hier die Spiele durch, also durch, durch zu spielen. Also auf 100 Prozent. Das, äh, das muss ja gar nicht sein. Ähm, bei Hellpye haben wir es probiert, aber leider ist das, äh, sind da die Trophies etwas Buggy momentan, was das etwas schwierig macht, aber mal gucken, das kann ich mal tun. Irgendwann demnächst. So, für mich, ne, ihr habt das Spiel gesehen, wenn ihr noch mehr sehen wollt, kauft es euch. Das ist eigentlich das Ziel. Ähm, ähm, ich gebe zu, dass ich ein bisschen versuche, die, die Indie-Games hier anzupreisen und dass ihr die vielleicht dann auch kauft, ne? Und das ist auch der Grund, warum wir normalerweise, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, ähm, nicht auf 100 Prozent spielen. Damit ihr selbst auch noch Sachen habt, die es dann eben im Spiel zu entdecken gibt. Damit ihr mir irgendwann bestenfalls erzählen könnt, du, übrigens, du hast das damals da und da übersehen. Wusstest du das? Und ich dann so, nee, wusste ich nicht. Aber cool, dass du es gefunden hast. Das ist irgendwie Teil des Konzepts, ja. Das ist so ein bisschen der inoffizielle Teil davon. Wieso wir? Ja, jetzt weißt du, warum ihr. So. Weil du so weit bist, weißt du wahrscheinlich gar nicht mehr, dass, äh, dass ich das überhaupt gespielt hab. Äh, Eol, das ging mir oder geht mir tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Ähm, das ist echt schlimm. Wir haben dieses Jahr schon wirklich viele Spiele gespielt. Also teilweise auch Demos, aber jetzt lasst mich mal kurz gucken. Wir hatten A Short Hike. Wir hatten St. Hazel's Hospital. Wir hatten Cloud Escape. Das kommt übrigens im September wahrscheinlich wieder, weil da, äh, die zweite Map veröffentlicht wird. Wir hatten Typo Man. Wir hatten die Demos von Farewell North, Hellpye, Tinykin und Abriss. Ähm, dann hatten wir Trash TV, das wir durchgespielt haben. Dann Tunic, dann Itora. Dann Have a Nice Death angespielt. Dann Death Store durchgespielt. Clio durchgespielt. Last Campfire durchgespielt. Loot River angespielt. Lost Ruins durchgespielt. Xel hängt noch. Der Bug ist leider immer noch da, aber da gibt's, glaube ich, ein Workaround. Das Problem ist, um diesen Workaround zu nutzen, habe ich jetzt, glaube ich, schon wieder einen anderen Bug gefunden. Äh, Helly's Dream durchgespielt. Hellpye durchgespielt. Heiko der Robot wird heute fallen. Also, die Credits werden fallen. So quasi. Dann morgen gibt's The Mortuary Assistant, was übrigens diese Woche rauskam. Und, äh, der Entwickler ist ganz fleißig am patchen für das, was er noch alles übersehen hat. Das, äh, passt also. Wir haben nicht die Day One Edition, die möglicherweise kaputt ist. Und nächste Woche plane ich, Calt of the Lamp zu spielen. Und dann eigentlich danach noch Lost in Play. Und das sind echt viele Sachen. Das ist wirklich, wirklich viel. Das ist genau das, was ich wollte. Ähm, einfach diese, diese große Abwechslung. Aber das ist echt eine Menge. Mortuary Assistant wird super funny morgen. Ich hab die Demo gespielt, ne? Ist jetzt auch schon ein bisschen her. War, glaub ich, im Mai oder sowas um den Dreh. Ähm, irgendwann ums, ums Steam Next Fest war das. Und ich kannte die Demo schon. Ich habe die schon wo gesehen. Komplett. Und holy shit hab ich mich verjagt. Hahaha. Ich, der eigentlich nicht auf Horrorspiele reagiert. Oh mein Gott. das wird uff. Vor allem hab ich festgestellt, das Spiel ist an sich gar nicht mal so lang. Aber jeder Durchlauf ist anders, weil du mit anderen Leichen zu tun hast, mit anderen Events, die stattfinden und so weiter und so fort. Das heißt, du kannst das Ding mehrfach durchspielen und hast jedes Mal was anderes. Und, ähm, allein das wird großartig. Das wird absolut großartig. Also ich, ich bin noch ein bisschen im Überlegen, ob ich irgendwie, keine Ahnung, wollen wir mal kurz testen, ähm, wie das ist, wenn ich hier das große Licht ausmache. Passt mal auf, wo ist denn die Hue App? So, das ist die Street... Stopp. Äh, wo sind denn meine Lampen aufgelistet? Du doof Ding. Ach da. So, nicht die Kamera aus Versehen ausschalten, wenn ich das hier ausmache. Oh mein Gott. Das ist ein ganz wilder Farbton. Hahaha. Da muss ich irgendwie noch einen anderen Filter drüber legen. Oder warte mal, wenn ich jetzt das da auch noch ausmache. Oh. Wenn ich das auch noch ausmache und das hier. Ja, da, warte, stopp. Greenscreen darf nicht das da möglicherweise. Wow. Ich bin fasziniert davon, dass das so gut funktioniert. Hahaha. Aber jetzt seht ihr halt auch nichts mehr von mir, so quasi. alles wieder einschalten. So. Ich habe jetzt so viele Lichter und ich bin nicht darauf vorbereitet, ein Gruselspiel zu spielen, wo ich dann das Licht etwas reduziere. Ähm. Das ist das Problem. Darauf bin ich definitiv nicht vorbereitet. Ähm. Ähm. Eine Lavalampe auf den Tisch stellen, dann hat man gruseliges Licht. Ich mag Lavalampen. Ohne Scheiß, ich mag Lavalampen. Ich habe keine. Ich wollte immer eine. Ich hatte noch nie eine. Aber ich mag die Dinger. Also nicht die, die irgendwie so diese ganz klassische Lavalampenform haben, sondern, ähm, schon ein bisschen anders. Ähm. Aber, ja. Schon, schon nice. Ähm. Ähm. Nicht wie Manu Schwarz-Weiß-Filter nutzen und das Licht ein wenig anpassen. Ja, pass auf. Pass auf. Ne, nächster Test. Nächster Test. Schwarz-Weiß-Filter ist nämlich tatsächlich eine Sache, die existiert. So. Dann schalte ich nochmal aus, ähm, das Key, nein, das Panel. Dann sieht das so aus. Und. Jetzt schaue ich selber aus wie ein Geist, ne? So ein bisschen. Ich könnte mich auch noch verpixeln. Aber, das ist auch doof. Ich könnte mir einen CRT-Effekt geben. Das ist auch wild. Wenn ich jetzt hier das Keylight nochmal ausmache. Oh, das ist eigentlich ein schöner Effekt, abgesehen davon, dass das jetzt hier oben schon wieder zu grisseln anfängt. Warte mal, wenn ich das linke ausmache. Äh, dann ist da auch ein doofer Effekt. Ach, Mann. Ich hasse Lichter. Ich find's doof. Aber das ist, das wird tatsächlich gehen. Das würde tatsächlich funktionieren. Oh Gott. Sorry. Ja. Hi. Ich bin aus der Gruft auferstanden. Es gäbe schon Dinge. Übrigens auch ein toller Effekt, den ich hab. Hallo? Fragt nicht warum. Ich hab mal irgendwann rumgespielt und Dinge getan und das kam dabei raus. Ähm. Hallöchen, Denise. Hi. Das für Pixels sieht aus wie eine Selbstzensur. Ja, es ist sehr, sehr grob. Es ist bewusst relativ groß gewählt. wenn ich in der, wenn ich irgendwie kleiner dargestellt werde, dann sieht das etwas besser aus. Aber das ist auch Hallo? Hallo? Man kann so viel geile Scheiße machen. Es ist, äh, oh ja, es ist toll. Oh, hervorragend. Denise, wie geht's dir? Fuchswagen, wie geht's dir eigentlich? Jetzt hast du deine Messer wieder, wenn ich das richtig gesehen hab. Aber Vorsicht, böse Alte passt auf. Gesundheit. Oh mein Gott. Sammy ist schon wieder geplatzt. Ich werd zum Mond. Ja, warte. Also, wenn wir schon dabei sind, dann muss ich mich eigentlich hier schwarz-weiß machen. und jetzt, jetzt bin ich quasi Mond. Ich find's toll, dass das meine Nase so wie, oh mein Gott. Guck mal meine Wurstfinger an. Effekte sind toll, das sind nur vier Stück, die ich momentan auf der Kamera drauf hab, aber irgendwie, ähm, ja. 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 Gut, ne? Hm. So. Wunderbar. Äh. Wie geht's gut? Heute letzter Urlaubstag. Oh, oh nein. Warte mal, musst du? Aber, Urlaubstag oder Wochenende? Also, nächste Woche erst? Ähm, hoffe ich mal. Nicht, dass der jetzt irgendwie am Wochenende rein muss, das wär ja ganz schlimm. Ansonsten alles super, ich bin nur irgendwie etwas groggy und, äh, noch etwas müde, weil ich wollen kurz auf der Couch eingepinnt bin. Ähm, abgesehen von der Grundmüdigkeit, ne? Was genau vape ich? Äh, ich vermute mal, die Frage ist an mich gerichtet. Ähm, das ist eine sehr gute Frage, Amy, ich kann's dir nicht sagen. Ähm, also, ja, doch, man kann's auf jeden Fall handelsüblich erwerben, das auf jeden Fall, aber frag mich nicht, was ich aktuell in meiner Dampfe an Aroma drin hab. Ähm, weil ich bestelle immer 15 Aromen auf ein Stück, äh, und dann fehlen die Labels da drauf. Und, ja, nee, keine Ahnung, kann ich dir nicht genau sagen, aber ich kann dir gerne zeigen, was ich dann bestelle. Ähm, will ich nur nicht on-stream machen, weil, nicht, dass man das als Werbung für das Zeug interpretiert und das ist ja so ein Ding. Ähm, aber schreib mich da gerne mal auf den Discord an und dann, äh, schick ich dir mal was. Das ist gar kein Thema. Ähm, 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 wonach schmeckt's denn? Spargel oder Rosenkohl? Weder noch, weder noch. Es ist auf jeden Fall fruchtig. Ähm, aber, mehr kann ich nicht sagen. Ich, ich, weiß es schlichtweg nicht. Dadurch, dass, dass meine, äh, dadurch, dass meine Watte auch so ewig hält und ich öfter mal das Liquid dann wechsle, vermischt sich der Geschmack halt auch. Äh, äh, das ist sehr, sehr wild. Ähm, so. Äh, zum Glück noch Wochenende. Montag musst du wieder. Ey, na immerhin, na immerhin. das geht ja noch. Also hast du bis Sonntag Urlaub. Nicht nur bis heute. Offiziell ist zwar heute der letzte Urlaubstag, aber der Urlaub endet ja auch erst dann am Tag, bevor man wieder in die Arbeit muss, ne? Also, noch zwei Tage Urlaub. Hervorragend. Misch ich da noch was extra rein? Nö, einfach nur Nikotinschott, Aroma, Basis. Viel Basis. Also, nö, mehr ist es nicht. Mehr ist es nicht. Hey, Finor. Hallöchen, Hallöchen. Einen wunderschönen guten Tag. Ähm, streich die Pause. Hahaha. Zwischen wunderschön und guten Tag. Hahaha. Ähm, ähm, Hey PVD, Hallöchen. Hallöchen. Hach. Dickerchen, ich hab heut was Schönes gehört. Speck mit Eiern. Was man als beleibterer Mann möglicherweise nicht als Aufmachspruch nutzen sollte. Hahaha. So. Hahaha. Ahem. Ahem. Jackie Cola oder Jägermeister? weder noch weder noch wenn dann Tequila pur, den braunen und den guten Stoff aber Jägermeister ist so ein Kräuterding das mag ich gar nicht und Jackie Cola ne Mischgedöns ist nicht mehr meins damit habe ich ganz schlechte Erwahrungen gemacht ganz ganz schlechte Kombination das ist der perfekte Trink obwohl Slush mit Wodka ist auch recht nice okay ja weiß ich nicht ich trinke aber sowieso nicht allzu viel deswegen ich weiß gar nicht ob ich schon jemals Jackie wirklich getrunken habe und wenn dann habe ich es bestimmt vergessen oder verdrängt oh Gott sehr schön hoch aus Versehen den falschen Tab geschlossen ja das kommt mal vor ist mir auch schon passiert es ist furchtbar aber dann Hallo Joggle wo warst du so lang schön dich zu sehen ach ja das sind auch so Sachen Luxusprobleme könnte man sie bezeichnen Wodka Sprite Grenadinen okay mit Wodka bin ich durch das ist eine Sache die hat noch nie gut funktioniert das hat tatsächlich noch nie gut funktioniert bei mir Wodka war nein Wodka hat zu einigen meiner schlimmsten Abstürzen geführt ähm das Zeug fasse ich nie wieder an nie wieder ein Clip von Anna nochmal geschaut wo sie von zwei Limetten überfordert war oh den habe ich glaube ich vorhin gesehen den habe ich glaube ich vorhin gesehen ich wusste gar nicht dass es gibt es Limetten in Cuphead offensichtlich möglicherweise ich habe keine Ahnung so weit haben wir Cuphead nie gespielt ich weiß gar nicht wie weit wir in dem Spiel waren wenn ich ehrlich bin es ist aber auch schon ewig her dass das kam ha ja gut oh by the way weil ich es gerade noch sehe ähm Dingens ähm sag schon was auch übrigens bald released wird ist Tinykin erinnert ihr euch noch an die Demo die wir hatten mit dem kleinen Typen der durchs glaube ich Wohnzimmer lief und diese kleinen diese ganz kleinen mini witsi dingsi kugelfiecher mitgenommen hat die hinter mir her gelaufen sind das kommt am 30. August und ich freue mich viel zu sehr auf dieses Spiel viel zu sehr das wird es dann logischerweise auch hier on stream geben das ist mal absolut klar aber oh ja oh ja das wird großartig das wird großartig im DLC gibt es das ah stimmt ja das kam auch vor kurzem ne ja richtig richtig the last course oder final course irgendwie sowas stimmt da war was ja dein erster Drink war eine Mischung aus einem belgischen Rotwein und russischen Wodka das klingt wild das klingt sehr wild das klingt richtig richtig wild sogar oh mein Gott okay the delicious last course ja okay sehr gut unfassbar coole ausgeschriebene Variante von DLC das fällt mir erst jetzt auf dass das DLC heißt quasi ja toll warum fängt mir warum fällt mir das jetzt erst auf oh mein Gott ja wunderbar ja gut ähm schön ja spielt Cuphead Leute macht's nicht wie ich spielt es fertig spielt's durch ja wunderbar das ist auch erst recht spät auch erst recht spät aufgefallen ja wer denkt denn an sowas wer denkt denn an sowas böse Alter verschickt Wackelaugen Wackelaugen machen alles besser Leute alles grundlegend Wackelaugen sind einfach das Nonplusultra für alles wenn euch irgendwas nicht gefällt Wackelaugen draufkleben läuft wird instant gut beste Erfindung die es jemals gegeben hat ganz ehrlich wir sollten einfach überall Wackelaugen hinkleben und die Menschheit hätte glaube ich keine Probleme mehr instant weil jeder einfach nur noch am Lachen wäre was darf ich Auskunft geben über dieses Hitlers definiere über welches Hitlers meinst du das Team das in dem ich bin achso das ja das das ist ein Team in das ich aufgenommen wurde als ich mein No-Hit geschafft habe also da könnte auch was x beliebiges stehen wenn ich noch in einem anderen Team wäre zum Beispiel aber immer nur maximal eins das ist aber nichts wo ich jetzt einfach sagen kann ja ich verlinke da mal hin oder so nee nee dafür muss ich in in ein Team aufgenommen sein und an der Stelle kann auch nur eines erscheinen sprich wenn du ich glaube man ich weiß gar nicht wie viel wie viele Teams nee Partner glaube ich können maximal drei Teams gründen und ich glaube man kann maximal drei Teams beitreten ich meine da gab es auch eine Limitierung aber man kann auf jeden Fall nur eines davon da unten anzeigen was du stellst denn safe mit Keksen in den Chat Schlüssel rückst du nur raus wenn jemand böse altes Grundbesitz Dingens macht nee du ich habe Steuer dieses Jahr schon durch also die für letztes Jahr das war schön ich habe Geld wiederbekommen das ich habe tatsächlich Geld wiederbekommen und ich habe keine Steuervorauszahlung mehr was auch sehr schön ist mal gucken wie lange das so bleibt aber aktuell yay der Staat ist mir Geld schuldig das ist nice Team Jennifer oder Team Triss Team Vesna so Vesna for life auch wenn sie uns versetzt hat so suchst nämlich für deine vier Leute wo du mod bist nämlich so eine Gruppe die dort vielleicht helfen könnten und 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 ja okay okay ne also wie gesagt das ist ein reines reines Twitch Team ähm und die meisten Teams die ich sehe sind entweder Invite only oder halt irgendwelche Managements oder so wo du dann aber nochmal ganz andere Sachen hast lieber Vesna als Vesna who the fuck war Vesna wer war das denn gleich wieder haben wir den im ersten Teil haben wir den überhaupt kennengelernt kennen wir den Vesna ach ne Vesna Stranger Things dieser Vesna ja ja also ja oh mein Gott ja Weckner bekommt aufs Maul wird nochmal aufs Maul bekommen ja 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 das das ja das auf jeden Fall ohne was spoilern zu wollen oder so aber wer Stranger Things mal irgendwann geguckt hat schaut euch die vierte Staffel an die ist so gut die ist richtig gut das einzige was ist habt ein bisschen Zeit dafür weil jede Folge über eine Stunde geht oder so oder um die um die Stunde rum glaube ich und die letzten beiden dauern insgesamt glaube ich vier Stunden ähm aber richtig 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 gut holy shit du musst los alles klar dann schönen Abend noch schönen Abend noch bye bye Weckner wird nochmal aufs Maul bekommen ja es gibt ja eine fünfte Staffel so viel steht ja schon mal relativ fest glaube ich guck mal mal guck mal mal weil ich wüsste jetzt momentan nicht wie man sie wie man das tatsächlich toppen will und Dankeschön fürs Follow Fuchsfang Dankeschön Irgendwann demnächst bald nicht nicht jetzt aber bald es ist Wochenende wenn ich nicht streame könnt ihr das gerne mal tun sagt der der Star Wars nicht gesehen hat das stimmt nicht mehr ich ich habe es nur noch nicht komplett gesehen also mir fehlen noch fünf Filme glaube ich dafür habe ich aber auch schon sechs Filme gesehen also Solo und Rogue One so hieß er mitgezählt bei Addys Upside Down Szene bekommst du immer noch Gänsehaut ja das ist richtig gut richtig 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 gut ja Eddie ist sowieso der Held schlechthin also er ist der Charakter dieser Staffel wie habe ich es geschaut wie es ursprünglich erschienen ist oder chronologisch chronologisch tatsächlich ich habe mit der zweiten Trilogie angefangen stecke jetzt in der ersten Trilogie noch fest und die neue Trilogie kommt ja dann danach und irgendwo glaube ich zwischen den Dingern hat sich mal Rogue One und Solo versteckt vom chronologischen her also die so so zu bauen oder so zu bauen so zu schauen wie sie damals erschienen sind oder überhaupt in der in der Reihenfolge macht ja auch keinen Sinn musste man Rogue One 4 5 1 2 3 6 gucken ja okay ich weiß nicht mehr genau wann ich die die beiden Filme zwischengeschoben habe also die neueren aber das war nicht die Reihenfolge das ist dann schon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mit mit einwürfen Eol weiß es ja ja ich habe einfach die Folge die Reihenfolge genommen tatsächlich die mir auf Disney Plus als chronologisch angezeigt wurde ich habe mich da jetzt nicht groß drüber informiert aber wie gesagt das muss ich irgendwann mal weiterschauen momentan fehlt da nur ein bisschen die Muse dazu lebt unsere Tondi eigentlich noch du ich habe tatsächlich keine Ahnung ich weiß es nicht ich weiß es nicht schon ewig nichts mehr gehört von ihr bis vor dem Disney Quatsch warst du Fan der Reihe ja ok mal gucken für mich wäre Star Wars sowieso nur oder ist es auch jetzt reines Popcorn Kino und das ist eine Sache die Disney bekannterweise schon ganz gut kann muss man so sagen nur dass ich kein Popcorn mag sondern dann die Nachos essen würde aber egal ach schön und was das Kind im Kino bei den ersten Teilen das war so episch damals ich weiß gar nicht was mein erster Kinofilm war ich weiß es tatsächlich nicht es könnte König der Löwen gewesen sein damals irgendwann in den 90ern und ich weiß noch dass wir zu spät gekommen sind und die ersten 10 Minuten oder so davon verpasst haben weil damals lief auch nicht eine halbe Stunde Werbung sondern deutlich kürzer das könnte tatsächlich mein erster Kinobesuch gewesen sein danach weiß ich gar nichts mehr und irgendwann da war ich dann sieben glaube ich kam Independence in die Kinos und da weiß ich auch noch das war ein ganz ganz kleines Kino wo der Typ am Eingang gesagt hat eigentlich ist der Film nichts für den Kleinen aber wenn er keine Albträume bekommt kann er rein habe ich den Kopf geschüttelt und dann habe ich den Film im Kino gesehen schön du nennst es Alzheimer Bulimie Kino man geht raus und weiß gar nicht was drinnen war ja das hast du aber tatsächlich ziemlich oft grundlegend ja leider schon schon als Eddie seinen ersten Auftritt in der Serie hatte wusstest du dass er der jenige gewesen wäre auf den du übelst den Crush gehabt hättest Amy ganz ehrlich ne ich bin hetero aber selbst ich hätte einen Crush auf den gehabt sind wir mal ganz ehrlich holy shit Eddie FTV Eddie for President Eddie for keine Ahnung Oscar irgendwie sowas in der Richtung absolut großartig halt sein ist nicht schlimm du hattest die Woche zwei neue Lehrlinge hast du ihnen gleich gesagt Rente kriegt hier keine mehr ja gut schön 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 ja gut das ja ja Amy ich versuche mal kann ich kann ich diese eine Nachricht löschen und die die verschwindet aus dem Chat ja nice so ihr habt das da drüben nie gesehen Leute da stand kein Spoiler oder sowas in der Richtung nein nein so sorry ja man muss unglaublich vorsichtig sein was das angeht ne Zensur nee nein nix Zensur weil es stand ja da ne Zensur ist bevor es veröffentlicht wird nicht danach weil danach bringt es nichts mehr im Normalfall das ist nur um jeden der jetzt reinschaut vor eventuellen Dingen zu schützen so was stand da böse alte du müsstest das sehen als Mod obwohl mobil weiß ich nicht du willst es wissen da stand ein Spoiler für Stranger Things nein ich werde es nicht wiederholen wirst besser aufpassen ja sehr gut du siehst es ja siehste sage ich doch dass du siehst als Mod hast du da gewisse Vorteile was das angeht du siehst es noch aber nur dank bei der Twitch TV ja ja ist bei mir das gleiche ich finde es immer sehr interessant zu lesen was Leute geschrieben haben vor einem Timeout vor einem Bann etc ja also da stand nein böse alte aus ich kann ich kann auch deine Nachrichten löschen ne ja easy kann draufklicken und dann siehst du es ja aber du hast auch irgendeine Erweiterung sehr wahrscheinlich ähm bei der Twitch TV ähm 7TV möglicherweise wie heißt die andere FFC gibt ja mehr als genug inzwischen ähm das würde ich tun ja das würde ich tun tatsächlich ja würde ich wenn es sein muss ja aber auch nur im äußersten Ausnahmefall so 7TV FFC BTTV ja ich hab auch alles ich hab tatsächlich auch alles ähm aber über eine Erweiterung ich hab nur FFC installiert und der Rest läuft halt über den Rest ähm ich zensiere meine eigenen Mods Eol nochmal Zensur ist es wenn es vor der Veröffentlichung schon verändert wird oder gelöscht oder sonst was nicht danach danach ist es in der Welt dann kannst du nur noch versuchen irgendwie den den Karren aus dem Mist zu ziehen aber das war es dann auch schon Freedom Mods ich hab doch gar nichts gemacht wir werden hier schon wieder Dinge vorgeworfen das ist der Wahnsinn Eol mit der Fackel also Fackel weg sonst muss ich Gunny zu dir schicken damit die Fackel ausgeht das nee das das willst du auch nicht glaub mir what Amy auch noch mit 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 dem Kloppe Emote wisst ihr wie froh ich gerade bin dass ich das Bonk Emote noch nicht für euch veröffentlicht hab ich bin gerade so froh dass das noch unter Verschluss ist weil sonst wüsste ich genau wie der Chat jetzt aussieht aber das Kloppe Emote ist ja großartig das ist sehr schön sperr die Mods in den Keller ich bin nicht Hexer also ich nee ich bin nicht Hexer der macht das ich darf auch nur zum streamen raus und danach muss ich ganz schnell wieder zurück Du trägst uns vorsichtig in die Küche sehr gut sehr gut Oh ich muss einen Erdbebenfilter machen für die Kamera irgendetwas das mich hier durch die Gegend shaken lässt was Katze plus Günni ist gleich Bonk ich meine Sammy lässt mich zum streamen raus nee es ist schon Hexer aber ja obwohl schwierig schwierig ja ja aber ja ja Sammy überstimmt Hexer eigentlich das stimmt schon Wann kommt denn Goku wieder ja mir fehlt immer noch die zündende Idee dafür PVD das ist die Sache ich weiß nicht wie ich es einbauen will weil so wie es war ist es sag ich mal zu viel Energie für das wie ich den Stream gestalten will das ja ja also mir fehlt da noch die zündende Idee ich habe ein paar Ideen mittlerweile aber die müssen auch erst umgesetzt werden und ich gebe zu das hat momentan keine wirkliche Prio für mich ein schmoll Emote ein schmoll Emote ist eigentlich eine coole Idee eigentlich eine coole Idee moment moment ähm ich notiere mir das mal ähm da äh so das wird ein To Do Idee hier und das hat mit Twitch zu tun so okay aber ihr kriegt sowieso bald neue äh neue Emotes so ist es nicht so ist es nicht ihr bekommt bald neue Emotes ich könnte euch die glaube ich einfach mal zeigen oder also jetzt mal ich habe euch die glaube ich noch gar nicht gezeigt wenn mich jetzt nicht alles täuscht äh lass mich mal ganz kurz in Discord gucken mhm Peko hatte mir die da nämlich geschickt wo ist es denn hier da einmal runterladen bitte ja weiter zum Download Dankeschön ähm Downloads hier da dort 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 oh ja oh ja oh ich vergrößere das mal für euch ne das ist nämlich echt klein so Moment äh in the mission da das ist eins der neuen Emotes also tatsächlich eigentlich viel viel kleiner ähm wo ist ne nicht an Fenstergröße anpassen ja das hier das ist das Pock Emote ähm dann kann ich auch nach rechts navigieren äh kann ich überhaupt hier drin navigieren jetzt das ist unser Smug Emote auch das wird mal kommen ich liebe dieses äh diesen Ausdruck von dem Ding dann haben wir oh mein Gott das wollte ich euch eigentlich gar nicht zeigen scheiße ja Leute ich habe doch noch ein Comfy Emote in Auftrag gegeben nachdem ich das erst eigentlich kategorisch abgelehnt habe das wird aber ein Bit Emote ähm weil wir sonst keinen Platz dafür haben ähm und das hier ist unser Bonk Emote das ist jetzt super verpixelt aber ja das ist unser Bonk Emote und deswegen bin ich gerade sehr sehr froh ähm dass ich das noch nicht eingefügt habe Bonk ja böse alte magst du mal eben ganz kurz Bonk machen wir wir haben da schon wieder jemanden ähm ne so da ist schon wieder etwas im Chat das da nicht sein sollte man 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 mein Kaffee ist leer ach man das nicht gut so aber jetzt warte mal das erinnert mich gerade dieser Bot erinnert mich tatsächlich gerade an eine Sache ähm wo ist denn die dämliche Chat-Blacklist äh Twitch Fragezeichen Moderationseinstellungen nein doch Moderationseinstellungen ist hier irgendwo die da zulässige Begriffe werden im Chat zugelassen nee da blockierte Begriffe zack Begriff zu blockierten Begriffen hinzufügen öffentlich oder privat was ja hier oh okay I see I see so hervorragend so als dürfte zumindest kein Bot mehr durchkommen der äh Wanna Become Famous schreibt was glaube ich immer noch die meisten tun hervorragend hervorragend so du wolltest das noch kopieren und die melden machst du aber schneller ach so ja gut obwohl User sollte eigentlich na weiß ich gar nicht ob das noch im Chat dann drin steht aber ja man man könnte ihn noch melden das ist korrekt wenn es funktioniert werden wir es nie erfahren naja Eol du könntest dir jetzt Wanna Become Famous mal schreiben äh mit einem Fragezeichen dahinter und wenn du die Nachricht nicht abschicken kannst oder sie danach nicht erscheint dann hat es funktioniert dann können die Bots hier zumindest reinkommen aber sie können nichts mehr schicken weil sie nur diese eine dumme Nachricht können das wäre jetzt ja stimmt geht nicht sehr schön sehr schön ich sollte diese Blacklist viel viel mehr nutzen glaube ich für sowas in der Richtung so Leute aber wir quatschen schon wieder eine ganze Stunde ähm Denise hatte das vorhin schon mal irgendwann ganz ganz kurz beantwortet als sie hier reinkam deswegen Leute wie sieht's aus seid ihr Intro oder Extrovertiert jetzt bin ich gespannt wie ihr euch ein äh wie ihr euch einstuft möglicherweise auch in verschiedenen Lebenssituationen ne bei mir ist es so ich bin stark introvertiert außer im Netz da bin ich irgendwie sehr extrovertiert warum auch immer was aber irgendwie auch relativ bekannt sein soll oder relativ oder psychologisch relativ einfach erklärbar ist weil man eben anonym ist mehr oder weniger ich bin nicht wirklich anonym im Netz ne hallo hi moment ähm jetzt bin ich anonym ihr wisst nicht wie ich aussehe völlig unmöglich das äh nein so ähm sehr gut du bist introvertiert mhm mhm okay easy auch definitiv introvertiert überall du schaust oft auch bei bei Streams erst so bevor du das erste Mal richtig schreibst gut das mach ich auch aber aus dem Grund ich will nicht reinkommen und schreiben wenn ich noch nicht weiß mit wem ich's zu tun hab grundlegend ähm du bist im äh du bist neuen Menschen gegenüber sehr introvertiert äh selbst im Netz okay erst wenn du die Leute äh erst wenn du die Leute wärst du offener und sogar extrovertiert erst wenn du die Leute besser kennenlernst wahrscheinlich mhm rl introvertiert im web je nach Situation auch gerne mal extrovertiert ja das das kenne ich eben auch das kenne ich auch das geht mir eben genauso im web ist es komplett umgekehrt da hab ich mehr oder weniger keine Hemmungen ähm na voilà ähm du würdest dich eher als extrovertiert bezeichnen doch du lebst es nicht gern aus weil du gern deine Ruhe hast und eigentlich nicht gern menschlichen Kontakt hast oh das ist spannend das ist eine interessante Kombination das ist eine sehr interessante Kombination der eigene Stream war ja auch äh eher Unfall als geplant das ist aber auch jedes Mal schwierig weil du bei jeder neuen Person im Chat immer noch so ein komisches Gefühl hast ja ja kann ich auch irgendwie nachvollziehen ja kann ich definitiv irgendwie nachvollziehen es gibt doch auch eine Mischform davon oder ja schlussendlich glaube ich jeder von uns hat etwas von beidem in sich ähm das ist tatsächlich die Sache nur eine Seite überwiegt im Normalfall wobei man glaube ich auch viel trainieren kann was das angeht was ja in dieses ganze introvertiert ähm etc mit äh mit rein spielt ist halt auch glaube ich ganz ganz viel das Selbstbewusstsein ähm je größer das ist ne desto zuversichtlicher oder ja desto mehr traust du dir halt auch einfach zu nehmen wir mal jetzt im Bierzelt auf den Tisch steigen ähm um da rumzutanzen was irgendwann passiert in dem Bierzelt bist du derjenige der unten sitzen bleibt oder eher raus aus dem Bierzelt geht oder bist du der der halt dann mit auf den Tisch steigt ne sowas in der Richtung oder bist du bist du quasi die erste Person auf den Tisch auch das soll es geben habe ich gehört finde ich ganz ganz schräg aber ja ähm ich finde das menschlichen Kontakt sehr sehr anstrengend das laugt ich eher aus was ja eigentlich eher so die typischen Merkmale von introvertierten Menschen sind tatsächlich ja tatsächlich ja Intrex-wertiert ich weiß es nicht wie man das nennt ich habe keine Ahnung aber schlussendlich glaube ich hat jeder von uns etwas von beidem in sich auch wenn die eine oder andere Seite stark überwiegt aber was schon mal schön ist ähm hey wir sind hier auf Twitch das ist die Community der Introvertierten Amy ist bisher die einzige Ausnahme von der Regel hier auf Twitch ähm was aber gut ist das ist jetzt nicht wertend oder so das ist gerade einfach nur ein Fakt ähm wenn es darum geht Dinge zu regeln oder auf Menschen zuzugehen dann fällt es dir doch durchaus leicht zum Beispiel wenn du wo fremd bist und nach dem Weg fragen musst oder so bist du meist die erste die auf einheimische zugeht und fragt wie der Weg ist ich nicht das ist so eine Sache ich würde ich frage nicht nach dem Weg also da muss ich wirklich komplett verzweifelt sein da geht gar nichts ähm und für mich ist tatsächlich das schlimmste Smalltalk Smalltalk im Real Life wohlgemerkt und gerade als Mensch mit Hund ist man divers im Smalltalk gerne mal ausgesetzt weil es gibt weil es gibt noch andere Menschen mit Hund und dann interessieren sich die Hunde füreinander und dann stehen da zwei Menschen rum so hallo auch sie haben aber einen schönen Hund der ist schon älter ne und dann geht's los dann geht's los und ich hasse es ich hasse es so sehr dieses äh nein kaum lass die Hunde schnüffeln lass die ein bisschen Spaß haben aber wir müssen jetzt eigentlich nicht miteinander reden bitte bitte geh wieder weg ähm 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 ambivertiert heißt die Mischung okay äh ambivertiert bedeutet ein Schwanken zwischen den beiden Extremen der Intro und Extraversion während früher Menschen als eindeutig eher introvertiert oder mehr extrovertiert äh eingeordnet wurden geht man heute davon aus dass ein Schwanken zwischen diesen Extremen gut möglich ist und sogar Vorteile bringt ja okay okay Männer fragen nie nach dem Weg zur Not suchen sie sich ein anderes Ziel naja wenn du dich eigentlich in dieses Restaurant bewegen willst und dann halt ein anderes gerade da ist ne dann isst man halt seinen Schnitzel dort das ist vollkommen in Ordnung die labern einen immer dicht die anderen ja es ey es ist es ist halt wirklich es ist schlimm und das ist unangenehm und du kannst ja dann auch nicht einfach nur dastehen und nix tun ne dann stehst du da in dieser Situation denn dein Hund schnüffelt am anderen Hund und die begrüßen sich und die sind deutlich kommunikativer offensichtlich als wir Menschen und du stehst dann da so ja ja schönes Wetter es ist endlich mal wieder ein bisschen kühler und ja ich glaube mein Hund will weiter tschüss es ist so schlimm es ist so schlimm und jedes beschissene Gespräch mit anderen Hundehaltern ist genau so jedes ich habe ja auch eine Nachbarin gut die hat tatsächlich einen Hund der geht total auf Sammy ab Sammy ist eher so hm dann bist du halt da mit der kann man sich aber wenigstens auch unterhalten die geht auch mitten in der Nacht raus also wenn ich heute Nacht irgendwann nochmal mit Sammy rausgehe dann kann es gut sein dass die mir da über den Weg läuft aber das ist ja das ist das ist das ist noch ganz in Ordnung du hast Smalltalk und genau das mit Hund kennst du so gut ja ja ich hoffe du dir schon anhören musstest dein Hund hat Angst vor schwarzen Hunden ist klar kleiner Tipp machst du Sammy den andermal am Hintern schnüpfeln dann ist das Gespräch schnell vorbei ja und die Anzeige hast du ja auch drin was du auch hast Smalltalk am Telefon in der Arbeit mit Fremden ja in der Arbeit habe ich tatsächlich gar nicht mal das große Problem damit liegt aber vielleicht auch daran dass ich in der Firma wo ich bin jetzt quasi einer der Mitarbeiter bin die schon am längsten in dieser Firma sind vor mir sind nur warte lass mich überlegen es gibt nur eins zwei drei vier vier Leute die vor mir da waren ja genau es gibt nur noch vier Leute die vor mir da waren und da habe ich da bin ich irgendwie ich bin jetzt nicht der Typ der voll aus sich heraus bricht aber da bin ich deutlich extrovertierter und deutlich selbstbewusster wahrscheinlich deswegen weil ich halt einfach diesen ich nenne es mal diesen Stand in der Firma habe was vieles 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 einfacher macht irgendwie aber telefonieren grundlegend erstens ich hasse telefonieren weil ich mag schon allein nicht die ganze Zeit irgendwas am Ohr zu halten das finde ich super anstrengend und dann wenn ich irgendwo anrufen muss wo ich jetzt nicht keine Ahnung mit der Familie oder so quatsche geht halt gar nicht ich hasse telefonieren also ich ich hasse es wirklich abgrundtief aber ja und ne ich habe angefangen dich Karas zu nennen in Synonymiten nein in Analogie zu allen anderen hi und was los warum steht das so viele Fragezeichen und Dankeschön für sieben Monate natürlich nein stimmt gar nicht sieben Monate fortlaufen 25 Monate das ist ein bisschen mehr als sieben ich habe mal ganz grob nachgerechnet das sind 18 Monate mehr oh mein Gott warte mal das sind ja über zwei Jahre wann ist denn das passiert wow Dankeschön in deiner Abteilung bist du der dritte Dienstälteste von circa 25 in der ganzen Firma stehst du jetzt glaube ich Platz 10 von circa 200 ja bei uns sind so glaube ich an die 40 Leute aber trotzdem das macht halt für mich vieles 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 einfacher sehr vieles einfacher weil da bin ich halt einfach Inventar quasi was das angeht das ist so ein typisches Ding von Introvertierten so weit du das so mitbekommen hast dass man wenn man sich irgendwo nein Moment was das mit telefonieren oder dass man wenn man irgendwie entsprechend lang irgendwo ist und zum Inventar gehört dass man dann da irgendwie mehr Selbstbewusstsein sag ich mal hat aber zum Thema Dingens wie ist das ambivertiert genau es gibt ja auch Leute die super introvertiert sind von denen du quasi Jahr und Tag nichts hörst und dann müssen die beispielsweise ein Referat oder irgendeine Art von Vortrag oder so halten und plötzlich sind die totale Rampensau und die genießen es wortwörtlich in diesem Rampenlicht dann zu stehen und sind halt auch mega gut vorbereitet und so weiter und so fort ähm das gibt's halt auch wobei es da glaube ich auch ganz ganz oft aufs Thema drauf ankommt wenn man sich irgendwie damit ähm irgendwie damit identifizieren kann oder Bock auf das Dings hat ähm dann glaube ich fällt das vielen auch einfach leichter weil man kennt sich aus man hat das Selbstbewusstsein da Fragen zu beantworten etc ne das ist das ist ja auch so ein Ding schlussendlich glaube ich hat das unglaublich viel mit mit dem Selbstbewusstsein zu tun das man halt hat und das kann man auch durchaus äh durchaus trainieren und das man nicht telefonieren mag ist so ein typisches Ding ja 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 ich hasse es Karas wie geht's dir eigentlich wie geht's dir eigentlich du bist auch eher so ein introvertierter ne wenn mich nicht alles täuscht du hast telefonieren easy wer dich telefonisch erreichen will selbst die Leute die du kennst der hat verloren auch deine Eltern wenn dann rufst du wen an same same teilweise liegt das Handy neben mir ich sehe dass es klingelt ich warte bis es aufhört zu klingeln und denke mir nur so ne nicht jetzt ne ich ruf zurück wann weiß ich noch nicht aber ich ruf zurück dieses abwarten von von anrufen das ist einfach ja das ist ganz ganz wild telefonieren magst du nicht wegen deiner Mutter die hatte damals ständig stundenlang telefoniert und die ganze Familie musste still sein seitdem hast du ein regelrecht hast auf telefonieren ja okay das ist das ist nochmal ein ganz anderer Grund kann ich verstehen kann ich absolut verstehen zu dir was zu dir sagst du zu dem Thema nur solange du nicht auf Twitch bist verkriegst du dich in irgendeinem Loch und bewegst dich nicht mehr in der Hoffnung dass Leute vergessen dass es dich gibt aber Twitch mag bei Twitch magst du es im Mittelpunkt zu stehen und machst deswegen die Dinge die du tust ja das ist genau das was wir vorhin schon hatten mit das Netz ändert das wie wir Introvertierten ticken plötzlich sind wir extrovertiert warum auch immer und wir sind ja gerade wir als Streamer sind ja nicht mal unbedingt anonym wenn ich jetzt nur hier wäre und sagen wir mal hier so wow das wäre jetzt mein Stream wenn ich euch nur meine Stimme geben würde wäre das noch mal was ganz 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 anderes aber so ihr seht ihr seht mich ja ihr seht wer ich bin ihr seht wie ich reagiere und so weiter und so fort das ist schon auch noch mal irgendwie was anderes wobei da damals für mich relativ schnell feststand entweder du streamst mit Cam oder du lässt es bleiben weil irgendwo gehört dann da diese persönliche Note dazu ich verstehe es aber auch vollkommen wenn jemand ohne Cam streamt zum Beispiel verstehe ich komplett also habe ich überhaupt gar kein Problem damit und kann auch kann auch ein super Stream sein jetzt Dings weil es gibt ja auch einige Leute die tatsächlich meinen so von wegen oh man kann nur streamen wenn man eine Cam hat sonst kommt ja niemand es ist halt auch Blödsinn aber ja ja dir geht super das ist sehr schön das ist sehr schön aber ich gebe auch zu tatsächlich ich mache nicht alles was ich jetzt hier hinter einem versteckten Kamerabild quasi hätte also ich glaube ich würde deutlich mehr gestikulieren möglicherweise komische Stimmen nachstellen etc wenn ihr mich nicht sehen könntet da ist dann auch wieder so eine aber das ist jetzt wieder eine Selbstbewusstseinsfrage ja das würde ich möglicherweise tun aber so ist jetzt eher schwierig und wenn ein Festnetz bimmelt du schaust es an und ignorierst es ja bei mir landet halt alles auf dem Handy Festnetz Handy und Whatsapp und alles womit man mich erreichen kann landet alles auf diesem kleinen Gerät da aber ja dann schaue ich halt mein Handy an dann schaue ich meine Uhr an weil die klingelt ja inzwischen mit und dann denke ich mir so ok so danach schreiben sorry ich habe dich gerade verpasst was ist denn los ja 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 genau genau das ja vielleicht weil du dann gegenüber nicht siehst wenn du auf einer Bühne stehst und dir im Saal sitzt sieht es vermutlich anders aus das ist definitiv anders ja ich habe keine Ahnung wie viele Zuschauer ich jetzt gerade habe ist auch völlig irrelevant aber wenn ich so meine Statistiken gucke würde ich jetzt mal behaupten wir sind so bei 15 Leuten jetzt gerade so um den drehen bitte nicht beantworten will ich gar nicht wissen aber haltet mal ein Referat vor 15 echten Köpfen die vor euch sitzen und vor ein paar Leuten die hier Nachrichten schreiben dass ja ihr seid halt ne ihr seid halt quasi Text für mich das ist halt ja deutlich anders und jetzt stellt euch das mal mit noch mehr vor also das Größte was ich bisher an Vortrag hatte waren glaube ich 30 oder 40 Leute oder sowas um den Dreh und holy shit geht einem da die Pumpe irgendwie davor weil das ist nochmal ganz ganz anders so du magst deine Mimik nicht deswegen hast du keine Kamera da könnte man dran arbeiten ne also das das ist tatsächlich eine Sache daran könnte man arbeiten und hallöchen Flo hi hallöchen hallöchen was heißen die Wörter nochmal was intro oder extrovertiert ob du eher in dich selbst gekehrt bist oder ob du eher die rampensau bist quasi wenn man dich sieht machst du dich auch mit stimmen lächerlich kannst ja auch im studio bei der aufnahme nicht sagen aufnahmeleiter schauen sie mal kurz weg sonst kannst du den charakter nicht einsprechen ja das ist richtig aber das ist bei dir nochmal eine andere sache das ist nochmal eine andere sache ich habe irgendwie ein problem damit weil ich weiß dass ich meine stimme nicht gut unter kontrolle habe gerade wenn es aus meinem normalen vocal range quasi geht dann kommen da halt auch sehr sehr lustige sachen dabei zustande und da ist es mir tatsächlich oder wäre es mir lieber wenn ich nicht gesehen werde dabei warum auch immer warum auch immer am ende mache ich nur geräusche mit meinem mund wie ich sie sonst auch mache nur vielleicht ein bisschen anders du kannst nach außen sehr selbstbewusst sein und extrovertiert wirken aber trotzdem introvertiert sein man kann auch sehr viel überspielen was das angeht man kann Selbstbewusstsein auch vortäuschen das ist auch so eine Sache die halt existiert gerade wenn man irgendwie in so einer Extremsituation ist wie beispielsweise du musst vor 50 Leuten reden oder sowas in der Richtung man kann auch einfach in so eine ich nenne es jetzt mal Schauspielrolle reinfallen und danach gehst du von der Bühne und bist erstmal für drei Tage einfach komplett kaputt weil dich das so dermaßen fertig gemacht hat du warst bis 16 extrem schüchtern dann kam die Ausbildung und deine erste Chefin sie zwang dich laut zu reden sie zwang dich zu telefonieren sie zwang dich zu Auseinandersetzungen mit Kunden bis du das alles konntest und seitdem schwappt es fast zu viel in die andere Richtung okay du wurdest quasi zur Extrovertiertheit erzogen oh interessant oh interessant bei 15 Leuten hat man einen lustigen Kneipenabend vor sich ja nee ich nicht zu viele Menschen Kachas wollte schon immer Buchstabensuppe sein ja bei der Menge an Buchstaben in deinem Nickname hast du ja auch ein bisschen Suppe vor dir 400 Erstsemester ja oder sowas ja richtig wenn du irgendwie in einer Ausbildenden Rolle oder so unterwegs bist ja introvertiert auf das eigene Seelenleben gerichtet nach innen gekehrt verschlossen extrovertiert kontaktfreudig aufgeschlossen oder nach außen gerichtet ja genau genau bei dir hängt halt auch dein Geld dran da muss man dann eh durch ja das ist manchmal hat man einfach auch die Motivation von außerhalb über sich hinaus zu wachsen sag ich jetzt mal das ist so eine Sache ja bei dir war es genau andersrum bis circa 25 warst du sehr extrovertiert dann kamen die ersten toxischen Beziehungen die haben das Ganze ins Gegenteil gebracht besonders Frauen gegenüber okay ja ja mhm es ist halt auch spannend also es ist es ist tatsächlich sehr spannend dass ich das halt auch sehr sehr wandeln kann im Leben mhm also nur weil man irgendwie als als Kind intro oder extrovertiert ist heißt es halt auch nicht dass man das das ganze Leben überlang bleibt ne irgendwas kann auch was dran ändern schlechte Erfahrungen beispielsweise oder auch dass das das Arbeiten am eigenen Selbstbewusstsein kann glaube ich auch unglaublich viel einfach ändern also früher war ich noch viel schlimmer als heute da ging halt gar nix weil ich ungefähr das das Selbstbewusstsein eines Huts hatte inzwischen glaube ich habe ich einen G-Stock als Selbstbewusstsein so zum Vergleich aber ne der bewegt sich ein bisschen mehr aber ja das sehr sehr spannend tatsächlich wie sich das einfach auch auswirkt bei dir hat das Pen & Paper Leiten tatsächlich viel Hemmungen genommen ja ja glaube ich glaube ich es ist wieder so eine Sache wo man irgendwie davor steht ne wo man halt auch dann durch muss und man wächst ja auch an solchen Situationen alles was man alles was man sich irgendwie traut bringt einen ja irgendwie auch weiter sag ich jetzt mal als Introvertierter schöpft man auch eher Kraft aus dem Alleinsein aus der Ruhe als Introvertierter schöpft man eher Kraft aus Gesellschaft ja 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 stimmt das ist auch noch so eine Sache tatsächlich deine Introvertierter ist auch so schlimm das ist ja Schwerfeldgespräche mit fremden Personen anzufangen ja das geht halt gar nicht das das geht halt tatsächlich gar nicht ähm das ist äh schwierig vor allem das flirten mit anderen Männern war am Anfang eine Riesenhürde beim Pen & Paper ja das glaube ich ja glaube ich sofort glaube ich sofort das bringt mich auch zu ein oder zwei Dates zurück die ich hatte und die waren halt ja sagen wir es mal so relativ wortkark das war halt nicht besser als dieser Hundesmalltalk und dementsprechend sind die Dates dann auch verlaufen und man hat sich nie wieder gesehen aber ne es ist dann schon ein bisschen ja es es ist es ist wild es ist absolut wild da bin ich tatsächlich eher jemand der halt was gerne was gefragt wird und der dann antwortet als dass ich selber groß von mir aus erstmal was erzähle fragt mich irgendwas und ich antworte euch in aller Ausführlichkeit aber von mir aus was erzählen ist nochmal eine ganz 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 andere Geschichte und zu dem Thema was Denise gerade meinte mit die Kraft aus der Ruhe oder als aus der Gesellschaft zu ziehen ich war ja vor kurzem in Bayern und da war ja dieses riesen Firmending und das war schön keine Frage das war cool das hat Spaß gemacht aber ich habe fast die ganze Woche danach erstmal gebraucht um wieder auf mich selbst klar zu kommen weil da waren halt 100 Leute bis 200 Leute oder so unterwegs und ich stand schon mehr oder weniger immer am Rand das ist halt auch ganz 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 wild ähm wenn sowas wie pen and paper selbst auch Freude macht und mit Menschen spielt die man gerne hat kann man einfach dran wachsen ja auf jeden Fall auf jeden Fall das ist halt dann so die Komfortzone man ist noch irgendwie mit drin aber halt auch irgendwie hat man eine Möglichkeit gefunden die so ein bisschen zu ich nenne es mal zu erweitern ne wobei man introvertiert nicht mit schüchtern verwechseln darf du glaubst nicht sicher das ist nochmal was ganz anderes und völlig unabhängig du bist mittlerweile auch selbstbewusster als früher äh durch Mobbing sehr Endigkeit gewesen bist aber trotzdem immer noch introvertiert ja ja schüchtern ist nochmal was ist nochmal eine ganz andere Ecke ja richtig ich kann auch ja ja ich kann auch sag ich mal relativ wie bewegt man sich extrovertiert ähm ja 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 ist tatsächlich schwierig das spielt halt alle so ineinander das ist tatsächlich aber teilweise sind die Verhaltensweisen schon auch ähnlich ist immer sehr sehr schwierig zu sagen verloren haben ja die die introvertiert und schüchtern sind weil mit denen geht ja gar nichts hi ich bin Benni ich bin introvertiert und schüchtern ähm ja gut aber ja halt du bist in bestimmten äh dinge noch heute schüchtern du würdest nie allein essen gehen oder ins kino wenn du hörst dass jemand im Hausflur ist wartest du bis er weg ist bevor du gehst okay ja, kann ich nach, also das mit dem Hausflur kann ich nachvollziehen da geht es mir aber um sehr, sehr bestimmte Leute tatsächlich, die ich nicht treffen will alle anderen sind mir egal alleine essen bin ich schon gegangen oder ins Kino, ja das ist für mich kein großes Problem solange ich dann da irgendwie ein bisschen den Abstand wahren kann zu anderen schlimm ist es, wenn ich ins Kino gehen würde oder ins Kino gehe und irgendwo einen schönen Platz habe und dann sitzen direkt neben mir Leute das ist eine Sache, die packe ich nicht das finde ich wurchtbar da bin ich übrigens sehr, sehr froh über die Corona-Regeln dass da immer noch ein Sitz oder so dazwischen sein muss perfekt, geilo ich habe auch endlich Platz für meine Jacke oder so oder meinen Rucksack aber ja, nee aber ich kann es halt auch alleine ich brauche da niemanden dazu um irgendwie die Freude aus sowas rauszuziehen ich kann auch ganz allein irgendwo da hingehen, weil um lecker zu essen brauche ich echt niemanden das ist super das ist absolut super du hörst auch immer eine Haustür bevor du die Wohnung verlässt einmal musstest du 15 Minuten warten weil die blöden Nachbarn quatschen mussten ja ja ich bin auch tatsächlich schon einige Male inzwischen wieder raufgegangen als ich auf dem Weg war also ich wohne ja im dritten Stock und ab dem zweiten Stock sehe ich, wer sich unten vor der Haustür befindet und wenn da die falschen Leute stehen dann gehe ich auch einfach wieder zurück wenn ich nicht unbedingt raus muss und einen Termin oder so habe dann, ja mein Gott dann gehe ich wieder hoch und warte eine Viertelstunde so what da kenne ich nix du wolltest gerade sagen der extra freie Platz dank Corona-Regelung ist ein Segen für Kinobesucher für dich ja, ja ist es ist es absolut absolut aber ist tatsächlich also ich finde es tatsächlich spannend also wenn ich das jetzt so richtig zusammenfasse so an dem was ihr da drüben da und quasi da oben geschrieben habt wir sind alle eigentlich introvertiert also außer Amy möglicherweise auch noch schüchtern und im Netz dreht sich das schon auch in gewisser Weise um bei einigen von uns auch nicht bei allen aber ja das ist es ist halt auch sehr sehr spannend das so zu sehen weil ja es hieß ja schon öfter mal so Twitch ist so die 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 Plattform für die introvertierten ja kann ich durchaus nachvollziehen das kann ich durchaus nachvollziehen ach schön ich finde es aber schön dass sich sowas irgendwie auch ja hier zeigt im kleineren Kreis du bist massivst schüchtern introvertiert und hältst dich fern von Fremden ja ja kann ich ja 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 kenne ich kenne ich Twitch ist eher ein Ausgleich für den sozialen Bedarf das sehe ich tatsächlich auch durchaus also ich bin ja niemand ich wohne hier in Bremen ich habe Bekannte aber ich habe jetzt auch niemanden den ich jetzt so hey du Moment nein nicht anrufen tippen auf dem Handy oder so Whatsapp sowas in der Richtung hey du hast du Bock jetzt da hinzugehen ja könnte ich machen aber habe ich halt irgendwie auch gar keinen Bock drauf wenn ich soziale Interaktion will gucke ich tatsächlich auch auf Twitch ja ähm oder halt quatsche irgendwie mit den Leuten die ich hier kennengelernt habe ne es ist vielleicht naja gut es ist quasi niemand hier dem es aufgefallen sein hätte können aber ich war in letzter Zeit doch relativ häufig auch im Discord einfach mal in eine Voice Channel um mit Leuten zu quatschen ähm das ist halt tatsächlich auch so eine Sache das habe ich früher auch nicht gemacht ähm aber ja das das mein mein meister sozialer Kontakt ist inzwischen tatsächlich online wo ich jetzt auch gar nicht mal das große Problem damit habe überhaupt nicht also aber ja so der Ausgleich für den sozialen Bedarf der ist halt auch nicht weg auch als Introvertierter irgendwo ist er da ne man kann zwar als Introvertierter hervorragend allein leben ne der hat ja wahnsinnige Alleingänger sein und sowas in der Richtung aber irgendwo ist es dann halt doch auch irgendwie toll mit anderen mal zu interagieren und auch da macht es die Elektronik halt deutlich deutlich einfacher deutlich deutlich einfacher wenn dich wer Fremdes per PN anschreibt dann schaust du dir die PN auch erst irgendwie 5 Minuten an dann beginnst du die Person im Netz zu suchen und erstellst ein digitales Profil der Person mit allem was du finden kannst um zu wissen wer das ist und warum der dich anschreibt I know du bist creepy was sowas betrifft ähm okay ähm okay warte mal hat das funktioniert oh ne hat nicht funktioniert dann muss ich es hier machen so ja das hat funktioniert hervorragend was du überraschend gut kannst spontan in einer vollen Kirche Fürbitten vorlesen äh in einer vollen Kirche die Freundin die lesen äh die was die die Freundin die die lesen sollte lesen Benni lesen musst dir zu sehr weinen und drück dir den Zettel in die Hand du kannst auch auf der Arbeit vor 100 Leuten reden ja okay das äh ja okay verstehe aber Benni dich kenne ich doch schon ach so oh schade das äh hm du ich konnte dir meinen bösen Zwilling auf den äh auf den Hals schicken den den Bennel macht weil den habe ich mir auch registriert den Namen weil das I ist der einzige Buchstabe den man hier auf Twitch faken könnte ohne dass man erkennt dass irgendjemand meinen Account quasi übernimmt und deswegen gibt es auch ein ein Bennel macht auf Twitch bin auch ich ich kann mich selbst impersonifizieren ja schön hast du rückgewunken hast du gut gemacht hast du gut gemacht easy pet pet so was auch viel Überwindung braucht als ich äh als du letztens weinem Jim angesprochen hast was über ein typisches Hi und Schuss hinaus geht weil die Person vom Auftreten her sympathisch erscheint ja das ist tatsächlich so eine Sache ey ähm sind wir mal ganz ehrlich vor mir könnte meine Traumfrau stehen von dem was ich halt so sehe ähm und von dem was ich mitbekommen habe ich würde kein Wort rausbekommen die würde mir vorbeilaufen tschüss nie wieder gesehen bye das war's ich würde kein Wort rausbekommen geht nicht ist völlig unmöglich hallo Benel ja ich meine schaut euch das mal an so das ist das wie ich geschrieben werde und wenn ich das jetzt mit einem L schreibe sieht das zumindest hier bei mir in meinem Bot exakt genau gleich aus ja da drüben auch hier im Chat tatsächlich auch ne und mit einem Buchstaben könnte man mich halt einfach nachbauen mehr oder weniger und deswegen habe ich mir den Namen registriert weil muss seine Ex war auch eine Traumfrau war es für ein Albtraum aber immerhin ein Traum hey immerhin ja nee das hast du ja schon mal erzählt dass das ja dass das wurchtbar war ja bloß der alte Easy ist sehr misstrauisch sehr misstrauisch ich weiß gar nicht wie wir uns kennengelernt haben so vom vom Dings her weil ich glaube nicht dass du einfach hier im Stream irgendwann aufgetaucht bist ich glaube das war über irgendwelche Umwege ganz ganz wild irgendwie ich habe aber keine Ahnung mehr wie und und warum und wo noch schlimmer ist es wenn man wen sympathisch findet sich endlich überwindet sie oder ihnen nach einem platonischen Date fragt die eigene Nummer gibt und dann nichts zurückkommt da fragt man sich auch womit man das verdient hat ja da ist dann wieder schon ja ja Thema Enttäuschung da ist dann schon wieder so eine gewisse Erwartungshaltung irgendwie da ne wobei es kann ja auch einfach sein dass es möglicherweise gerade nicht passt ne es soll ja auch Leute geben die echt viel zu tun haben und einfach für private Dinge in dem Moment gar keine große Zeit haben aber klar dann steht man da und hat da irgendwie eine Nummer hergegeben und man hört nichts und man weiß nicht warum wurde man jetzt versetzt ist tatsächlich einfach keine Zeit da war das irgendwie falsch sieht man die Person nie wieder geht man sich jetzt in Zukunft aus dem Weg ja das ist mit Leuten aus dem Netz häufiger du triffst die persönliche Real Life und wenn du die Person vorher schon sehr mochtest verknallst du dich unweigerlich du bekommst die Klappe nicht auf und dann sieht man sich nie wieder persönlich oha okay hast du da einen Counter dafür Easy jetzt würde es mich nämlich tatsächlich interessieren wie oft ist das schon vorgekommen also musste nicht darauf antworten logischerweise aber das fände ich jetzt interessant holy shit das ist ja das ist ja schon ein bisschen extrem also jetzt nicht abwertend überhaupt nicht finde ich super interessant aber ich kann mir auch vorstellen dass das holy shit möglicherweise super schwierig ist dann im Nachhinein immer das hier richtig in der Selbsthilfe Gruppe hallo mein Name ist Denise und ich bin introvertiert kann keine Fremden ansprechen und bin deshalb single hi hallo Denise ja hey manchmal ist das total total hilfreich so eine so eine Talkrunde so doof das jetzt klingt aber manchmal springt irgendjemand hier über seinen ihren Schatten hinweg und teilt einfach irgendwas und in diesem Moment fallen irgendwelche Steine vom Herzen kann durchaus sein ich war heute in einem tatsächlich auch in einem Stream bin da unbedarft rein weil ich mir so dachte so hey cool Sabaton also nicht die Band sondern Sabaton im Sinne von langer Stream guckst du halt mal rein bist du sowieso ganz gern dort und dann hat der Streamer eine Story vom Tisch gelassen wo ich mir dachte so holy shit fucking hell wie unfair können Menschen sein ich will das jetzt hier nicht irgendwie groß breit treten oder sonst was aber das war tatsächlich zweieinhalb Stunden lang quasi monolog was dieser Person alles widerfahren ist in den letzten zwei drei Jahren wo ich mir nur so dachte so holy shit größten Respekt dafür dass du dich nicht einfach irgendwo von der Brücke gestürzt hast so hart das jetzt klingt aber das ja damn it und man hat aber auch einfach gemerkt es hat unglaublich gut getan das zu besprechen loszulassen irgendwie zu verarbeiten mit irgendjemand anderem zu teilen und so weiter und so fort und in dem Sinne sind unsere Talkrunden vielleicht gar nicht so schlecht manchmal wenn es um sowas geht vielleicht hilft es ja irgendjemanden mal irgendwie irgendwie sowas loszulassen wir müssen halt nur gucken dass es nicht zu extrem wird weil manche Sachen zerstören Streams einfach komplett manche Aussagen das muss man auch sagen aber manchmal kommt halt schon irgendwie so ein bisschen was raus wo man dann so kurz mal erleichtert durchatmen kann ganz ganz schwierig und ganz ganz toll möglicherweise bei fremden super misstrauisch wer dich anwagert weiß zu 99% dass du Transgender bist weil weil es überall um dich steht es gibt Leute die einem was Böses wollen bisschen zu körperlicher Gewalt verbrannt das Kind schaut das Feuer und so ja okay okay wir haben uns glaube ich über Gno kennengelernt du bist über NoHit und Gno hier gelandet hast mich bei Hexer und Dino gelesen und man hatte im Chat schon Interaktionen darum findet es hier von Anfang an leicht ja okay ja Gno klingt irgendwie realistisch ja so um die 5-6 Mal ist das schon passiert holy shit wie ging das emotional damage jetzt nicht böse aber das ist das was mir gerade dazu einfällt irgendwie ich denke manchmal in Memes sorry ich will nicht über dich lachen das ist nein nein auf gar keinen Fall aber holy shit das ist ja das ist das ist schon auch hart das ist ja easy gewöhnt dir das irgendwie ab mach das nicht denk ein kleines bisschen rationaler bitte um deine willen so böser Fehler niedlicher Name und als Single geoutet oh Gott ja Denise großer Fehler das fällt mir jetzt erst auf ja böse alte versuch dich jetzt zu verkuppeln 100% ich sehe es schon kommen du wirst jetzt verkuppelt ob du willst oder nicht schön das sind introvertierten Tests nicht bestanden aber wir nehmen nur introvertierte die zu introvertiert sind zum schreiben oh nee das ist auch schwierig das ist auch schwierig ei 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 dann wäre hier gar nichts los sabbaton 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 man kennt es ja das ist fein ach schön du findest Talkrunden besonders mit Thema immer interessant zum Einstieg ja ja das ist ja auch das Ziel von dem Ganzen ihr dürft jetzt mitmachen danach könnt ihr euch dann entspannen wenn wir ins Spiel gehen das ist tatsächlich auch eine Sache die man sehr schön immer in den Statistiken sieht wie die Kurve so okay da kommen Leute rein da kommen Leute rein hallo 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 Talkrunde 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 Spiel nichts mehr oh Schluss tschüss 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 fertig das sind so ungefähr die Kurven was die Chataktivität hier angeht ist aber auch voll in Ordnung so ach achtergriffe ach schön ähm mittlerweile fühlst du dich auch sehr befreit seit du nicht nur für dich entschlossen hast dass du non-binär bist und mit dem weiblichen Pronomen wesentlich besser wesentlich wohler fühlst Ja, ganz, ganz wichtig, dass man sich einfach selbst irgendwie identifizieren kann. Absolut, absolut. Irgendwie haben wir uns alle über die gleichen Leute kennengelernt. Ja, es ist halt die Souls-Community. Oder die ehemalige Souls-Community, weil inzwischen sieht die deutlich anders aus. Aber ja, 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 sehr schön. Sehr, sehr schön. Ihr könnt jetzt mitmachen. Später haltet ihr bitte alle die Klappe. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. In diesen Let's-Play-Modus zu verfallen, ist auch ganz furchtbar. Das ist auch ganz, ganz schlimm. Hallöchen, Adel. Hi. Hallöchen, Hallöchen. Bei dir weiß ich, dass du introvertiert bist. Das hast du nämlich schon mal irgendwann gesagt, dass du so wahnsinnig aufgeregt warst, als ich in Berlin war. Und du auf uns zugekommen bist. Aber gut, wir waren auch eine Gruppe. Wir waren auch eine Gruppe aus vier, fünf Leuten schon. Das, ja, daran kann ich mich erinnern. So in die Richtung. Es war so dieser Moment, man trifft sich das erste Mal und bam, kommt der Arm um die Ecke. Und dann ist es eine Mischung aus. Die Person ist halt auf freundschaftlicher Basis ja nett. Und ich bin schon lange allein und das Hirn macht da dann was Gezwungenes draus. Dieses Verknallen, obwohl da nichts Echtes ist. Dieses, man verknallt sich so fake und denkt nur, dass es Liebe ist. Und wenn man sich dann aber mal wirklich beidseitig verknallt und ich nichts sage, dann verläuft sich das meist, weil man sich nie wieder face to face sieht. Ja, okay, verstehe, verstehe. Da bin ich tatsächlich irgendwie, weiß ich nicht. Ich habe mich, glaube ich, in meinem Leben zweimal verknallt. So richtig. Hals über Kopf. Ich bin da relativ, relativ unanfällig dafür, glücklicherweise. Da muss schon viel passen. Aber ja, ja, kann schwierig werden, glaube ich. Sehr schwierig. So auf Dauer, vor allem, wenn das öfter vorkommt. Das ist halt trotzdem jedes Mal irgendwie so ein Rückschlag, den man irgendwie erleidet. Und Adel ist introvertiert, aber volle Bude. Du kannst eigentlich niemand Fremden ansprechen. Frauen schon gar nicht. Deswegen bist du auch Single. Adel, du hast einen ganz, ganz großen Fehler gemacht. Du hast gerade zugegeben, dass du Single bist. Denise hat vorhin zugegeben, dass sie Single ist. Ihr seid beide hier im Chat. Böse Alte will Leute verkuppeln. Ja, viel Spaß, ne? Ja. Twitter-Bios sind manchmal großartig. I put the cute in execute. Eine gute Twitter-Bio zu schreiben, ist aber auch eine Wissenschaft für sich. Das muss man halt auch dazu sagen. Ich glaube, seine Anforderungen sind über die Jahre einfach geschrumpft. Das könnte jede und jeden treffen. Oha. Oha. Du bist auch Single. Jeder mit jedem ab in den Darkroom. Also, virtuelle Speed-Dating ist schwierig, glaube ich. Wir haben hier nicht mehrere Chat-Rooms. Ähm, ja gut. Also, passt auf. Eine Wüstenfüchse sind bald auch in eurer Nachbarschaft. Oh Gott. Easy ist auch noch Single, ne? Oh. Oh. Okay, dann haben wir zumindest wieder vier Leute. Dann wird es nicht ganz so... Ungerade. Ich müsste jetzt eigentlich den Stream-Titel anpassen, irgendwie auf die Single-Börse ist eröffnet. E.O.L. ist auch Single. Ja, gut. Dann sind wir wieder bei fünf Leuten, die sich hier verkuppeln lassen wollen. Böse alte Walte deines Amtes. Du bist hier versteckt. Okay. Was, du musst mal fix deine 21. Pizza wegbringen, damit du noch was für morgen hast. Ich überlese jetzt einfach mal, was du danach geschrieben hast. Mhm. Okay. Gut. 21. Wow. Und ich dachte, ich esse viel, ne? Deine zweite. Das heißt, du hast bestellt und dir direkt für morgen noch eine mitbestellt. Sehr gut. Sehr gut. Amy ist glücklich vergeben. Ich stelle mir Amy gerade so vor, wie sie mit so einem richtig schönen Shrug-Emote dasteht. So, ist doch mir egal, was die da jetzt treiben. Ich schaue zu. Hervorragend. Du lässt dich gerne unterhalten. Ja. Da. Ja, dachte ich mir. Dachte ich mir. Heute war es ja vorausschauend mit zwei Pizzen. Ja, das mache ich auch meistens. Das mache ich auch meistens. Vor allem, wenn der Lieferservice irgendwie noch Liefergebühren dazu hat. Dann, je mehr Liefergebühren, desto mehr bestelle ich vor. Im Normalfall. Aber ja, mindestens immer für den nächsten Tag, damit es sich überhaupt lohnt. Also, Mini-Pizzen. 32 Zentimeter. Gut, kommt drauf an. 32 ist schon, ja, es ist normale Größe. Kommt halt auch ein bisschen auf den Belag drauf an. Wie sind wir jetzt eigentlich bei Pizzen gelandet? Ach ja, wegen Easys 21 Stück. Ach ja, genau. Richtig. Easy kugelt in den Darkroom. Oh, Mann. Hervorragend. Absolut hervorragend. Joggle hat sogar das perfekte Emote dafür. Das ist großartig. Pizza, was zu jedem Thema. Pizza ist ja italienische Bacon. Weißt du, was richtig geil ist? Bacon auf italienischem Bacon. Also, nach deiner Analogie jetzt. Wohlgemerkt. Ansonsten ist das einfach nur Bacon auf Bacon. Und dann, ja. Dann ist auch irgendwie wild. Ach, schön. Wieder da? Bist du zurückgerollt? Das ist doch schön. Du hast ja vorhin eine Pizza von der, äh... Was? Von der Losteria? Was denn eine Losteria? Osteria wahrscheinlich. Nein, keine Ahnung. Ich habe bis heute nicht verstanden, wie man das ausspricht. Äh, geholt die Zelt für zwei. War das so eine 40 mal 60? Meinst du so eine? Schwarzwälder gefüllt mit Serrano-Schinken. Nee, dann bitte, bitte schon getrennt. Weil Schwarzwälder-Schinken ist geil und Serrano ist geil. Das, das, das hätte ich schon gerne beides getrennt auf einer Platte. Am besten noch mit einem schönen, herzhaften, schmackhaften Käse dazu. Ein bisschen Salz und Pfeffer. Und dann, äh, ist das eine hervorragende Platte, die man sich irgendwo hinstellen kann, um mal einfach geil, ähm, irgendwie zu, zu, zu snacken. They see me rollin. The Hayden. Genau das. Und Adel wartet auch ab, bis das Treppenhaus leer ist. Ja, okay, das, das kann ich auch verstehen. Das verstehe ich. Die sind immer riesig bei denen, die gehen überall über die großen Pizzateller hinaus. Ja, ja, okay. Aber das hatte ich auch mal, dass ich irgendwann eine Pizza hatte, die doppelt so groß war wie der Teller. Und das war ein großer Teller. Das war mega geil. Die war aber auch hervorragend gut. Ich war hervorragend gut. Bei euch gibt es keine vernünftigen Pizzen. Dann lieber eine TK oder selbst gemacht. Eol, zieh nach Bremen. Wir haben tatsächlich taugliche Pizzerien. Die liefern. Also, wir haben tatsächlich richtig gute Pizzerien, die liefern. Und wir haben Pizzerien, die einfach nur fucking satt machen, wenn du da eine Pizza bestellst. Und gleichzeitig schmeckt es in Ordnung. Deine Lieblingsmude mit Galer Family Pizza sind bis Ende August im Urlaub. Was fällt denen ein, Urlaub zu machen? In der Urlaubszeit. Also bitte. Als hätten die Kinder, die irgendwo hin müssen. Oder weg. Aber Frechdachse ist ein schönes Wort. Ich liebe Frechdachse als Wort. Das ist mega gut. Ich logg dich auch immer nach Bremen. Ja, ja. Die liefen da auch bis später in die Nacht, in den frühen Morgen noch. Ja. Ja. Ja, ist so. Schön finde ich übrigens, dass ich das Blankys Emote hier drüben sehe. Hier auf Twitch. Im Dashboard. Und hier in Chatty nicht, weil es keine 7TV-Integration hat. Ich bin immer sehr überrascht, wenn da irgendwas steht und ich das nicht sehe. Und dann wackelt da doch irgendwas rum. Sehr gut. Weil euch eine Pizza bestellen ist wie auf den Weihnachtsmarkt warten. Einmal hast du fast 2 Stunden auf eine kalte Pizza gewartet. Oh, das ist halt auch kacke. Das ist auch doof, ja. Der Stamm Italiener ist in Bremen. Walle. Weiß ich gar nicht, ob ich... Ne, da... Ja, ja. Ne, Walle bin ich nicht so oft tatsächlich. Keine Ahnung, was es da alles gibt. Außer dem Umstieg von... Ne, warte mal. Das ist gar nicht mehr Walle. Das ist Grübeling dann. Den Umstieg von Bahn auf Bus. Ne? Und Hallöchen, Brick. Hallöchen, Hallöchen. Hi. Noch keine Minute hier drin und jetzt willst du Pizza. Ja, das ist hervorragend. Wir haben hier zwei große Themen. Das eine ist Essen. Und das andere ist Kacke. Also tatsächlich Kacke und alles, was irgendwie damit zu tun hat. Warum, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber wir kommen auch jedes Mal auf Kacke. Heute hat es keine fünf Minuten gedauert. War aber glücklicherweise schnell vorbei. So, und jetzt nicht über Kacke reden, ne? Man merkt, irgendwann bekommen alle Hunger. Ne, ich nicht. Ich bin noch gut versorgt. Ich bin tatsächlich noch gut versorgt. Wir waren bei Intro und Extrovertiert und sind jetzt bei Essen. Ich glaube, wir waren vorhin auch schon mal ganz kurz bei Essen. Nach dem Kacken wohlgemerkt. Ich bin aber nicht mehr sicher. Wir haben schon wieder ein paar Runden gedreht. Das ist immer sehr, sehr witzig, wenn ich dann irgendwie das Wort anschaue, bevor ich es auf YouTube hochlade. Um da die Kapitel auf YouTube reinzupacken, damit die Leute halt direkt dahin springen können, wo sie dann möglicherweise wollen. Über was wir labern, ist teilweise schon wild. Also ein kleines Restaurant, unscheinbar fernab von allem, aber supergeil und bezahlbar. Ja, okay, okay. Das sind aber eh die Besten, Snow Wolf. Das sind halt definitiv die Besten. Diese kleinen, wo man halt auch wirklich noch irgendwie zählt als Kunde und nicht nur irgendwie eine Nummer ist. So quasi. Das ist wunderbar. Die beiden Themen sind eng miteinander verbunden, so als körperlicher Ablauf. Ich sag mal, zwischen da und weiter unten liegen im Normalfall bei Menschen, glaube ich, so zwölf Stunden Minimum. So nah sind die jetzt nicht. Und wenn man die Strecke betrachtet, sind das auch einige Meter. Also, ja. Das ist deine Talkrunde. Ja, darum geht's eigentlich gar nicht. Aber hey. Nach dem Kacken erst komisch. Eigentlich läuft das anders herum. Naja, richtig wild wird's, wenn du... Nein. 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 Stopp. Aus. Nein. Nicht weitersprechen. So. Was wird... Nein. Aus. Easy. Aus. Glaubst du, es liegt daran, dass Introvertierte essen müssen? Ja, aber Extrovertierte auch. Aber vielleicht nicht so viel, weil die mehr unterwegs sind. Schön. Wie leben Extrovertierte eigentlich? Ja, niemand weiß es. Die sind ein Mythos. Die sind einfach so ein urbaner Mythos. Angeblich gibt's die, aber niemand kennt sie. Sechs Stunden bei einem gesunden Darm. Ja, okay. Kann auch sein. Ach. Hervorragend. Zwölf Stunden. Dann lässt du... Was? Dann lade ich dich bei dir mal zum Pizzaessen ein. Da dauert's meist zwei Minuten. Ja, aber sicher, dass es dann hinten rausgeht? So von dem, was du da erzählst? Oder reden wir nicht über Lieferpizza? Denise wird hier offiziell zum urbanen Mythos. Was? Nein, Denise ist introvertiert. Du meinst Amy. Die ist angeblich extrovertiert. Ich hab keine Ahnung, wie Amy lebt. Die ist auch nicht Single. Hey, wir sind da was Großen auf der Spur. Was ganz Großen. Und sie hat gestern was von Schwimmbad gesagt. Das ist quasi... Das ist eigentlich der Treffpunkt für Extrovertierte. Da geht's jetzt los. Jetzt ist... Amy, du bist überführt. Ich bräuchte irgendwie hier so ein Blaulicht-Dingens. Amy ist ein Konstrukt der CIA, um Bielefeld zu verheimlichen. Oh. Ja, ich war noch nie in Bielefeld. Weil wie auch? Galileo Mystery wird informiert. Schön. Du revidierst deine Aussage, dich als extrovertiert zu bezeichnen. Du nimmst es zurück. Du warst schon in Bielefeld. Ja, das würde ich jetzt auch behaupten. Das... Ja, klar. Das ist jetzt klar, dass das kommt. Du hast da einen Ex-Freund. Ja, ja. Ja, ja. Siehst du, Eol? Ich glaube, du bist da auch was ganz, ganz Großem auf der Spur. Weil die Leute, die die Bielefeld verheimlichen sollen, sollen ja auch immer viele über Bielefeld reden, weil... Ne? Damit es nicht auffällt, dass es das nicht gibt. So. Obacht. Obacht. So, regen sie ein. Ich war da schon, es existiert. Ja, 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 ja. Genau. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Wenn Extrovertierte nichts essen, machen die dann auch nicht groß? Ja, wie denn auch, ne? Wie denn? Da ist ja nichts. Du willst zu Ende essen? Ne, das ist jetzt vorbei. Womöglich kommt dein Essen noch aus Bielefeld, dann hast du ja eh nur Luft. Regional eingekauft oder so. Ja, ja. Ne, es ist logisch. Ich überlege gerade, wie diese tolle Verabschiedung von Jonathan Frakes war. Mir fällt nur noch ihr Jonathan Frakes ein. Mehr, aber nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wie das ging. Fuck. X-Faktor, das Unfassbare. Hast du wohl eine Verschwörung gegen dich im Gange? Ja, wie das jetzt passiert ist, kann ich mir auch nicht erklären, Amy. Keine Ahnung. Amy, Extrovertiert Partner und ist was. Jetzt wird's wild. Ja, ja, ja. Ob dies eine wahre Geschichte ist oder ob wir sie vielleicht doch nur angeflunkert haben? Wir werden es nie erfahren. Ihr Jonathan Frakes. Aus. Sendung vorbei. Niemand wird jemals die Auflösung erfahren. Schade. Du hast mal gelesen, dort, wo Bielefeld sein soll, gibt's einen Eingang zum Inneren der Hohlerde. Oh mein Gott. Wird der von, 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 von irgendwelchen Wächtern, die auf T-Rexen reiten, bewacht oder sowas in der Richtung? Wahrscheinlich, ne? Oh mein Gott. Das mit dem Extrovertiert hast du zurückgenommen. Ja, viel, viel zu spät. Viel zu spät. Wir sind, wir sind ja auf der Spur. Ich hab's also auch gelesen. Ja, ja. Natürlich hab ich das gelesen. Hohlerde, Echsenmenschen, T-Rexe. Ach, schön. Hervorragend. Konnten Sie heute den schmalen Grad zwischen Wahrheit und Fiktion erkennen, oder haben wir Sie aufs Eis geführt? Und da, ja, 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 das, ja, das ist einer der, ja. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Oh, ich muss irgendwann nochmal X-Faktor gucken. Es ist einfach großartig. Ich hab Haare auf meinem T-Shirt. Also nicht meine, sondern Hundehaare. Naja. X-Faktor fandest du immer klasse. Ja, es ist super. Es ist richtig super. Die haben ja allerdings irgendwann mal jetzt vor ein paar Monaten, glaube ich, also RTL 2 hat das versucht, einen Relaunch davon zu machen. Und der war halt, ich muss zugeben, Gongs Auftritt darin war cool, aber der Rest war halt, das waren halt einfach nur Laien-Schauspieler. Sie hatten zwar Jonathan Frakes und alles andere mit dabei, aber das war halt nicht gut. Was ist das für ein Lied im Hintergrund? Okay, cool. Ja, nice. Das Lied ist schön. Fahrstuhlmusik. Ja, total. Für alle, die wissen wollen, was das für ein Lied ist. Wir haben noch dieses Commander und ich hoffe, es geht noch. Ja, es geht noch. Nice. Gut, hier im Chat sieht man es nicht, aber ja, ich kann es leider nicht aussprechen, sonst würde ich sagen, aber... Klingt nach dem ersten Sims. Mich erinnert das total an eine Stadt in Final Fantasy 15. Ich habe aber vergessen, wie die heißt. Die, wo dieses Kraftwerk in der Mitte steht, die eher so mediterran angehaucht war. Ähm, daran erinnert mich das. Und zwar total. Und jetzt muss ich das dann mal ganz kurz nachlesen. Äh, was denken Sie? Waren unsere Geschichten echt oder frei erfunden? Hat Mr. Jones wirklich den Geist seiner Frau Rasenmähen gesehen? Oder haben wir sie im Garten an der Nase herumgeführt? Hat der kleine Timmy wirklich die roten Augen des Kindermädchens in der Küche gesehen, die ihn vor einem schrecklichen Geheimnis bewahren sollten, wollten? Oder hat er wirklich nur die Leuchten der Alarmanlageleuchten gesehen? Konnten Sie den Grad zwischen Wahrheit und Fiktion erkennen? Haben Sie vielleicht, äh, haben wir sie vielleicht doch in das Licht geführt? Das war X-Faktor. Ihr Jonathan Frakes. Ja, normalerweise war es immer eine Werbepause und danach die Auflösung, ne? Hahahaha. Der Relaunch war irgendwie nicht so das, was es, nee, nee. Der Relaunch von X-Faktor. Ich glaube, danach kam auch nichts mehr, ne? Es war so ein Versuch von RTL 2 und viele Leute haben es an sich gefeiert, dass es zurückkam, aber ich glaube, die Stimmen waren halt einfach zu negativ. Das waren halt Laien-Schauspieler und das halt nicht mal gut. Und, äh, ja, wie gesagt, bis auf Gronk da drin, der sein Gronk Stradamus gespielt hat, ähm, was übrigens eine hervorragende Rolle für ihn war, muss ich zugeben, war das halt echt kacke. Also, ja. Und ich meine Lestalum in Final Fantasy XV. Genau, 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 genau die. Genau die. Wobei sich er an den Galdenkai erinnert? Echt? Nee. Obwohl, ja, doch, na, ja. Doch, tatsächlich. Stimmt eigentlich, ja. Das passt tatsächlich mehr. Ja, gut, okay. Ja. Die Ami-Schauspieler von X-Faktor waren schon schlecht, aber die Deutschen waren nochmal viel schlechter. Ja, ja, das war echt, äh, ja, das ist richtig. Das ist richtig. Du kannst das Spiel mittlerweile so gut, ich hab's ja selber zwei, nein, drei, dreimal, glaube ich, durchgespielt oder so. Also, es ist jetzt nicht so, als wüsste ich nicht, wo ich mich in Final Fantasy XV zurechtfinden muss. Aber, ähm, ja. Es ist ein schönes Spiel. Es ist wirklich ein schönes Spiel. Ich mag tatsächlich auch die Story. Auch wenn sie es manchmal echt zieht. Das Ende ist ein bisschen zu lang, in meinen Augen. Aber dafür umso epischer. So, ähm, nein, doch, oh. Klassiker. Ähm, ich verschwinde jetzt mal an den Lurk. Ich spielst ihn bei Xenoblade Chronicles 3. Alles klar, dann Dankeschön für den Lurk. Dankeschön. Ähm, ja. Ja, ich würde sagen, wir haben auch unsere Talkrunde jetzt, äh, erfolgreich hinter uns gebracht. Ähm, sowas in der Richtung. Ähm, das heißt, ich würde euch jetzt mal ganz, ganz kurz in die Pause schicken. Ja, ihr könnt ja mal versuchen, Tetris zu spielen. Und da ist auch Lilith. Hallöchen. Ähm. Ja, und dann, äh, starten wir mit Haiku durch. Mit dem Spiel, das da im Hintergrund schon die ganze Zeit nicht läuft. Sondern Screenshots davon durchwechseln. Aber das, das würde ich heute noch ganz gerne durchbekommen. Jetzt gibt's Dark Souls. Nein, nein, Dark Souls ist nicht installiert. Nein, nein. Das ist nicht installiert. Also der erste Teil, der dritte schon noch. Ich glaube sogar der zweite Teil ist installiert. Ist der zweite Teil installiert? Lasst mich das mal nachschauen. Ja, ist tatsächlich installiert. Warum auch immer. Aber gut. Ähm, genau. Ich schicke euch kurz in die Pause und dann, äh, Ah, sehen wir uns gleich wieder zu Haiku, ne? Ähm, und, äh, äh, ähm, 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 Eol hat ja irgendwas geschrieben. Du haust dich raus. Hau dich nicht zu stark, ne? Du musst morgen noch arbeiten. Und viel Erfolg dabei. Komm gut durch den Samstag. Wir sehen uns, ne? Wir, wir, wir sehen uns. So, und wir, wir, wir sehen uns auch. Und, ähm, ja. Ja, bis, äh, bis gleich, ne? Warte mal, welchen, welchen Knopf muss ich drücken? Den hier. Ja, das ist der Richtige. Ihr spielt heute Tetris, ne? Das, das kriegt ihr hin. Das kriegt ihr hin. So. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. und 3. 4. 7. 8. 10. 10. 11. 1 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Spannend! Ich muss euch gleich mal ein Foto zeigen. Ich muss nur erstmal gucken, dass ich das hochlade, um es runterladen zu können. Ihr macht das, ne? Weil dann lade ich mal eben noch kurz ein Foto runter, damit ich euch das zeigen kann. Wie ich es ja mir gerade vorgefunden habe. So. Ähm, shit. Da, da, da. Ja, hervorragend. So. Hey, Sploop. Hallöchen, Hallöchen. Was, du steppst gerade ins Viertel und bist über den Titel verwirrt. Wo ist denn ambivertiert? Das hatten wir tatsächlich, äh, ganz, ganz kurz vorhin mal, ähm, angesprochen. Das, das kam tatsächlich vor. Aber wir sind auch gerade beim Wechsel, ähm, hin zum, äh, hin zum Spielen. Aber hi. Aber ambivertiert war mir tatsächlich neu. Das kannte ich noch nicht. Hm, hm. Das kannte ich tatsächlich noch nicht. Du meinst aber nicht mit Viertel zufälligerweise das Bremer Viertel, oder? Weil es gibt hier ein Viertel, das wird Viertel genannt. Und jetzt bin ich massiv verwirrt. Hm, 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 hm. Ähm, so, ich kann aber auch schon mal den, den Dings ändern, den, äh, Titel und, ähm, blub. Du steppst in sämtliche Viertel, egal wo du bist. Ah, oh, okay, okay, gut, weil sonst, äh, ja, hat mich das jetzt echt verwirrt. Ähm, obwohl, das hat's schon. Das hat es schon. Ich merke mal an, ähm, ihr könnt das hier noch retten, ne? Ähm, so, so, okay, fertig. So, Kategorie und Titel sollte sich gleich anpassen. Das hab ich nämlich dann schon mal erledigt. Wunderbar. Aber wie geht's dir, Blub? Ich hoffe, alles gut bei dir. So weit. Leute, strengt euch an. Ihr packt das. Obwohl, ab jetzt ist definitiv fies mit Delay. Oh Gott. Ja, ich hab's grad gesehen. Easy war tatsächlich zu spät. Es sind halt nur wenige Sekunden, bis das da unten ist, ne? Das sind jetzt, keine Ahnung, von hier aus sechs Sekunden und dann sind die Teile schon mehr oder weniger da, wo sie sind. Vielleicht sieben Sekunden. Und wenn ihr vier Sekunden Delay habt, dann wird's schon... Huuuuh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das hat Potenzial. Das hat richtig Potenzial. Ja, das nicht mehr. Ähm. Du dachtest, du kannst es drehen? Ja. Oh. Oh. Das wird der schiefe Turm zu Tetris. Ja. 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 Oh nein. Sehr schade. Sehr schade. Aber als kleine Aufheiterung. Guckt mal hier. So liegt mein Hund gerade hinter mir auf der Couch. Tiefenentspannt. Absolut tiefenentspannt. So. Ein wunderschöner Kackhaufen. Oh nein. Schon wieder Kacke. Ja. Das ist jetzt euer kleines Trostpflaster. Schaut. Ich streichle den Hund auch quasi virtuell gerade hier so an der Schulter. Ihr seht die Hand da. Ich graule hier so ein bisschen am Hals hier. Ich ärgere sie ein klein wenig an den Pfoten. Ich rubbel ihr den Bauch. Das sollte man nicht so oft machen. Manchmal kommt ein Furzhänden raus. Ich bube sie auf die Nase. Bup. 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 So. Ja. Genau. So viel dazu. Dann. Haiku. Aktual. Oh. Ja gut. Stimmt. Das hat ein Patch bekommen. Oh. Haiku ist jetzt auf Deutsch. Also das Spiel wurde jetzt auf Deutsch übersetzt. Was toll ist irgendwie. Dann muss ich das nicht mehr tun. Wow. Hi, ich bin Benni. Ich bin hervorragend auf diesen Stream vorbereitet. Absolut hervorragend. Dann machen wir mal diesen hier. Dann machen wir diesen hier. Yay. Ja, großes Yay tatsächlich. Ich bin so schlecht im direkten Übersetzen. Ich verstehe zwar alles, was da steht. Aber das irgendwie selber nochmal rüber zu bringen. Ist furchtbar schwierig. Ja gut. Ja gut. Lass über Kacke reden. Ja, nee. Sammy hat heute schon gekackt. Das finde ich gut. Da muss sie nachher wahrscheinlich nicht mehr. So. Viel, viel erfreulichere Dinge sind das. Das hier das Spiel. Unter anderem da, wo es gerade im Chat erscheint. Kaufen könnt. Momentan auf Steam. Und auf it.io. Bald glaube ich auch auf der Switch. Ich glaube sogar jetzt auch schon auf der Switch. Nicht sicher. Ach so. Settings. Language. Guckt mal hier. Deutsch. Hervorragend. Das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Guckt mal. Da steht Spielen und Einstellungen und Credits. Bei den übersetzen. Game und zack. Die Hersteller haben einsehen. Ja. 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 Tatsächlich ja. Der Entwickler hat tatsächlich auf meinen Kommentar auf Twitter geantwortet. So von wegen. Cool ist jetzt auf Deutsch. Ich glaube Chinesisch und Japanisch waren die neuen Sprachversionen. Und ich habe dazu geschrieben. Ja toll. Und ich habe jetzt quasi alles direkt on the fly übersetzt. Und dann kam Nuss als Antwort zurück. Ja. Ich habe heimlich zugeschaut und habe deine Übersetzung genutzt. Und ich so. Oh nein. Bitte nicht. Ich glaube das war länger in der Mache. Aber. Falls das meine Übersetzung wäre. Dann hätten wir jetzt auch keinen Vorteil davon. Aber es ist schön. Es ist. Ja. Ich könnte die Texte so ohne weiteres übersetzen. Aber. Schriftlich. Nicht sprechen. Das muss nicht. Dann wünsche ich dir mal viel Spaß. Schaust nachher vielleicht nochmal rein. Brick. Gerne. Gerne. Dir auch viel Spaß bei dem was du jetzt vorhast. Wir bleiben immer anständig. Wir reden nur maximal über Kacke. Und. Ja. Dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal. Aber wir sind auf jeden Fall noch eine Weile online. Weil das Spiel will ich heute durchbekommen. Das ist quasi die Mindestanforderung heute. Du liebst es wenn Entwickler zuschauen. Nein. Er hat nicht zugeschaut. Aber das. Ne. Ich habe halt erwähnt. Dass ich es on stream übersetzt habe. Und dann kam halt der. Etwas. Seht ihr. Da ist schon wieder ein deutsches Wort. Das fehlt. Das fehlt. Der etwas snarky Kommentar quasi. Aber es könnte durchaus sein. Dass ein oder zwei Spieleentwickler hier öfter mal reinschauen. Das ist durchaus schon vorgekommen. Beenden ist falsch geschrieben. Ja da steht beendien. Das ist richtig. Falls euch hier Fehler auffallen. Merkt euch die. Weil vielleicht kann ich die dem Entwickler einfach nochmal zukommen lassen. Weil ich werde das vergessen. Dass da Dinge falsch sind und so. Aber vielleicht können wir da aktiv ein bisschen in die Spieleentwicklung mit eingreifen. Was das angeht. Das ist auch ganz cool. Clipped Schreibfehler. Clipped Schreibfehler. Ja. Perfekt. Perfekt. Absolut. Ich übersetze auch live richtig gut. Oh. Findest du? Ich finde es furchtbar. Aber das ist. Ja. Nee. Ich finde es ganz ganz schlimm. Ich finde es ganz ganz schlimm. Moment. Ich warte kurz. Ob der Clip von Easy durch geht. Oh ja. Oh ja. Okay. Gut. Du hast noch nie geklippt. Wie lange geht ein Clip rückwirkend denn? 30 Sekunden. Also wenn du es über das Clip Command machst. Dann ist es ein bisschen schwierig. Weil dann hat der Clip halt den Titel vom Stream. Und. Genau. Dann sind es halt wirklich exakt genau die 30 letzten Sekunden. Die seit diesem Clip oder vor dem Clip Command stattfinden. Wenn du manuell Clip, weiß ich gar nicht. Ich vermute dadurch, dass wir keine Watts haben, kann man auch nicht nachträglich clippen. Du hast da glaube ich so ein Fenster von eineinhalb oder zwei Minuten zur Auswahl. Ähm. In dem du noch hin und her sliden kannst und zusammenschneiden kannst. Aber ich clippe auch relativ selten. Und ich habe vor allem bei mir noch nie geklippt, seit wir keine Watts mehr haben. Also nicht auf Twitch. Gefühlt zwei bis drei Minuten. Ja, kann sein. Wie kann man denn manuell clippen? Auf die kleine, ähm, auf die kleine Filmklappe im Player klicken. Ähm. Das ist das Clip-Symbol. Das ist die beste Filmklappe, die ihr jemals gesehen habt. Ist richtig gut und du lobst selten. Dann nehme ich das Lob gerne an. Ich finde es immer noch selber furchtbar. Weil es irgendwie so stockend ist, wie ich finde. Aber, äh. Das, 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 das freut mich. Das freut mich, dass ich doch halbwegs gut übersetzen kann. Auch wenn mir manchmal tatsächlich deutsche Worte fehlen. Das ist auch noch so eine Sache sein. Da müsste zumindest im Desktop-Player eine Klappe sein. Mobil auch. Mobil auch. Ähm, aber mobil clippen ist, ähm, sagen wir es mal so, nicht, macht nicht unbedingt so viel Spaß. So. Gut. Hat noch nie so eine schöne Filmklappe gesehen. Ja. So. Spielen, Leute. Spielen. Wir sind offensichtlich in den Wasserleitungen. Mobil nutzt du nicht. Äh, darum hast du bei mobil immer nur begrenzte Ahnung. Ja, mobil ist, ja, wild. Nennen wir es mal wild. So. Ähm. Äh, ich weiß nicht mehr, wo wir waren. Äh, ich weiß nicht mehr, wo wir waren. Lass mich mal gucken. Das hier ist die Map. Ach ja. Okay. Cool. Wir könnten, glaube ich, nach links gehen. Wir waren hier irgendwie rechts. Warum ist hier links nichts? Warum, warum, warum fehlt hier, hoppala. Warum fehlt da Karte? Wie, wie, was? Da war auf jeden Fall ein Boss. Und hier hinten haben wir den sagenhaften Doppelsprung bekommen. Hier, guckt euch das mal an. Doppelsprung. Und der geht richtig ab. Der geht richtig hoch. Guckt mal, wir hauen uns sogar oben die Birne an. Das heißt, wir haben jetzt ganz, ganz viele Dinge noch anzugucken. Die wir bisher nicht gesehen haben. Au. Und, ähm. Genau, wir haben jetzt ganz, ganz viele Dinge, die wir uns noch anschauen können. Und das wird auch wichtig, weil wir haben schon auch noch das eine oder andere ganz allgemein vor uns. Oh Gott. Und ich habe diese dämlichen Dinger hier vergessen. Wie war denn heilen? Das war heilen. Sehr gut. Ist gut zu wissen. Dann kannst du dir das demnächst auch sagen, wenn das Thema aufkommt. Ja, Mobilklippen, wie gesagt, macht, also unter Android macht es nicht so den riesigen Spaß. Aber es geht. Man kriegt schon hin. Es ist noch ein bisschen mehr buggy als am Desktop. Aber funktionieren tut es. Wenn auch nicht perfekt. Aber was auf Twitch funktioniert schon perfekt. Au. Das muss man auch dazu sagen. Wurdert weiter ihre Ofenkartoffeln mit eingelegtem Hering. Oh. Oh. Das klingt schon, das klingt schon ganz nice, ne? So. Okay. Genau das da. Da waren wir schon. Das haben wir uns schon angeschaut, offensichtlich. So. Doof Ding. Geh mal bitte put. Ähm. Wunderbar. Du hast dich von E.O.L. inspirieren lassen. Ja, Ofenkartoffeln ist halt auch was Leckeres. Muss man halt auch einfach mal dazu sagen. So. Erster Text. Unsere synthetischen Körper sind strahlungsanfällig. Sie zerstörte unsere Heimat, als sie sich durch das Wasser ausbreitete. Sie zerstörte unsere Heimat, als sie sich... Achso. Wir suchen Zuflucht in Arcadia, aber wir sind hier nicht willkommen. Jetzt ist die Frage, wer ist sie? Ist damit das Virus gemeint? Das ist jetzt tatsächlich gerade eine Frage, die sich mir stellt. Da, la. Die Strahlung? Ja, könnte auch sein. Ich bin nicht mehr sicher. Au. Au, au, au. Bumm. So. Kurz mal reparieren. Hm. Die Strahlung verbreitete sich übers Wasser. Das wäre nicht so... Au. So unwahrscheinlich. Okay. Stimmt, wir können ja auch ins Wasser. Da war was. Und wir können das hier. Das können wir aber schon lange. Oh, hallo. Waren wir da schon? Da waren wir schon. Warte mal, hier unten geht es möglicherweise lang. Ach, stimmt. Und wir können ja... Uh. Wir können ja so viel geilen Scheiß inzwischen. Au. So, bum, bum. Doppelsprung. Wir können ins Wasser. Das ist alles so gut. Wir haben... Wir können durch Wände. Oh. Du hast ja zwei Tage einen Jeep auf Matthias. Ja, das mit... Mit einem Jeep haben, habe ich auch noch nie gehört. Aber Matthias ist auch lecker. Matthias ist... Ah. Schere. Matthias ist auch echt was Geiles. Oh, ja. Ähm. Ah, nein. Oh, ähm. Da kommen wir nicht durch. Warum kommen wir da nicht durch? Oh. Ja, Scheiße. Scheiße. Oder heißt es Jeep? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne es als Heißhunger. Oder Lust. Oder Bock. Oder... Irgendwie sowas in der Richtung. Höchst. Ähm. Okay. Das heißt, wir müssen da nochmal andersrum. Gut. Das kriegen wir wohl hin. Weil möglicherweise habe ich auch eine Idee, wo wir dafür hin müssen. Ich würde das Ganze gerne... Hier drüben natürlich mitnehmen. Äh. Wir müssen jetzt erstmal darüber... Und vielleicht ist da irgendwo eine Wand, die wir kaputt machen können. Au. Au. Können wir da eigentlich rein? Ach so. Ja, aber nicht... Nicht sonderlich tief. Oh, wir hatten ja auch noch... Oh, richtig. Wir können ja auch noch Kugeln. Und wir hatten ein... Stimmt. Wir können auch noch explodieren. Oh, wir können inzwischen so viel. Das ist so gut. Wir können einfach gefühlt alles. Das ist richtig nice. Jeeber. Unter Appetit versteht man einen psychischen Zustand, der sich durch das lustvoll geprägte Verlangen etwas Bestimmtes zu essen auszeichnet. Damit unterscheidet er sich als psychologisches Phänomen von dem in erster Linie physiologischen Gefühl des Hungers. Das Gegenteil von Appetit auf eine Speise. Punkt, Punkt, Punkt. Wikipedia slash Appetit. Also Appetit. Jeeber. Ja, das habe ich tatsächlich schon mal gehört. Das ist ein Wort, das mir geläufig ist. Hört man nicht oft, aber kenne ich zumindest. So, äh... Warte mal, die Dinger dürften uns jetzt nichts mehr ausmachen, oder? Oh, guckt mal! Wir sind die ultimative Maschine. Wir können im Wasser stehen. Hahaha. Oh, warte mal. Nein. Aha. Schaut mal hier. Oh, hervorragend. Ja, wunderbar. Wunderbar. Sehr gut. Wir können nur die Beschreibung in der Fähigkeiten lesen und besser entscheiden, welche wirklich brauchbar ist. Ja, aber das konnten wir vorher auch schon. Daran ist es ja nicht gescheitert. Also, würde ich jetzt mal behaupten. Nee, daran ist es definitiv nicht gescheitert. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Aber eine Fähigkeit fehlt uns noch. Eine fehlt uns noch. Eine einzige. Wir sammeln erst mal wieder ein bisschen Geld, weil, warum nicht? Und dann gucken wir mal, wo wir hin müssen. Und dennoch habe ich wild getestet und habe festgestellt, dass es mir trotz Übersetzung nicht gefallen hat. Ja, aber das ist ja normal. Man muss ja ausprobieren, ob einem der Effekt gefällt. Das hat ja nichts mit Übersetzung zu tun. Nur weil da steht, dass das da ist, heißt das ja nicht, dass es zur eigenen Spielweise passt. Das sind ja zwei Paar Schuhe. Das sind ja tatsächlich zwei Paar Schuhe. So. Du bist noch mal im Lurk ein bisschen chillen. Wurdest du jetzt erfolgreich verkuppelt und musst jetzt mit deinem neuen Partner chillen. Obwohl, nee, warte mal. Du warst ja extrovertiert. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich verstehe, du hast ein CIA-Meeting. Alles klar. Viel Spaß dabei. Es tut mir leid, ich muss das jetzt so durchziehen. Gib die Schuld, Eol. Der nicht mehr da ist. Gib die Schuld, Eol. Der ist nicht mehr da. Das passt schon. Der kann sich gerade nicht wehren. Okay, wir gehen mal nach links, glaube ich. Ein Meeting über Bielefeld. Ja, ja. Exakt genau das. Neue Täuschungsstrategien 2022, vorausschauend auch auf 2023 bezogen. Ahem. Ahem. Ah. Oh. Oh. Wir kommen jetzt hier. Oh. Wir kommen da jetzt hoch. Oh, Rasenmäher. Hallo. Wir waren dem ziemlich egal, ne? Sehr schade eigentlich. Oh. Wahrscheinlich sogar in Bielefeld. Oh mein Gott, ja. Achso, du willst mit der Maus zeigen über die Map fahren, um zu gucken, wo noch offene Wege sind. Das ist mir auch schon so oft passiert, dass ich das in irgendwelchen Streams oder so machen wollte. Also, einfach mal kurz die Kontrolle übernehmen und mal nachschauen. So. Okay, ist in Ordnung. Ich wollte nur das Geld haben. So. Okay. Oh, schön hier. Guckt mal, Blümchen. Tolle kleine Blümchen. Oh, was ist denn das? Ähm. Da. Wat? Oh. Kleines Kind. Schau, wie du gewachsen bist. Vergib mir, was ich geworden bin. Ähm. Errungenschaft freigeschaltet. Origins. Mama? Ich glaube, wir haben Mutti gefunden. Ähm. Mama? Hey. Oh. Aber Hauptsache, sie hat uns erstmal eine Watsche gegeben, ne? Klassiker. Du warst unartig. Okay. Das war ein Achievement. Mehr war das nicht. Oh. Oh mein Gott. Du schon wieder? Hallo. Hi. Hallo. Oh, wartet mal. Wartet. Wartet. Ähm. Hallo? Hallo? Hm? Hallo? 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 Da. Ja, da. Du hast die Überreste der Verräterin, äh, der Verratenen gefunden. Seine Infektion ist direkt durch dich hindurchgegangen, aber du bleibst frei von Verderbnis. Es scheint eine tiefere Verbindung zwischen euch beiden zu geben. Eine, die mir noch unbekannt ist. Irgendetwas beunruhigt mich immer noch. Das Virus hat seinen ursprünglichen Zweck erfüllt. Es eliminierte sein Ziel, dennoch breitet es sich immer noch über das Land aus und verursacht Störungen. Könnte es möglich sein, dass das Virus mehr ist? Eine Mutation zwischen dem, für das es bestimmt war, und seinem Ziel? Fump, weg. Repariert mal jemand das Radio? Das ist halt so. Da kann ja ich nichts dafür, dass der Typ kaputt ist. Mutti kam gleich mit ihrem Schlappen raus. Lange ich gesehen, Kind. Schön, ja, hervorragend. So beginnen meine Familienbesuche auch immer. Hallo, Kind. Batsch. Wer kennt's nicht? Die liebevolle Willkommenswarte. Sie meinen's ja nur gut. So. Was du versuchst, an mir zu schrauben, das hab ich als Kind schon mal probiert. Mit nem Schraubenzieher im Bauchnabel hat nicht so funktioniert. Mein Opa hat immer behauptet, wenn ich da nicht ab und zu mal nachziehe, fällt mir irgendwann der Arsch runter. Ich hätte ihm nicht glauben sollen damals. Glaubt nicht euren Opas. Zumindest nicht alles. Ja, schön. Der Opa hatte Humor. Ja, war großartig. War tatsächlich großartig. So. Ich muss gleich mal gucken, wo wir überhaupt hin müssen. Ich hab das Gefühl, dass ein Bahnhof gerade ganz, ganz, äh, also nicht ganz doof wäre. Okay, Bahnhof wäre über uns. Es ist die Frage, hatten wir, wir hatten, wir hatten, wir hatten, wir hatten. So, wir hatten definitiv offene Wege. Da ist ein offener Weg. Nummero eins. Da oben ist ein offener Weg. Nummero zwei. Der könnte aber auch möglicherweise tatsächlich zu sein. Nicht sicher. Ähm, wir hatten hier, da ist auch noch ein offener Weg. Da könnte man jetzt auch hier, ähm, möglicherweise rüber gehen. Hier war auch noch irgendwas offen. Mhm. Da oben vor allem. Hier noch. Und hier drüben auch noch. Hier im Startgebiet war auch noch, da war ein offener Weg. Da war ein offener Weg, der wieder nach rechts führt. Und ich glaube ansonsten, da ist auch noch was. Dieser Durchgang hier in der Mitte. Wobei ich mir da nicht ganz sicher bin, ob wir den nicht sogar schon mal hatten. Ähm, ansonsten glaube ich, sind wir ganz gut dabei, was die Wege angeht. Ja, dann gehen wir jetzt mal zum Bahnhof und fahren mal wieder zurück ins Wassergebiet. Ist total sinnvoll, weil da kommen wir eigentlich gerade her. Und schauen da mal nach zwei offenen Wegen, die möglicherweise noch da sind. Zum Beispiel auch hier hinten noch einer. Ja, wir gucken. Wir gucken. Warte. Aufzug war über uns. Aufzug war über uns. Ähm. Wie weit über uns? Hi. Hi. So. Au. Warum bist du nicht... Okay. Cool. Schön. Was der Clip ist, der Beweis für meine Drolf-Persönlichkeiten. Nur Drolf? Das wäre ja noch wenig. Das wäre ja noch wenig. Oder ist die Tat auch noch gleich? Ja, hervorragend. Ja, super. Dann haben wir jetzt... Ja, dann haben wir alles. Hi, Daniel. Hallöchen. Einen wunderschönen Abend. So. Trotzdem, es geht allen gut. Es ist... Es ist... Es ist hervorragend. Wir hatten heute schon alles. Hier wurden Leute verkuppelt. Wir haben Dinge entlarvt. Wir haben festgestellt... Ähm... So. Wir haben festgestellt, dass Bielefeld tatsächlich nicht existiert. Und dass das eine CAA-Verschwörung ist. Gut, das wusste man. Aber... Ähm... Ja. Und... 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 Und wir haben über Essen und über Kacke geredet. Ähm... Also es könnte fast nicht besser sein. Hahahaha. Es könnte fast nicht besser sein. Ich hoffe, du bist auch gut durch die Woche gekommen. Jetzt muss man erstmal gucken, wo wir jetzt sind. Wie gesagt, wir haben hier noch offene Wege. Und einer davon ist gleich hier oben am Ende dieses Raums. Oh mein Gott. Yondos Pfeil. Tod. So. Waschmaschine. Okay. Sehr gut. Liebe Spannung, Existenzkrise und Mist. Geil. Ja, oder? Voll gut. Hahahaha. Gibt's auch nur hier im Chat. Dieses Drama. Der Gefühle und Begehrlichkeiten. Äh. Au. Zwei Piranhas. Wer hat denn diesen Viechern erlaubt, überhaupt hier zu wohnen? Was ist denn das? So. Und Ofenkartoffeln. Und eingelegte Fischgerichte. Und Jeeper. Als Wort. Von dem niemand so recht wusste, wo es herkommt, was es bedeutet. Außer Adel. Der hat Wikipedia aufgerufen. Oh. Hallo. Oh, hi. Dich kennen wir doch. Rusty. Ach, hallo. Ich hatte gehofft, ich würde dich wiedersehen. Ist das nicht ein wunderbarer Ort? Wer hätte gedacht, dass es in einem Land voller Ruinen eine solche Schönheit geben kann? Die Welt ist groß und schön, mein Freund. Es ist eine Schande, dass die meisten von uns leben und sterben, bevor sie jemals alles gesehen haben. Ach, übrigens, unterwegs gab mir ein Typ namens Ritzel diese Marke. Ehrlich gesagt habe ich nicht viel Verwendung für sie, da ich gefahren aus dem Weg gehe. Aber vielleicht willst du sie? Barsch-Stationsmarke. Barsch. Barsch. Sitzstangenstation. Warum heißt das jetzt erst Barsch und jetzt Sitzstangenstation? Aber Sitzstangenstationen sind die, ähm... Das sind die Bankdinger, quasi. Das ist in Ordnung. Okay, da können wir nichts machen. Hier ist ein Schalter. Das ist ein langer Aufzug. Wir gehen nochmal zurück. Und die Themen drehten, äh... Was drehten sich im Kreis und schlossen sich immer wieder aneinander an? Da wäre Maurice... Äh, was... Wie spricht man das aus? Mauriz Cornelis. Stolz gewesen. Spricht man den... Den... Spricht man das so? Ich hoffe... Spricht man, wie man schreibt? Okay, sehr gut. Das sagt mir nämlich nichts. Wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, gehört habe ich das schon mal, aber ja. Jeber, ja. Du kannst es auch bei euch, heißt es, äh... Einen Heeper auf was haben. Sag mal wahrscheinlich überall anders. Du wusstest schon, was Böse, Alter, meint. In Bayern ist es einfach... Ich hab Hunger. So. Fertig. Das ist relativ einfach. Bayern sind da nicht so schwierig. Die sagen... Ich hab Hunger. Gib mir was zum nächsten. Fertig. So. Läuft. Mehr braucht es nicht. Am Ende steht ein Schnitzel auf dem Tisch. Oder Weißwürste. Und alle sind happy. Perfekt. So. Was ist das hier? Ein... Oh. Oh. Ein Chipssockel. Ein blauer. Oh. Ich hatte ja eigentlich schon fast vermutet, dass das, ähm... Dass wir nicht mehr mehr Sockel bekommen. Aber offensichtlich bekommen wir doch noch ein paar mehr. Okay. Das hat sich schon mal sehr gelohnt. So. Er ist so bekannt als MC Mauritz Cornelis Escher oder MC Escher, niederländischer Künstler. Oder Finder von unmöglichen Formen, wie zum Beispiel die allbekannten MC Escher Treppen. Ach so. Der ist... Oh. Der, der ist das. Ja, okay. Der ist das. Und die zwei Hände, die den Ärmelkragen des jeweils anderen zeichnen. Oh ja. Oh okay. Ja, ja. Dann weiß ich zumindest um wen es sich handelt. Ja. Hervorragend. Dann, äh... Ja. Okay, wir merken uns mal den Aufzug, ähm... Hier in die Fabrikeinrichtung gehen wir gleich nochmal zurück. Ich will aber als... Also... Ich will aber als allererstes nochmal hier unten schauen, weil da sind auch noch zwei, drei offene Wege. Und dann haben wir bestenfalls hier das Gebiet komplett abgeschlossen. Das wäre ganz schön, wenn wir das schaffen, weil dann müssen wir hier nicht nochmal hin. So. Okay. Immer wieder faszinierend, wie ich immer wieder ins Bayerische rutschen kann. Mein Bayerisch hat sich inzwischen sehr verändert. Tatsächlich. Also ich spreche ja eigentlich kaum noch, ähm... Wenn ich spreche, dann halt mit meiner Family und sonst eigentlich mit niemanden. Ähm... Das war anfangs auch noch nicht, äh... Auch noch nicht so, als ich hier nach Bremen gezogen bin. Habe ich tatsächlich auch im Büro bayerisch gesprochen, weil die wussten alle, wie das geht bei mir. Wie das klingt. Ähm... Es wurde erst mit der Zeit weniger. Aber inzwischen ist mein Bayerisch schon auch... Ich sag mal, hochdeutscher geworden. Klingt jetzt irgendwie merkwürdig, aber es hat schon so... Gewisse Dinge jetzt einfach übernommen. Au! Warum haue ich hier auf das? Was sind das eigentlich für Viecher hier? Das sind doch Waschmaschinen oder sowas in der Richtung. Äh... Hier drüben geht's rein. Auf seine Reise in die Unendlichkeit ist super brillant und verwirrend anzusehen. Aber da bin ich mir nicht sicher, ob ich die kenne, wenn ich ehrlich bin. Da bin ich mir nicht sicher. Ah! Oh! Oh, du Freund! Oh, du Freund! Oh! Guck mal, ich streichle dich! Oh! Schnucke! Ah, ja, hier... Oh! So, Entschuldigung. Hallo. Hallo, Außenseiter. Bist du gerade aus diesem dunklen Ort gekrochen? Oh, wir gehen da nicht runter. Wir haben es vor langer Zeit abgeriegelt. Diese bizarren Maschinen sind schmutzig. Wenn wir ihnen den Zugang nicht abschneiden, würden sie das saubere, fließende Wasser blockieren. Okay. Also, wir gehen da runter. Ins Dunkel. Schneckenbottbau. Bist du lieb? Hier ist er... Hier ist er tatsächlich lieb. Oh! Oh! Ein Außenseiter? Bitte erzähl mir, wie es außerhalb des Baus ist. Ach nein. Der Älteste sagt, ich darf nicht mit Außenstehenden sprechen. Nicht, bevor ich alt genug bin. Ja, besser ist das. Besser ist das. Nicht mit fremden Leuten sprechen. Das hat noch nie zu was Guten geführt. Oh, warte. Oh! Guck mal nach links oben. Wir kommen näher. Oh, weg. Wir sind wieder weg. Wir kommen näher. Und tschüss. Oh, voll süß. Besser Dialog im Spiel. Der hat bestimmt viel Aufwand beim Übersetzen gekostet. Reinigung, Schnuggi. Sie sind so süß. Ja, die sind voll gut. Voll cool. Okay. Hallo. Oh, spricht auch mit uns. Der Älteste Schneckenbott. Oh, die ewige Gleichung, die uns leitet. Wir sind zurückgerufen. Unser Dienst wird gesehen und wir bleiben hingebungsvoll. Monia Yekute Nave. Tejemona Bilichu Foyane. Chaka. Was? Quartans Project in Progress hat es gerade als Achievement gegeben. Das heißt, wir müssen da auch nochmal hingucken. Vielleicht haben wir inzwischen mehr, also genug Teile gefunden. Oh Gott, was hat Böse Alte jetzt geklippt? Ich habe immer Angst, wenn Böse Alte Clips erstellt. Immer. Tschüss. Bye. Oh, die Schnecke ist voll niedlich. Die sind echt süß. Die sind voll gut. Aber hier geht es irgendwie nicht weiter für uns. Das ist... Obwohl, ist gar nicht... Obwohl. Warte mal. Oh, wahrscheinlich von da unten aus nach da oben. Oh, das würde... Ja, ja, das würde Dinge erklären. Redet ihr in der Sprache der Navi von Camerons Avatar? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht easy. Wartet mal. Ach so, cool. Ich weiß nicht wie, aber es ist in Ordnung. Mein Handy hat mir gerade verraten, dass ich heute genug Schritte gegangen bin und mich offensichtlich genug bewegt habe. Das halte ich für ein Gerücht, weil ich war dabei. Das war weder viel Bewegung noch viele Schritte. Au. So, aber hey. Wo müssen wir hin? Nach links. Hier lang. Da lang. Ist immer gut, weil man beim Laufen dabei ist. Ja, oder? Finde ich halt auch. Aber irgendwie, weiß ich nicht warum, zählt Google Fit momentan... ...falsch, seit ich das neue Handy habe. Jetzt habe ich da drauf das Tracking ausgeschalten. Vielleicht habe ich tatsächlich... Wartet mal. Was sagt denn das Handy... Was sagt denn meine Uhr? Ja, meine Uhr sagt, dass ich heute 8823 Schritte gemacht habe. Ein Achtel davon würde ich vielleicht gelten lassen, weil das dürfte ungefähr das sein, was ich jetzt in der Wohnung rumlaufe. Mehr oder weniger. So viel war es noch gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Es war halt auch scheiß Wetter. Immerhin war zumindest mein Puls heute schon mal erhöht. Ja, leck mich fett, hey. Wenn mittendrin einfach das Internet ausfällt und dein Puls direkt erst mal um 12 Punkte steigt. Das war auch toll, ja. Du konntest so eine Uhr gar nicht haben, die würde jedes Wochenende den RTW rufen, bis jetzt er vermutlich tot. Ja, nee. Also Puls funktioniert erstaunlich gut. Was ich halt sehr faszinierend finde, was ich inzwischen gelernt habe, ist, dass ich einen Ruhepuls von Pi mal Daumen jetzt über die 2-3 Wochen hinweg, die ich habe, die ich die Uhr jetzt habe, von ca. 55 habe. Das ist weit weg von einem Sportler und so, aber das ist kein schlechter Ruhepuls für jemanden wie mich. Und das finde ich schon ein bisschen faszinierend, wenn ich ehrlich bin. Und sonst ist mein Puls so mehr oder weniger so im 80er, 70er. Mittlerer 70er bis mittlerer 80er Bereich. Was jetzt nicht unbedingt super niedrig ist, aber auch nicht super hoch. Und ich finde das schon spannend. Allein dafür hat es sich schon gelohnt. Allein dafür hat sich diese Anschaffung einfach schon komplett gelohnt. So, kurz mal zwischenspeichern. Irgendwie kommt uns das bekannt vor. Da waren wir vorhin schon mal. Und meine Sauerstoffsättigung ist hervorragend, wenn ich schlafe. Das ist auch noch ganz, äh, ganz interessant zu wissen. Das kann aber diese Uhr. Das können halt nicht alle. Ein bisschen Stuff zum Heilen wieder rausholen. Und, äh, ach so, ähm, noch einen blauen Chip ausrüsten. Was haben wir denn noch an blauen Chips? Der Benutzer explodiert automatisch, wenn er Schaden erleidet. Das könnte ganz, ganz wild sein. Mh, reduziert die Anzahl der beim Tod fallen gelassenen Ersatzteile drastisch. Das ist eigentlich ganz nice, weil wir sterben nicht mehr so oft und wir haben mehr als genug. Leitet Wärme effizienter. Achso, und jetzt haben wir ausgerüstet. Kleines Gerät, dass die Anzahl der beim Tod fallen gelassenen Ersatzteile schützt. So, okay. Wir sind Haiku die Kettensäge. Ha, 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 ha. Ahem. Äh, okay Du magst deine Honor auch ganz gern Endlich zu wissen, dass man gar nicht zu viel schläft Ist echt toll Ja, meine Uhr Sagen wir es mal so Mein Schlaftracking wurde tatsächlich besser durch die Uhr Das habe ich ja vorher auch schon getrackt Aber halt über Handy neben mir Ähm, am Bett Was auch, sag ich mal Halbwegs zuverlässig war Nicht perfekt, aber zumindest Für so den groben Überblick War das ausreichend Ähm Ja Aber jetzt sagt das Ding halt knallhart Ja, du pennst halt wirklich zu wenig, du Idiot Uh Automodifikator Was ist denn das? Das interessiert mich jetzt Was ist das? Der, da ist das Verwandelt automatisch den Körper des Benutzers Wenn er auf dem Boden landet Automatisch in das hier, oder was? Okay, spannend Wüsste ich jetzt noch nicht genau Wofür man das braucht Aber gut Schlecht ist es jetzt auch nicht Okay, warte mal Wir gehen erst hier die rechte Seite entlang Da ist nämlich eine Sackgasse Und dann links ist auch noch was Wo wir Dinge tun können Und Hier können wir ganz viel Zeug einsammeln Sehr schön Oh Oh Okay Dass die Dinger hüpfen ist Neu Glaube ich Ja Ja genau Und jetzt kommen wir Da oben raus Okay Das heißt Meine Vermutung hier war tatsächlich richtig Jetzt sind wir hier Bäms Sehr schön Sehr schön Dann haben wir das auch geöffnet Ah Okay Das Sie sagt quasi Okay Sie weiß nicht, dass wir Ob wir von links oder von rechts gekommen sind Okay Ne, passt Passt, 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 passt Dann haben wir dieses Gebiet hier abgeschlossen Dann Können wir nochmal da hoch zum Aufzug Ähm Und uns Nach oben Nach oben in die Fabrik fahren lassen Oder? Ja Das klingt gut Äh Wir müssen erstmal unten lang Au Jedes Mal, ne Jedes Mal So So Jetzt hier lang Ich wollte unten rechts erkunden Da waren wir doch gerade Das ist Ja, ja, nee, nee Unten, unten rechts ist Oh, warte mal Oh, da, 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 da Oh Ha Da war noch Ja, okay Warte Ich dachte, dass unten rechts ist das, wo wir gerade waren Weil das ist auf der Map ja auch ziemlich unten rechts Aber da gibt es noch ein anderes unten rechts Das offensichtlich Äh Noch übrig ist Das Habe ich schon wieder über Oh, fuck Wir müssen uns reparieren Dringend Ziemlich dringend Guter Hinweis Das hätte ich jetzt übersehen Wäre jetzt auch nicht so wahnsinnig wild Weil der Bahnhof ist Relativ nah Aber Muss ja jetzt nicht sein, dass wir das übersehen Äh, das war hier Genau Oh 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 Gott Timing Puzzles Oh, hallo Ho, ho Ich habe nichts gesagt Ich bin sehr, sehr happy, dass wir hier sind. So. Ja, sehr schön. Jetzt müssen wir nur unbeschadet wieder zurückkommen. Okay, das war jetzt. Ja. Okay, passt. Hervorragend. So, jetzt noch mal blaues Gebiet anschauen. Jetzt dürfte aber... Da, da, da oben. Da ist halt auch noch was. Okay, wir müssen nach links, nach oben und dann nach rechts. Ja, da ist auch noch was. Und dann müssen wir da hinten mit dem Aufzug fahren. Das klingt... Gut. Ja. 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 Ja, genau. Hier lang. Hi, Svart. Hallöchen. Einen wunderschönen Abend. Äh... Weiter nach links oben. Okay. Weiter nach links. Oh. Bye. Tschüssi. Wir nehmen die Tram in das Gebiet. Höö? Nach da oben? Nee, da, da geht's ja nicht hin. Also, wir könnten jetzt hier zwar in den Zug steigen, aber da ist ja nichts in der Nähe. Da müssen wir jetzt so oder so hoch. Und von da aus kommen wir da noch nicht hin. Vielleicht ergibt sich da was. Und von hier nach da oben bringt uns ja nichts, weil da könnten wir theoretisch hier drüben aussteigen. Aber hier dieses Stück, diese beiden Dinger, die da offen sind, da kommen wir noch nicht wirklich weiter, glaube ich. Und vielleicht ist das die Verbindung nach da. Obwohl, nee, warte mal, da war auch eine Kante, wo wir nur noch nicht hochspringen konnten. Okay, ich habe keine Ahnung, wo das da hinführt. Dieses kleine extra Ding, das wir da jetzt haben. Ich habe nicht den geringsten Schimmer. Wo uns das wohl hinführen wird. Okay, wir speichern hier ganz kurz zwischen. Das ist sehr gut. Was? Komm mit in die Welt von Tex Avery. Die wilde Welt. Oh, weißt du, wie lange das her ist? Es ist easy, dass ich das das letzte Mal irgendwo gelesen, gehört oder sonst was habe. Ähm, das, ähm, uf. Also jemand, der schon einiges an Sidescrollern wie dem hier gezockt hat. Was wäre denn so ein total einsteigerfreundliches? Ja gut, ist jetzt die Frage, willst du einen Sidescroller, also einen reinen Sidescroller, also einen reinen Plattformer, oder willst du einen Metroidvania haben? Ähm, also Metroidvania hat halt meistens so ein bisschen Verlustthematik mit rein. Ähm, geht auch gerne schon in das Genre der Souls-Likes über. Wie beispielsweise auch Hollow Knight. Wo du halt auch ganz deutliche Verluste hast, ähm, wenn du drauf gehst. Ähm, das ist jetzt hier auch, aber hier ist es relativ, ähm, überschaubar, was man verliert. Sag ich jetzt mal. Ähm, aber ansonsten... Okay, der ist schon gehauen. Dann wahrscheinlich auch kein Präzisionsplattformer. Wie das Spiel mit C, das hier nicht genannt werden darf. Nicht wegen mir, aber anderer Leute im Chat. Hahaha. Ähm, ja, keine Ahnung, was ist hier ein guter Einstieg? In das Ganze. Ist tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten. Also spontan würde ich sagen, das hier ist definitiv nicht schlecht für einen Einstieg. Weil es steuert sich gut. Es steuert sich wirklich sehr gut. Ähm, man verliert nicht wirklich viel. Zumindest nichts, was man sich nicht erfahren kann. Und die Gegner hier sind alle relativ simpel. Ansonsten... Wäre möglicherweise auch Itora was. Wir kommen da übrigens gerade nicht weiter. Was ich sehr schade finde. Okay, wir kommen hier immer noch nicht weiter. Äh. Okay, da geht's immer noch nicht. Ja gut, das müssen wir jetzt so akzeptieren. Das ist schade. Ähm, nee, Itora wäre auch ganz schön. Das spielt sich auch hervorragend. Und sieht hervorragend aus. Das muss man auch dazu sagen. Das mal ist, sie sehen irgendwie mit Ratten und Kröten. Das sagt mir jetzt tatsächlich nix. Das sagt mir jetzt tatsächlich nix. Aber ich würde vielleicht tatsächlich, wenn es um einen Einstieg geht, ähm, eher nach Plattformer schauen. Ähm, oder nach, nach, äh, ja gut, Side-Scroller. Plattformer. Ähm, weniger nach dem Tag Metroidvania, das dabei steht. Weil die machen die dann meistens auch sehr verwirrend. Ne, wenn du dir jetzt hier mal die Map anschaust, das... Und die muss man halt, sag ich mal, oft auch noch selbst entdecken. Ähm, die gibt's nicht einfach so geschenkt. Ähm, also... Wenn, dann würde ich mal nach, nach Plattformer gucken. Aber was tatsächlich schön war, war, äh, Itora. Ähm, auch wenn man da... Shit, ich weiß es gar nicht mehr. Da hat einem das Spiel auch nicht alles geschenkt, logischerweise. Aber es war kein... Es war, glaube ich, nicht Metroidvania vom, vom Dings. Äh, äh... Ja... Schwierig tatsächlich, die Frage so zu beantworten. Aber ja. Haben wir kein Chip dagegen? Gegen den Strom? Ne, leider nein. Also nicht, nicht, dass es mir momentan bekannt wäre. Ähm... Ne, 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 ne. Da haben wir, glaube ich, noch nix in der Richtung. Die Rollgeschwindigkeit... Ne, das hier ist... Alles, was irgendwie Kampf ist. Das hier ist, glaube ich, mehr so Verteidigungsgedöns... Oh... Ne... 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 Okay. Aber... Um nochmal die Frage schlussendlich irgendwie jetzt zu beantworten und zu einem halbwegs sinnvollen Ergebnis zu kommen, es war, wie gesagt, suche nicht nach, äh, nach Metroidvania, sondern wenn dann nach Plattformer oder Sidescroller als, ähm, als Tag. Wenn du irgendwas suchst, auf Steam zum Beispiel, ähm, Metroidvania macht's meistens dann komplizierter, als es dann für den Einstieg sein muss. Hm. Aber such dir vielleicht auch irgendwie was raus, was, äh, sag ich mal, straightforward ist. Ähm, ich nenn's jetzt mal Mario-like, ähm, oder Sonic-like, das ist eigentlich egal. Sowas in der Richtung. Aber, ja, ja. Boah, da, da findet sich was. Da findet sich garantiert was. Ähm. Typo Man läuft leider nicht auf Win 11. Tut's nicht. Aber Typo Man wär, ja, Typo Man wär eigentlich perfekt. Da muss man sogar noch denken. Stimmt, das, das, da hab ich jetzt gar nicht dran gedacht. Das läuft nicht auf Win 11. Weil prinzipiell, wenn das auf Windows 10 läuft, sollte es eigentlich auch auf Windows 11 laufen können. Da sollte es jetzt eigentlich relativ wenig Probleme geben. Geholt, festgestellt, geht nicht. Oh, okay. Oh, scheiße. Ja, das ist doof. Das ist doof. Ja, schade. Aber sonst, ja, das, das wär tatsächlich nicht schlecht. Shit. So, wir sind übrigens jetzt hier in diesem wunderbaren Fabrik-Ding und ich habe keine Ahnung, wo wir sind in diesem Ding. Und ich habe keine Ahnung, was wir hier machen. Wir machen Dinge. Offensichtlich machen wir Dinge, weil wir immer Dinge tun. Wir wissen nur noch nicht so genau. Oh Gott, nein. Ja, la, 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 la. Ha! Arschloch. Scheiß, Fiefer. Ist da oben? Oh. Oh. Money, money, money. Und Tax Avery ist super alt, das ist richtig alt inzwischen, ja. Also, holy shit, das war ja noch 90er und so. Du würdest dich als alt bezeichnen, 29 Jahre alt und nix nennenswertes mit deinem Leben angefangen zu haben. Da fühlt man sich einfach irgendwie alt. Easy, sie ist anders, da stehen noch alle Möglichkeiten offen. Oh. Oh. Wenn man das so betrachtet, wird aus einer Midlife-Crisis gleich was viel, viel Positiveres. Aber ich kenne das Gefühl, das du hast, mit nichts erreicht zu haben. Das hatte ich auch schon mehrfach die letzten Jahre. Und ich weiß, wie scheiße dieses Gefühl ist, auch wenn es eigentlich gar nicht wirklich stimmt. Ah ja. So. Hm. Du wirst keine 80, dafür arbeitest du zu viel körperlich. Ja, Adel, mach mal Bürojob. Das ist viel schöner. Bürojob ist toll. Da muss man nicht so viel rumlaufen, so viel rumstehen, so viele Dinge tun, die anstrengend sind und einen zum Schwitzen bringen. Repariert automatisch die letzte kaputte Gesundheitskapsel, sodass der Benutzer reparieren kann, ohne anzuhalten. Moment, was? Bitte was? Verstehe ich nicht. Was repariert das Ding? Und wann vor allem? Aber an sich cool, glaube ich. Müssen wir mal ausprobieren, was das ist. So wie es momentan läuft, willst du keine 80 werden. Ich hatte irgendwann mal die Idee, hey, wäre doch eigentlich cool, wenn du irgendwie so, keine Ahnung, zumindest 120 wirst. Inzwischen bin ich mir da nicht mehr so sicher. 120 konnte schon ein bisschen wild werden. Zumal ich mir die Shows wahrscheinlich sowieso schon verbaut habe mit meinem Lebensstil. Also, ne, das, das, das ist wahrscheinlich gelaufen. Oh, guck mal, wo wir sind. Wir sind genau in dem Durchgang, wo wir vorher nicht durchgekommen sind. Oh, und hier oben war auch noch eine Tür. Alles klar. Oh, das da unten ist halt so fies. Weil da kommen wir schlichtweg nicht durch. Wir kommen hier... Ops, nicht durch, um dieses Ding hier zu treffen. Zu finden. Und dran zu kommen. Wie auch immer man das gerade bezeichnen will. Ah, mies. Mies, 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 mies. Pink ist Kaktuseis. Bestimmt auch nicht dabei zuträglich, 80 zu werden. Ach, ja. Kommen wir da das rollende Kettensäge durch? Nee, wir kriegen trotzdem immer noch Damage. Die Idee an sich hatte ich auch schon, aber das hatte ich das letzte Mal schon ausprobiert. Das funktioniert leider nicht. Aber das macht nichts. Wir merken uns die Position einfach oder versuchen es. Und gucken mal, was uns jetzt hier unten erwartet. Oh. Okay, das ist auch schon mal sehr schön. Das ist auch schon mal sehr schön. Auch nicht, wenn ich rolle. Nee, nee, nee. Wie gesagt, das habe ich das letzte Mal schon ausprobiert. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht funktioniert hat. Ziemlich sicher sogar. Hier sind wir. Oh, interessant. Haben wir hier auch noch offene Wege? Ja, ja. Ja, ja. Jede Menge sogar. Oh mein Gott. Cool. Sehr cool. Sagst du immer, man lebt nur einmal, um gutes Essen zu essen. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Das ist korrekt. Okay. 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 Lasst uns mal hier nach links laufen und gucken, was uns da erwartet. Wir merken uns die Stelle, ne? Wir kriegen ja noch... Guckt mal hier. Wir haben hier, hier, da, das Ding da zwischen diesen beiden hier. Das... Diese... Der leere Patch da. Ähm... Wir kriegen ja noch eine Fähigkeit. Eine Sache bekommen wir ja noch. Und dann gucken wir mal, ob das möglicherweise das ist, das wir brauchen, um da durchzukommen. Oder wir finden irgendwie einen Chip, der uns besser schützen kann oder sowas in der Richtung. Ne, da... Guckt mal schon. Oder gucken wir mal. Wir finden da schon was. Adel ist flauschig. Flauschig ist eh viel schöner. Flauschig ist toll. Wir waren hier doch schon mal das letzte Mal, oder? Ich will mir eigentlich... Wir waren hier schon. Oh ja. Hilfe! Meine Kinder spielten im Dampfbad, als wir Motor wieder ansprangen. Sie können nicht raus! Oh ja. Wir waren hier schon mal. Wir haben vergessen, dass wir Kinder retten sollten. Ups. Ähm... Da war was. Es ist nur die Sache, wo ist dieses Dampfbad? Ähm... Ist das hier? Ist das das? Nein. Nee, 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 nee. Interessanterweise ist hier jetzt auch kein Weg mehr. Wo ist dieses Dampfbad? Wo ist dieses Dampfbad? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist das auch schon erledigt. Ich weiß es schlichtweg nicht. Wir fahren jetzt mal... Mh... Mh... Ja, wo fahren wir denn hin? Wir fahren mal... Oder? Machen wir... Nee? Nee. Nee, wir gucken erst mal hier zum Anfang zurück. Wir gucken erst mal in Richtung Anfang. Das heißt, wir suchen jetzt einen Bahnhof, der uns da in die Richtung bringt. Was gar nicht so einfach ist. Und ich glaube, wir sind fast schneller, wenn wir hinlaufen. Ja, okay, dann laufen wir hin. Das ist auch gut. Das ist auch gut. Ähm, hier nach links. So. Wartet mal. Okay. Wartet mal. Uns ist hier oben ein Stück Map abhandengekommen. Ich glaube, in den Patch sind ein paar kleinere Fortschritte in der Karte einfach verloren gegangen. Das ist jetzt ein bisschen schade. Das ist aber auch nicht so extrem wild. Weil im Normalfall ist man ja gleich wieder da. Ähm. Genau, hier nach links. Epp. Da lang. Ähm. Ich mag den Zug. Das ist ein super cooles Feature. Okay. Hier geht es aber auch nicht nach links weiter. Oh, warte mal. Da oben ist ein Fragezeichen. Oh, Fragezeichen sind toll. Ich habe gerade geschlossen, dass Fragezeichen toll sind. Ich habe gerade geschlossen. machen gib mir geld weil geld ist toll zwischenspeichern wir haben schon wieder 765 ersatzteile hier warum eine schatzkammer eine schatzkammer und irgendjemand den wir offensichtlich gerade ausrauben naja du siehst aber etwas kompiert aus wenn ich ehrlich bin wenn du dies liest hat sich mein körper hat sich mein körper hat bereits verschlechtert und mein kernprogramm wurde heruntergefahren wenn du dies liest hat sich mein körper hat wer wollte klippen bei bei tipp fehlern so was steht da wenn du dies liest hat sich mein körper hat bereits verschlechtert da ist ein hat zu viel da ist ein kleines hat zu viel aber alles gut da hat aber wieder zu viele hat denn den satz hat eingebaut war was wie sie aus um ihre größe zu ehren beauftragten sie mich scheine in ganz arcadia zu bauen jeder schein sollte aus ersatzteilen bestehen um seine bedeutung zu demonstrieren da ich die kontrolle über meine motorbetriebenen teile nicht wieder langen kann bitte ich dich meine arbeit fortzusetzen ach so wir plündern quasi scheine wissen wir sind lager kauft wir plündern gräber und schreine jawoll nice ich liebe es gut wenn wir schon mal hier sind können wir hier auch links abbiegen und dann gucken was da drüben abgeht oder dann machen wir das so zum robot genau jetzt neu im handel zum robot für ihr system jetzt erhältlich es ist das spiel nein erst wenn es tun zu bräder und heiko der robot vereint ist es das spiel wie war das ich kann diese ich kann diese das auto stimme leider nicht zum robot und die was und die wiege der schrauben und muttern dann ist es das auto genau das ich liebe diese stimme ich habe bis heute keine ahnung wer das spricht aber die stimme ist großartig also ich wusste das schon mal ich habe das schon mal recherchiert und dann habe ich wieder vergessen weil mein gedächtnis man kennt es ne warum hallo hallo noch mal ich habe seit unserer letzten begegnung ein seit unserer letzten begegnung einige fortschritte gemacht ich habe auch ein paar uralte menschliche artefakte ausgegraben die meisten von ihnen sind nutzlos aber ich habe eins für dich übrig gelassen hast du schon eingesammelt ja natürlich schiefer ja klar hi das ist ja richtig gut der buddelt hier durch die gegend und oh mein gott wir haben so viel geld und das schlimmste ist wir brauchen es nicht mal mehr weil ich glaube wir haben kein händler mehr dem wir irgendwie noch was abluchsen könnten hier war das ich erinnere mich das war die super fiese stelle hier ja 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 tobias kluckert ok die synchronspecher die so schön hat gekluckert in meine bauchnabel meine ohren tschuldigung ich weiß nicht warum ein großer bruder beobachtet dich alles klar ich passe ich pass auf aua aua das heißt 2012 ist er die stimme von volkswagen ok ja der name sagt mir aber was tatsächlich den habe ich schon mal gehört wir haben den großen bruder naja ich vermute mal dass wir den jetzt gleich hier kennenlernen mittlerweile verzichten sie auf den zusatz das auto in ihrer werbung aber warum aus irgendwelchen marketing gründen ja wahrscheinlich weil es halt jeder schon kennt aber vermutlich ist das wieder irgendwie so ein ding das irgendwie weiß ich nicht damit deuten sie wieder irgendwas an was ihre autos so und so viel besser macht als alle anderen und damit keine ahnung dass es wird wieder irgendwas wegen unlauteren wettbewerbs sein oder so manchmal muss man marketing nicht verstehen aber wir lernen hier niemanden kennen das sah aber so aus als wäre hier ein boss ja 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 nein ja nein nein oh nein das ist jetzt gar nicht mal gut gar nicht gut gar nicht gut aber das ist gar nicht so weit weg ja okay da kommen wir nochmal hin wir haben jetzt auch die Hälfte unseres Besitztums verloren aber hey wir haben so viel auf der Bank das ist jetzt auch einfach völlig egal das war fies warte mal ich bin falsch abgebogen natürlich bin ich falsch abgebogen wir müssen hier lang irgendwas weil sie ja nicht das Autos sind weil es ja viele Autos gibt und bla 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 ja sag ich doch irgendwie sowas in der Richtung hatten wir nicht auch so eine Autoheilung ja die habe ich jetzt gerade vergessen auszurüsten ich bin noch nicht sicher ob uns die wirklich was bringt das wird sich noch zeigen müssen aber ich glaube das war wenn wir rollen wenn ich das Symbol richtig interpretiert habe irgendwie sowas in der Richtung aber probieren wir dann aus wo muss ich hin links und dann dieses links nein nicht dieses links das höhere links dieses links Citroën kreativ der Automobil war das das ich kenne ja nichts ist unmöglich ich genau ähm was gab es denn noch kreativ kreativ ok da gab es doch noch andere Sachen ah für Italiener ausreichende Technik Fiat ja 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 Fehler in allen Teilen ähm ja das ist der Spruch den ich noch zu Fiat kenne oh shit ähm ja aber da gab es da gab es einiges es gab ja ja das gibt ja auch keine Werbe-Jingles mehr und das ist so schade dass es keine Werbe-Jingles mehr gibt es gab ja so viel Zeug so viel geilen Scheiß eigentlich als Werbung also muss man da wird das ist ja wie und kann sein auch hat eine ist dass zu ض Yep also der ε Nee, shit. Habe ich genug Zeit, um zu heilen? Oh mein Gott. Ich habe wieder nicht die Autoheilung ausgerüstet und getestet. Habe ich gerade vorhin gesagt, ja. Dass ich die nicht dabei habe. Das habe ich sogar gesagt. Nur ein Raudi fährt Audi. Nee, ich weiß nicht. Ich hatte mal irgendwann Dings. Platz da. Hier kommt mein Mazda. Schön. Irgendwie hört sich die Sounds gerade so an wie Hip-Hop-Samples. Ja... Möglich, ja. Du hast auch eine Schraube locker. Nee, nee, nee. Das ist schon ein interessanter Sound, ja. Das auf jeden Fall. Das war ein grünes Ding, ne? Ich habe halt keine Ahnung, ob das wirklich was bringt. Haben wir was anderes? Warte mal. Verwandelt den Körper, wenn er auf dem Boden landet. Das ist eigentlich nice. Mehr Ersatzteile. Rollgeschwindigkeit erhöhen. Ich glaube, mehr Ersatzteile brauchen wir nicht. Dann nehmen wir tatsächlich mal hier die Autoreparatur rein. Und ich habe keine Ahnung, ob das irgendwas bringt. Nicht die geringste. Du magst fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt. VW. Was? BMW hieß bei euch immer Busen müssen wackeln. Okay, das kannte ich so tatsächlich noch nicht. Aber, ja. Klingt logisch, I guess. Also. Ich finde es jetzt nicht so unlogisch. So, mache ich mal weg vom Macker da. Au, wartet mal. Au, au. Au, 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 au. Au. I see. Oh mein Gott, es repariert tatsächlich selbst. Es dauert zwar ewig, aber es repariert von selbst. Das ist hübsch. Das heißt, wir dürfen einfach schon, einfach keinen Schaden bekommen. Klar. Dauert schon lang. Dauert lang, ja. Und ich bin auch noch nicht sicher, ob das mehrere HP. die quasi heilt. Oder ob das nur für eins gilt. Aber das ist, glaube ich, eine Sache, die lässt sich rausfinden. Irgendwann dann demnächst mal. Aber da müsst ihr drauf schauen. Da habe ich gerade keine Zeit für. Oh mein Gott. Es hält immer den letzten leeren. Ja, aber wenn der voll ist, geht es auch über den hinaus. Leert es quasi auch mehrere. Well, ja, das war nicht so gut. Das muss ich zugeben. So, warte mal. Hau mich mal. Einmal. Zweimal. Danke. So, und jetzt kurz warten. Das lief vorhin viel besser. Das ist richtig, ja. Ich muss versuchen, die kleinen Viecher wegzubekommen. Vor allem die, die auf mich schießen. Okay, es ist halt tatsächlich nur ein einziges Dingens. Oh, warte mal. Das könnte jetzt aber auch daran liegen, dass das Letzte ein zusätzliches Leben ist über einen Dingens. Gott, wir sind hier so falsch. Da müssen wir raus. Da geht's raus. Das ist halt, er hat entschieden, dass sie die lockeren Schäubchen der Nadel mag und schmeißt die Straubendreher weg. Okay. Okay, es heilt tatsächlich nur ein einziges, bis man das nächste Mal Schaden nimmt, wie es ausschaut. Sehr gut. Ah! Oh mein Gott, das Ding landet einfach direkt vor mir. Was stimmt mit dem nicht? Was stimmt mit dem nicht? So. Gib du mal noch ein bisschen Stuff. Nice. Sehr schön. Sehr schön. Du kennst den Spruch noch, kennst du einen tollen Spruch für Mercedes? Nee, aber gleich und gleich gesellt sich gern. Das ergibt tatsächlich keinen Sinn, Daniel. Das, was Easy sagt. Und Hallöchen Säbel. Hi. Hallöchen. Dankeschön fürs Follow neulich. Das habe ich wohl gesehen. Hi, hi. Und willkommen bei Haiku, der Robot. Oder wie wir es inzwischen nennen, Tombed Robot. Weil wir offensichtlich auch Gräber ausrauben. Als Roboter. Irgendwo in einer dystopischen Zukunft. Wir machen halt Dinge, ne? Säbel, wie geht's dir? Ich hoffe, du hattest eine angenehme Woche. Bist gut durchgekommen. Hast jetzt ein bisschen Wochenende, kannst das halbwegs genießen. Und du hast Zeit. Weil ich jetzt gerade sowieso hier den Boss hauen muss. Das lief schon wieder. Hervorragend, hey. Hervorragend, hey. Hervorragend, hey. Hervorragend, hey. Hervorragend, hey. Hervorragend, hey. ja gut das oh weißt du was nee warte weißt du was weißt du was nee nee ja nein wir explodieren jetzt das dürfte so viel damage machen hoffe ich mal dass die Viecher einfach mit explodieren so ja doch super sehr schön ja bei mir ich kann nicht klagen oh ja das ist schön das ist eine gute Fähigkeit wir machen jetzt bumm wir machen so bumm und wir machen bumm wenn wir gehauen werden das ist die ultimative Selbstverteidigung und wir reparieren uns automatisch und ich sollte vorher vielleicht noch mal ist das geil vorher hier noch ein bisschen Zeug sammeln damit wir uns auch heilen können im Zweifelsfall bisher kam es da nicht wirklich dazu aber na toll man kann sie ja mal probieren also dieses heilen habe ich gehört so wunderschön wunderschön ähm so toll ich finde genau den einen Pixel wo wir stehen können während der Laser da runter kommt und ich verkack's und bleib da nicht stehen gut okay next try bumm einmal von oben jawohl und dann kommst du auf mich zugeflogen komm 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 okay komm komm Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja gut, wo hat er sich gerade repariert? Irgendwo so in der Bauchgegend tatsächlich, ja Nicht da, wo du schon wieder denkst, Daniel Nee, nee Vergiss nicht, wir sind ein Roboter Wir sind nichts Humanoides Wir sind eine kleine, liebe Knutschkugel mit einem großen Schwert in der Hand Ja, das hat er sich ja auch schon wieder hervorragend funktioniert hier, ja, das ist tatsächlich, ja Ich glaube, das Auto rollen bringt uns jetzt auch nicht wirklich weiter, das ist schade, aber ich glaube, das bringt uns nicht wirklich was Ja gut, wir sind Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist die 10% Chance, Dings zu machen, schneller Nein, das bringt uns hier gar nichts Die Länge ist tatsächlich gut Äh, das bringt mir glaube ich nix Beim Bombenangriff Oh stimmt, wir haben ja auch noch Dingens, ne? Äh, das ist auch nicht Oh ja Das könnte ganz gut helfen, glaube ich Das bringt uns glaube ich nix Wir machen mal das hier rein Das könnte helfen Genau, ansonsten hatten wir hier die Selbstzündung Ja, wir nehmen mal diese beiden Dinger mit rein Das könnte funktionieren So Du kannst dir auch gut vorstellen Äh, was wie ab und zu in meinem Kopf der Gedanke kommt Ich möchte doch nur nette kleine Plattformer spielen Ja, prinzipiell ja Aber Daniel Ähm, ich weiß Äh, im Normalfall Was für ein Genre ich spiele Und hier steht halt Metroidvania dabei Und bei Metroidvania weiß ich, dass das nicht nett ist Metroidvanias sind einfach per Definition nicht nett Das ist nicht möglich So Das ist ein Ding der Unmöglichkeit Wo sind das wir jetzt hin? Ach da Okay Sehr gut Denke ich das nicht durchgehend? Nee Nee Wie gesagt, ich weiß im Normalfall, was ich spiele und was ich mir da antue Und das Spiel hier ist so ziemlich genau das, was ich mir vorgestellt hatte, dass es sein wird Und das ist hervorragend Das ist tatsächlich hervorragend Welche Themen hast du verpasst? Prinzipiell Pizza und Kacke Also die Klassiker Wie gesagt, ich glaube ich bin體 mir ist übrigens aufgefallen dass hier unser hauptgegner tatsächlich schadensmarkierungen bekommt mit der zeit ich habe nichts zu reparieren dabei ich bin nicht sicher haben die dinge als wirklich was gebracht die beiden kügelchen die wir da war das was taugt das was ermöglicht seinen benutzer feinden schad zu während dazwischen zwei punkte im raum blinkt das halt auch nicht doof das wäre nämlich hier dazwischen glaube ich das könnte auch funktionieren das könnte möglicherweise funktionieren das wäre gut schön bei mir was schön bei mir weiß man immer genau was man verpasst und hat doch immer wieder eine vorzügliche unterhaltung bei mir ja nice das ist hervorragend das ist doch hervorragend wenn man genau weiß was man hat und was man möglicherweise nicht hat so gib mal das ding sehr großes ding sehr schön youtube auch einfach mal ein abo da gelassen dankeschön dankeschön wahrscheinlich bei dem account der da gerade im chat zu sehen war denkt ihr nix das dauert noch bis da die ersten inhalte kommen das ist alles nur in vorbereitung und da fehlt noch viel vorarbeit leider bis das halbwegs was taugt okay alles gut aber falls du die wotts möglicherweise nachschauen willst weil die gibt es ja nicht mehr hier auf twitch dann kannst du auch gerne mal ausrufezeichen wotts eingeben und da kommen die dinger zwei tage nach dem stream also nach stream beginn 48 stunden nach stream beginn stehen die worts auf youtube bereit stichwort erwartungshaltungsmanagement ich sage nur wie es ist ja ich will auch niemanden enttäuschen weil der kanal ist leer und das wird er tatsächlich auch noch eine ganze weile bleiben aber hey wenn ihr jetzt schon abonniert dann seid ihr irgendwann hoffentlich sehr positiv überrascht so die tonung liegt auf irgendwann und hoffentlich das einfach mal bei beiden abo da gelassen ja nice dann dankeschön dafür das macht halt doch kein schaden ich bin in der Ah, reparieren bringt halt genau nix. Jetzt hatte ich es gerade probiert, aber ja. Ah, shit. Okay, also das hat jetzt gerade auch nicht wirklich was gebracht. Bombenangriff. Was haben wir für den Bombenangriff, Leute? Ich habe keine Ahnung, was wir für den Bombenangriff haben. Ach so, diese Power. Oh la la. Okay. Bam bumm. Schön. Ich überrasche euch doch ständig. Ja, ich hoffe nur positiv. Kurze Frage, war das schon immer ES? Ist das nicht spanisch? Man kommt ja trotzdem auf die deutsche Seite, aber verwirrt dich gerade. Ja, das war tatsächlich schon immer die ES-Domain, weil genau das, was Easy sagt. Benni macht es. Glaub mir, ich habe hier eine ganze Liste mit Domains, die ich haben will. Und da ist die ES noch harmlos dagegen. Ja, treffen wir halt noch so eine Sache, die man können müsste, ne? Okay, warte. Oh ja, das macht sogar ganz ordentlich Damage, wie es ausschaut. Das macht tatsächlich ganz ordentlich Wumms. Das, das ist nice. Wir sind zu Son Goku mutiert. Ja, es ist nicht, es ist jetzt nicht ganz Kamehameha, aber es ist schon relativ nah dran. Das ist richtig. Wo ist denn das Ding hin? Ach, ah! Das macht halt wirklich ordentlich Wumms. Okay. Damit haben wir sogar ein kleines bisschen Heilung, möglicherweise. Wenn ich mich englisch benannt hätte, wäre es wohl eine italienische Domain geworden. Benni, das ist. Ja, durchaus, ja. Hey, aber... Tatsächlich ist es gar nicht mal so leicht. Für eine spanische Domain musst du nämlich deutlich mehr tun, als für jede andere Domain, die ich bisher benötigt habe. Die wollen nämlich tatsächlich sowas sehen, wie du bist ein echter Mensch und irgendwelche Ausweisdaten und was weiß ich. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Also auf jeden Fall, die spanische Domain war nicht einfach nur, lock dich ein, bezahle Geld und hab sie. So wie bei einer DE-Domain zum Beispiel oder auch einer IO-Domain oder auch einer... Was hatte ich noch alles in meinem Leben bisher? Ich glaube, ich hatte schon eine .NET-Domain, ich hatte eine .com-Domain. Egal was. Spanische Domains, kacke. Die wollen irgendwas von dir. Am Ende gilt die Regel, mehr Schaden ist gleich mehr Schaden ist gleich mehr Schaden. Und Damage ist prinzipiell eine gute Idee. Spanische Domainorik. Okay, cool. Also Dingens. Fuck. Das kommt auch, wenn ich getroffen werde. Dieses Mini-Kamihamihamihamihamihamihamihamihamihamihamha. Aber ja. Eine Kastanie ist eine Kastanie. Ist eine Kastanie. Ja, was? Ist das ein Zitat? Ich hoffe, ich habe das richtig vorgetragen. Ich habe einfach mal die Großschreibung auch groß gesprochen. was ein cabri eis zurück in den stream ist das geheimes meeting fertig ich verstehe zu mir doch nicht wie du arsch was ist das waren diese jugend von heute und da lassen sie das verdammt da nimm das schädig habe nicht genug zeug um mich zu reparieren damit okay du hast nichts neues meeting beendet und es gab sogar eis zur belohnung das ist ein zitat von jochen malmsheimer sagt mir nix großartiger kabarett ist er okay okay steigern wir heute imposant im hintern kies was auch gott jetzt imposant im hintern kies im arsch geroll was daniel was der auflands ausenthalte hat dann der auf auslands aufenthalt hat er nicht gut getan mach sowas in zukunft nie wieder da gestehen komische dinge mit hier das gibt's doch nicht alter bin ich auch noch überhitzt und ich kann mich nicht mal auflands ausenthalte wer kennt sie nicht ja genau richtig richtig exakt jetzt hat adel 2 ich glaube dass ich habe das gefühl adel kriegt die weiter auch wenn es zwei eis sind da bin ich ziemlich zuversichtlich und manchmal denkst du das auch dass sie das nicht gut getan hat ich kommst du denn darauf adel kriegt die weiter ja ich glaube der ist groß genug dass er zwei eis schafft interessant ja ich gebe zu das war gerade was was möglicherweise etwas bayerisch in influenziert was ist mit dir da hinten los weiter kriegen im sinne von ja schaffen das sagt man so kann ich nichts dafür dass ihr kein bayerisch könnt ziel ist es die bosse zu besiegen ja ich weiß der ist aber schon ziemlich gemein aua der ist nicht so nett zu uns also der boss ist nicht so schwer seine ads sind das problem holt sich ein bayerisch wörterbuch das gibt es bayerisch deutsch gibt es vom duden ne langen scheiß war das nicht duden naja fast fast das gleiche das eine basiert mehr oder weniger auf dem anderen passt schon das ist das ist das ist Okay, ich bin gerade überhitzt. Shit, ich wollte mir eigentlich gerade ein bisschen Zeit geben, damit ich geheilt werden kann. Das hat nicht so gut funktioniert. Ich brauche auch ein Eis zum Runterkühlen. So warm ist es gar nicht. Also es ist warm, aber nicht heiß warm. Also, ja. So. Geizgut, sie fixen, amoi. Hervorragend. Easy. Wir schaffen das. Du wirst schon noch irgendwann mal Bayerisch sprechen. Das kriegen wir hin. Aber das ist tatsächlich, auch wenn das K in dem Moment wie ein G gesprochen wird, oder schon auch das etwas Sanftere quasi übergeht. Es ist trotzdem immer noch ein K. Es ist immer noch Kreuzkruzifix. Auch wenn es eher nach G klingt. Das ist aber das natürliche Nuscheln von Bayern, das gerne mal die Schärfe von Buchstaben verschluckt. So. Kreuzkruzifix. Ja, genau. Genau. Im Grunde genommen, ja. Das B und das harte B. B? Ah, ja. So wie ein Saupreis. Genau. Ja. Ja. Richtig. Weil ein Kruzifix ja schon ein Kreuz ist. Ja, richtig. Bayern fluchen etwas religiöser als andere. Himmel, Sakrament, Himmel, Arsch. Zwier'n Kreuzkruzifix, no amoi. So. Man kann das noch beliebig erweitern. Aber es wiederholt sich irgendwann. Sakkelzement. Das habe ich vergessen. Ich mache es noch nicht. Oh! Das habe ich ja jetzt noch nicht. Ich mache es. Nein, ich mache es. Da undlane. Da und kommst du zu. Ich habe es aber. Im Drink. Da. Da und kommst du sie. Da und kommst du. Da und Fix. Ja. Eineine. Da und kommst du einfach hier вал Jesus. Da. Da ist eine komplett." Da und kommst du sie. Da妈, ich mirafe hier. Ey, ich hab doch nach unten gehauen Halleluja Das zählt jetzt aber bitte als Bosskill Ja, das zählt jetzt bitte Das wäre jetzt Nee, die Tür war offen Der Boss war tot, das war ein Add Das ist alles in Ordnung Warum schweben wir jetzt? Was ist denn das? Warum ist denn jetzt unser Äh, Leute Unser Sprung ist so klein Was ist denn das jetzt? Ähm Ähm Wir springen nur noch ein Viertel so hoch Ah, jetzt Oh Oh, das war ein Bug Hier war jetzt gerade irgendwas Weil der, wahrscheinlich weil wir gestorben sind Während irgendwas anderes passiert ist Und deswegen sind jetzt gerade Dinge geschehen Die hier unseren Sprungstatus irgendwie kaputt gemacht haben Ich hab's kaputt Ich krieg halt einfach alles kaputt Es ist halt auch nur ein Spiel Es ist Code Und Code kriegt man immer kaputt Es gibt keinen Code, der zu 100% funktioniert Ja, das Boah Gigi So An mich selbst Das ist so ein bisschen Wunderbar Wunderbar So Äh Äh So Das ist immer so schlimm Wenn Leute unseren badnerischen Dialekt Als Schwäbisch bezeichnen Das ist eine Eine ziemlich harte Beleidigung für euch Ist das Nicht Also Ja, doch Ja, glaube ich Ja, doch Auf Dialekt kann man schon ein bisschen Ja, ne, doch Da kann man schon ein bisschen Ein bisschen Ja Ungehalten reagieren Für sowas Okay Ähm Oder bei sowas Definitiv Da bin ich dabei Das unterstütze ich so Was mir hier in Bremen tatsächlich öfter passiert ist Äh Dass mich die Leute fragen Ob ich aus Österreich komme Was aber auch verständlich ist Weil Bayerisch und Österreich Halt schon Äh Österreichisch Oder Viele österreichische Dialekte Schon auch Eine gewisse Ähnlichkeit haben In ihrer Phonetik Jetzt schmeiß ich wieder mit ganz wilden Worten um mich, ne Phonetik Ähm Aber Ja Das Man wird es nie aus mir rausbekommen Ich kann noch Noch so schön versuchen Irgendwie sauber Hochdeutsch zu sprechen Ich werde diesen bayerischen Einschlag Niemals los Ähm Da bin ich mir hundertprozent sicher Garantiert Ah Schön Benni gebildet Ja Das ändert mich daran Dass ich hier für solche Momente eigentlich schon lang mal Irgendwie so eine komische Lesebrille mit Fensterglas hier liegen haben wollte So dieses klassische Oh Ja genau Sie haben es verstanden Am besten noch so ein dickes schönes Buch In dem ich dann blättern kann Und sowas in der Richtung So wartet mal Ähm Kurz mal Kurz mal Hier speichern Einmal eben ganz kurz Dankeschön Gut Ich brauche ein Monokel Ein Mono Warte mal Kann ich überhaupt was ins Auge klemmen? Das ist jetzt zwar Die Objektivklappe von Dings Aber Moment Ich bin halt so doof Mir was ins Auge zu klappen So rum Das ist Das hält nicht so fest Wie ich das gerne hätte Es gibt Monokel Mit Nasenrückenhalterung Ja Das stimmt wohl Oho Oho Das ist aber eine höchst erformelle Ausdrucksweise Hört Hört Ja genau Wunderbar Oh Dieses Dieses geschwollene Daherreden Das ist eigentlich ganz furchtbar Ähm Es ist halt eigentlich echt schlimm Wer redet denn so Freiwillig So Obwohl es gibt bestimmt Leute Die das machen So Dann Äh Habe ich noch irgendwas verlesen? Nee Moment Moment Achso Ihr wollt mir ein Monokel schicken Ja dann Gerne her damit Dann schicke ich euch sehr gerne Meine Packstation Adresse Obwohl Easy hat meine Adresse Shit Easy hat meine Adresse Da war ja was Das habe ich dann wohl vergessen Alter was ist denn hier eigentlich gerade los Wie viele Gegner willst du an einer Stelle Ja Okay Gut so kann man es natürlich auch machen Wir konnten einfach eine Brille in zwei Teile brechen Schwierig glaube ich Schwierig Schwierig Die war irgendwo auf dem Controller Paket Was du eventuell nicht mehr hast Ja gut Warum solltest du auch noch ein Paket Karton haben Du bist ja nicht ich Der die gefühlt drei Jahre lang rumstehen hat Bis er sich endlich mal dazu entschließt Aufzuräumen und auszumisten Ach ja genau Du bist hier Da war was Äh Wir müssen auch hier hoch Passt Du hast andere Kartons die hier rumstehen Sehr gut Hat der Robo nen Namen Ansonsten könnte man ihn Pugs nennen Nennen Heiko du siehst es Ja Ja ich wollte gerade sagen Guck mal auf den Guck mal auf den Kategorienamen Guck mal auf den Namen vom Spiel Den Twitch dir anzeigt Das ist tatsächlich relativ eindeutig Das ist tatsächlich auch die falsche Seite Wo ich gerade bin Ja Autsch Egal Ich erinnere mich an dieses Gequietsche Ich erinnere mich an das Gequietsche So Frage an mich Darf man andere Streamer erwähnen oder empfehlen Wenn es dem Kontext hilft Oder auch generell Also generell ist die Regel keine Werbung Sprich Unter Werbung verstehe ich allerdings sowas wie ungefragt Ähm Oder so Hey ich gehe jetzt Stream Oder ich wandere weiter zu X Ähm Oder ich komme gerade von Y Oder sowas in der Richtung Ne Wenn ich einfach keinerlei Chance habe Irgendetwas dagegen zu tun Dann Habe ich da schon auch irgendwo Ein gewisses Problem damit Meistens ist es nicht wild Aber Das gehört dann halt einfach auch zum guten Ton Ähm Dass man da Das nicht tut Aber ich Darum geht es ja auch gerade gar nicht Sondern eher darum Was ist wenn es tatsächlich Irgendwie zum Kontext Passt Und da habe ich dann relativ Wenig Probleme damit Also wenn man gerade sowieso irgendwie über Streaming Themen oder so redet Oder sowas in der Richtung Dann bin ich was das angeht Relativ entspannt So Lass mal kurz gucken Hier hinten waren wir ne Genau Dann heile ich mich nochmal kurz hoch Und dann schauen wir oben In den letzten Bunker Der letzte Bunker Ja So könnte man es wahrscheinlich auch bezeichnen Ähm Gucken wir erstmal in den oberen Bereich Oder Schau mal Oh hallo Das ist ein Rasenmäher mit Raketen Mit Raketenabwehr Was stimmt denn da nicht What the hell Wenigstens hält er nicht viel aus Noch ein Streamer wo Pizza und Kacke Thema ist Also gefühlt ganz Twitch Deutschland wahrscheinlich Ähm Okay Wir schauen erstmal nach unten Wir kommen gleich wieder hier hin zurück Aber das untere scheint das Äh Der Gang mit Mit Ende zu sein Es ist so ruhig Es ist so ruhig Es ist nie gut wenn es ruhig ist Und das ist so ruhig ist mir Und dann gehen wir ins Die Kacke Du füllst den Beat. Ja, ich auch. Okay, ich lass es. Das war voll daneben. Jetzt spiele ich die Melodie von Last of Us. Ja, nein, ich war kein Fan der Gitarren-Mini-Spiele. Überhaupt kein Fan. Kein bisschen Fan. Aber das ist cool. Das ist nice. Du meinst das? Nee. Habe ich das so ungefähr? Ich habe keine Ahnung. Als würde ich jetzt das so erkennen, was das war. Wartet mal. Wir haben ein Item bekommen. Eine Dingskassette. Magnetbandkassette. Ein altes Stück menschlicher Technologie, das gegen natürliche Abbauprozesse resistent ist. Ja, zeig mir mal die eine VHS, die jetzt noch funktioniert, wenn die einfach so rumgegammelt ist. Na klar. Was ich gespielt habe, keine Ahnung. Ja, ich hatte kurz überlegt, ob ich mal alle meine Entchen probiere, aber habe es dann sein lassen, aufgrund mangelnder Musikkenntnisse. Ah, okay. Schade. Ich dachte, wir können uns jetzt noch so ein bisschen weiter umeinander kreisen lassen. Das wäre cool. Das wäre cool. Ja, was bist du denn? What? Hau doch nicht ab, wenn ich gerade auf dir landen will. Also. Aber dieses unhöfliche Roboterpack hier. Wo geht es denn hier überhaupt hin? Wo sind wir? Oh Gott. What? Oh, da oben ist... Oh Gott. Ah. 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 Wie? Oh, warte. Warte, Moment. Stopp. Ich glaube, das ging. Würde mich nicht alles täuscht? Fuck. Ging's nicht. Hm. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen doof. Celeste war... Psst. Psst. Adelpscht. Ich weiß, das ist diese Technik, wo man sich von unten am Klotz nach oben wirft. Ja, ja, ich... Das war auch mein erster Gedanke gerade. Dass es genau das ist. Nein, böse Alte. Nicht, 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 nicht Celeste. Nein, 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 nein. Keine Chance. Hat niemand gesagt. Ähm, wir haben gesagt, äh, cheese. Was so viel bedeutet, wie schön ist es hier. Adel war einfach sehr begeistert und hat sich dann vor lauter Dings, äh, vertippt. Ähm, vor lauter Euphorie. So. Ist doch ein Loch in der Wand. Und ich will da rein. Da ist kein Loch in der Wand. Da unten ist noch was. Das weiß ich. Da ist noch irgendwie so ein Aufzug, auf den wir, glaube ich, bisher nicht raufgekommen sind. Okay. So. Dabei lügt der Streamer einfach seine Mots. Psst. Niemand hat hier irgendjemanden belogen. Das ist purer Selbstschutz. Was lügen? Nichts lügen. Wer würde denn hier lügen? Also bitte. Das gehört sich nicht. Das macht man nicht. So. Amy, was hat es damit auf sich? Ja, äh, äh, keine Ahnung. Ich sag da lieber nix. Uh. Uh. Safe point. Nice. Hi. Wer bist du? Was bist du? Was kann ich mit dir tun? Nichts. Schade. Das ist nicht das Wort, das sie suchen. Ja, exakt. Wo geht's hier hin? Verdammt. Diesmal habe ich die dämlichen Fallen hier gesehen. Er sagt da lieber nix. Nee, ich sag da lieber nix. Hi. Wer bist du? Ist das eine Küche? Yo, ich hab's satt zu versuchen, Metallstücke zu kochen. Ich muss richtiges Essen kochen, genau wie in der guten alten Zeit. Ist das so viel verlangt? Ich möchte einfach dieses Gefühl, Essen zu schmeißen, noch einmal erleben. Um Essen zu schmeißen. B.O.H. 9000. Von Botsorts. Okay. Mein Bester, wenn du da draußen zwischen all dem Schott und Metall jemals richtiges Essen findest, sag mir Bescheid, okay? Äh. Oh, vielleicht haben wir deswegen diesen tollen menschlichen Schädel bei uns. Vielleicht müssen wir dem irgendjemanden liefern. So wie ihm hier. Das wär ja fancy. Nice. Stimmt es, dass man im Bayerischen zum Mund auch Furzen sagen, äh, Furzen sagen kann. Ja, heute der Furzen. Exakt genau das. Zum Beispiel. Das war jetzt das Beleidigende, aber, ja. Durchaus. Furzen, guschen. Ähm. Gibt's noch ein paar Worte? Keine Ahnung. Furzenhubel ist eine Mundharmonika? Das kann sein, ja, das kann sein. Furzen Spangler, ja, stimmt, ist der Zahnarzt. Korrekt. Schön. Hey Leute, ihr lernt heute hier noch richtig, ah, jajajajaja. Ihr lernt hier heute noch richtig was. Ähm. Okay. Und wenn's nur Fluchen ist, aber Fluchen ist eh das Wichtigste in einer neuen Sprache. Das ist das Erste, was man, das Erste, was man eigentlich hört. Guckt mal, Handabdrücke. Auch so einen Handabdrück haben wir schon mal irgendwo anders gesehen. Irgendwo war schon mal einer. Du hast es nicht geglaubt, dass du das mal irgendwo gehört hast? Ja, jetzt, äh, doch, doch, das kann man durchaus glauben. Ich weiß, dass man jetzt im Normalfall wahrscheinlich erstmal eine andere Bedeutung, äh, vermutet. Gerade, wenn man aus dem Hochdeutschen kommt. Aber, nee, es ist, äh, ja, nee, ist tatsächlich ein valides bayerisches Wort. Zerstörte, Ober, oh mein Gott, wir, wir, okay, nein, Moment, zurück, zurück. Ich will noch nicht an die Oberfläche. Ich will erst in, äh, das Ding, das hier noch irgendwo drüber ist. Da war noch irgendwo ein anderer Ausgang. So. Du kannst mittlerweile genug Schimpfworte. Ja, aber das ist halt wirklich, außer, hello und my name ist so ziemlich das Erste, was man in jeder Fremdsprache lernt, ne, ganz normal. Erstmal fluchen. Erstmal wissen, wie man Scheiße sagt und dann wie man, du Arschloch sagt. Und zwar auf die derbste Art und Weise, wie man sie findet. Alter. Diese. Kosche oder Kosche sagen. Wie in heute. Ja, ja, das ist ein bisschen weiter verbreitet. Stimmt. Das habe ich vergessen, ja. Das ist auch im, im Schwabenländle und so, bekannt ist. Oh, hallöchen, repetei, hallöchen. Ein wunderschön. Die Themen heute zusammengefasst. Pizza. Scheiße. Und, äh, ganz viel Intro oder extrovertiertes Gedöns. Da ist noch ein komplett anderes Gebiet. Leute, wir haben ein niegelnagelneues Gebiet entdeckt. Nigelnagelneu. Das war gerade eben noch nicht hier. Schwabenländle, du bist Partnerin. Ja, als wüsste ich, wo das ist. Ich bin eine geografische Wildsau. Ich bin froh, dass ich im Nordwesten Deutschlands wohne. oder? Ja, doch. Eigentlich zwei, auch die Oberfläche. Stimmt, ja. Die Oberfläche hier, ja, aber die war wenigstens nicht so wie das hier, ähm, noch ausgeixt. Hm. Okay, ähm, ich weiß nicht, wo ich hin will. es gibt so viele Wege, es gibt so viele Möglichkeiten. So, jetzt. Ähm, okay, hallo. Warte mal. Nee. Okay, hier geht's auch noch links. In das große Ding. Oh. 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 Ach mein Gott, wir haben ja, wir haben ja das. Ich bin so doof. Wir standen vorhin so einem Ding und ich dachte mir, wir kommen da nicht durch. Ja, natürlich kommen wir da durch. Wir haben ja, äh. So, Moment. Also, bevor wir jetzt in das linke Gebiet gehen, äh, gehen wir jetzt erst nochmal hier nach rechts. Ähm. Ach so. Ja, da kommen wir jetzt nicht durch. Toll. Okay, dann gehen wir erstmal raus. Dann gehen wir erstmal raus. Oh Gott. So. Oh. Das war ja nicht mal beabsichtigt, aber das ist, das ist sehr gut. Sehr gut. Ähm. Ähm. Was frage, weiß jemand, was das Barablui? Auf Hochdeutsch? Nein, keine Ahnung. Keine Ahnung. Nope. Für Fans von Dialekten empfiehlst du die deutsche Version von Final Fantasy 9. Ha! Sinner war das mit seinem bayerischen Dialekt. Oh Gott, furchtbar. Furchtbar. Aber witzig. Parablui? Ach, Parablui? Nee. Ja, okay. Ja, ja, doch, ja. Stimmt. Das Bayerische hat relativ viele Wörter aus dem Französischen irgendwann mal übernommen, ja. Genauso wie Trottoir für, äh, für Gehweg. Stimmt. da war was. Ich kann mich erinnern. Da gab's, äh, Dinge. Ähm. Und von den Schnöggis hast du keinen Clip. Das, das waren ganz niedliche kleine Elektroschnecken. Also, nicht unbedingt Elektro, aber Metallschnecken. Mit, mit, mit Wasser. Und die, glaube ich, haben Dinge gewaschen. Und das hier sind ganz viele Totenköpfe, auf denen wir rumlaufen. Holy shit. Hier draußen ist die Stimmung aber gleich mal so richtig im, was ist das im Hintergrund? Oh, oh mein Gott, das ist wie die Tripods aus. Uh. Wie die Tripods aus Krieg der Welten. Oder diese komischen Dinge aus Half-Life, ne? Mami. Ne, Mami haben wir schon gefunden. Mami hat uns erst gehauen und dann, äh, hat sie nicht mehr mit uns gesprochen. Okay. Oh. Oh. Hallo. Ja, Moment. Bevor wir da reingehen, gucken wir erstmal weiter und nach rechts, würde ich sagen. Ja gut, also die Welt ist schon ziemlich, nennen wir sie mal, kaputt. Ja. Hallo. Warum? Okay, und das hier ist das andere Gebiet hier drüben. Die Fabrik nochmal. Okay, da will ich aber tatsächlich noch gar nicht hin. Da will ich jetzt tatsächlich noch gar nicht hin. Dystopisch, ja, mega dystopisch. Also, dass die Welt untergegangen ist und die Menschen nicht mehr existieren, das wussten wir ja schon. und das haben wir schon rausgefunden. Aber, wenn ich das hier gerade richtig, richtig, richtig interpretiere, dann wird diese Welt hier ähnlich wie der Matrix von den Maschinen verdunkelt. Oder vielleicht hat es die Menschheit auch selbst verdunkelt, um die Maschinen auszuschalten. Ähm, das könnte ja durchaus auch sein. Ähm, weil so der eine oder andere popkulturelle Einfluss ist in diesem Spiel schon auch erkennbar. Das, äh, ja. Die Rechtschreibung schlägt wieder zu. Das war Absicht von Säbel, weil es düster ist. Ja, okay. Ja, das, äh, sowas in der Richtung dachte ich mir schon. Nein, das war keine Menschen. Okay. Adelschlafgut. Danke, dass du da warst. Hi, wer bist du denn? Vorsicht, Kleiner. Draußen regnet es stark. Ach, das ist Limerick. Ja, den kennen wir. Maschinen funktionieren nicht gut im Regen, deshalb sind die meisten Orte unterirdisch gebaut. Nur Schnitter wollen hier draußen leben. Sie durchstreifen die Oberfläche und suchen zwischen den Trümmern nach Waren. Es ist ein einsames Dasein, aber auch ein befreiendes. Hast du noch mehr zu sagen? Ja, es gibt andere Orte auf dieser Welt. Arcadia ist nicht die einzige Nation, die nach dem Untergang der Menschheit auferstanden ist. Was glaubst du, wie ich hierher gereist bin? Keine Ahnung, mit dem Zug? Ich schaue mich nur kurz um, dann bin ich weg. Man weiß nie, welche Waren man aus fernen Ländern findet. Ha, wenn ich darüber nachdenke, ich habe mir eine Lupe in einem Geschäft wie diesem gekauft. Okay. Hi, und du bist ein Händler? Hallo, Arcadia. Hast du diesen Ort gesucht oder bist du zufällig darauf gestoßen? Sei nicht schüchtern. Was hältst du von der Landschaft draußen? Es ist ekelhaft, nicht wahr? Haha. Haha. Schau dich um. Wenn dir etwas gefällt, könnten wir vielleicht einen fairen Tausch aushandeln. Du, wie wär's mit allem? Gar kein Thema. Ja. Nice. Danke. Schön. Es ist so dunkel, dass man gar nichts mehr hört. Ja. Woher kenne ich denn das? Old Mac Sable ist langsam müde. Ja, ja, ja. Oder wie war das? Hahaha. Ähm. Okay, aber das ist cool. Das heißt, wir sind zumindest hier oben angekommen. Das ist tatsächlich nice. Ähm. Was mich jetzt noch irritiert, ist dieser Raum, weil da kommen wir irgendwie nur von außen hin. Da müssen wir mal kurz gucken. Oh mein Gott! Gewitter! Gib Ruhe! Sonst rufe ich die Gewitter-Oma. Gewitter? Wo? Ähm. Oh, warte mal. Ah, nein. Da komme ich... Okay, da komme ich nicht hoch. Da komme ich nicht hoch. Hier ist aber auch kein Durchgang. Das wird sich noch zeigen, wie wir da hin kommen. In noise. Die Gewitter-Oma ist so gut. Und ich liebe sie. Achso, wir können uns nicht heilen. Okay. Habe ich schon mal Gus Gus Duck gespielt? Ähm. Nee. Tatsächlich nicht. Das habe ich noch nie gespielt. Zumindest nicht, dass ich mich daran erinnern könnte. Und, äh. Da bin ich mir sogar... Aber da bin ich mir sehr, sehr sicher. Gut. Ähm. Ähm. Lasst uns mal... Von oben in das Gebiet rein. Also das heißt, einmal hier hoch jetzt. Hier hin. Einmal kurz zwischenspeichern. Und mal gucken, was wir gerade eingekauft haben. Das ist... Au. Das ist vielleicht auch noch ganz hilfreich. Au. Sag mal. So. Was haben wir gerade mitgenommen? Ich glaube, es war ein roter Chip. Äh. Bombenangrafe verursachen erhöhten Schaden und ermöglichen es dem Benutzerfeinde schnell niederzuschießen. Ähm. Und ich glaube, dass wir drüben das neue Magnetische... Ne. Magnetischer Stand ist nicht neu. Schockwelle ist nicht neu. Doch. Ich glaube, die Schockwelle ist neu. Ich glaube, wir nehmen die Schockwelle. Das klingt sinnvoll. Das bleibt drin. Das macht auf jeden Fall Sinn. Die drei bleiben auch drin. Okay, wir nehmen mal diese Schockwelle. Keine Ahnung, ob sie bringt. Aber wir werden das rausfinden, glaube ich. Okay. Okay, die Schockwelle war aber gerade ganz schön groß, oder? Habe ich das richtig gesehen? Die kann was. Oh ja. Und ob die was kann. Nice. Jetzt pass auf. Irgendwo, irgendwo war da noch was. Wischkästler. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Nope. Keine Ahnung. Gehört habe ich das schon mal? Aber frag nicht, wo und wie und ob ich mir in irgendeiner Art und Weise gemerkt hätte, was dessen Bedeutung ist. Okay. Das ist gut. Da können wir, glaube ich, durchdingsen. zu wissen, wo die Map ist, wäre halt jetzt auch super praktisch, glaube ich. Aber das wird sich halt erst nochmal zeigen. Smartphone ist aber eher so ein oberfränkisches Ding. Okay. Ja, es macht irgendwie Sinn, ja. das Ding, auf dem man rumwischt, ja. Oder das Kästchen, auf dem man rumwischt. Aber schön. Du in meiner, was ich in meiner ostrisischen Ecke müsste, zumindest Climmy and Moors. Nein. Ich habe keinerlei Ahnung von Platt. Nicht ein Wort. Nee. Platt ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Ich verstehe nichts davon. Nicht mal ansatzweise. So, nochmal Limerick. Was für ein Anblick. Ich kann mir nicht einmal vorstellen, welche ungeheure Kraft einen so großen Teil des Bunkers zerstört haben könnte. Achso. Wir stehen am Rande von etwas Schrecklichem. Okay. Ich kann mich an der Wand hier oben nicht festhalten. Wir können... Oh doch, kann ich. Aber wir kommen nicht weiter nach oben. Ah. Ja, okay. Au. Ach so. Okay. Ja, ja. Wir stehen am Rand. Tatsächlich. Tödlicher Rand und so. Gut. Hab's verstanden. Hm. Was? Glockshitter? Was für ein Ding? Von was redet ihr gerade? Dann haben wir halt so lange mit dir nur platt gesprochen, dass du es fast so gut kannst wie Hochdeutsch. Ja. Nee. Ich bin hier nur... Ich wohne hier nur. Ich hab tatsächlich keine Ahnung von... von platt. Oh. Ich erkenne es, wenn ich's höre, aber verstehen tue ich's nicht. Nicht mal ansatzweise. Okay, da drüben kommen wir auch nicht durch. Sowas hatten wir schon mal. Wir brauchen irgendwie eine Fähigkeit, mit der wir am besten durch Dornen rollen können. Das wäre richtig, richtig schön. Klugscheißer? Ja, ein Klugscheißer ist heute... ist... ist... ein Gescheithaferl. Also. Klugscheißer ist ein Gescheithaferl. Gescheit für schlau und äh... Haferl. Eigentlich für Schüssel. Sowas in der Richtung, aber... warum auch immer. Vermutlich, weil ganz viel schlau gefuttert oder so. Ach so, jetzt sind wir wieder hier unten. Passt. Okay. Oh, da oben ist was, das ich vorher noch nicht gesehen habe. äh... Das ist schön. Klugschütter, Klugscheißer? Ja, ja, das, das klingt, das klingt richtig. Das klingt richtig. Es gibt einen plattdeutsch Übersetzer. Das wundert mich halt gar nicht. Aber es gibt auch einen offiziellen langen Scheiß, bayerisch-deutsch und andersrum. Also. Was das angeht, wundert mich halt einfach gar nichts mehr. Wärmeantrieb. Du glaubst mir nicht? Ja gut, das, äh, da kann ich dir jetzt auch nicht helfen. Da kann ich jetzt auch nichts für. sag mal, wie groß ist denn dieses Gebiet? Wir spielen jetzt seit fast drei Stunden hier rum. Ähm, und die Sache ist, wir sind unserem Ziel irgendwie noch keinen Schritt näher gekommen. Oh, warte mal. Oh ja, ein rostiger Schlüssel, bitte. Oh, eine Kühlkammer. Ei, 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 ei. Oh, warte mal. Hi, dich kenn ich. Du hast es geschafft, Kumpel. Du hast es tatsächlich geschafft, Kumpel. Du hast mir an diesem verrottenden Ort echtes Essen besorgt. Ich muss so schnell wie möglich zurück in die Küche. Bye. Was? Auf keinen Fall. Es gibt auch Rindfleisch, Pastitchen. Leute, Rindfleisch, Pastitchen. Ich weiß nicht, warum er echtes Essen machen will. Das ist mir ein Rätsel, aber wir spielen hier nur rum. Wir spielen hier nur rum, ja. Das Ziel war, heute das Ende dieses Spiels zu erreichen. Also das mit heute wird jetzt eh schon kritisch, weil heute ist nicht mehr so lang. Wenn ich auf die Uhr gucke, wobei heute halt auch der Stunt endet, wenn ich morgen aufwache. Das ist ja auch nochmal so eine Sache. Aber uns fehlt halt auch noch eine ganze Menge im Spiel. Und ich weiß noch nicht, wie wir da reinkommen sollen. Also nicht mal ansatzweise. So. Ich sehe hier gerade keinen wirklichen Weg da rein. Warum auch immer. Also da oben, aber das war's. Wir kommen hier gerade nicht weiter als hier. Kann das? Hm. Was der erste Begriff im Langenscheid bayerisch? Einfach A. Ja, Obacht. Ja, aber ein ganz bestimmtes A. Es ist nicht A, sondern es ist A-Bier. Sowas in der Richtung. Lustigerweise hätte ich jetzt A-Bier sogar als Beispiel gebracht, wenn das nicht da gestanden wäre. A-Bier. Aber ja. Es wird halt ein bisschen anders betont. Tatsächlich ist das A für viele, die bayerisch sprechen wollen, erst mal ein Problem. Weil die das nicht hinkriegen in dieser, in diesem, diesen Laut. Wir können hier oben nix machen, Leute. Wir kommen da nicht weiter. Ja, kacke. Shit. Okay, dann gehen wir noch mal rüber in die Küche, glaube ich. Ähm. zu Dingens und gucken mal, was der jetzt für coole Sachen macht, glaube ich. Äh, so. Wieso wird der Bildschirm gerade so immer, äh, was? Gerade immer zu blass und dann wieder vollfarbig? Das, äh, weiß ich nicht. Das muss auf deiner Seite liegen, glaube ich. Wackelst du an irgendwelchen Kabeln? Ach so, nee, das wollte ich ja gar nicht. Na, egal. Ähm, so. Beim Handy schon, voll verwirrend, wirklich nur der Hintergrund. Kabel beim Handy? Äh, keine Ahnung. Ich weiß von nichts. Oh. Die Drucker sind verstopft. Kannst du mir etwas Papier besorgen? Alter, bist du laut. Und für wen kochst du überhaupt? Und warum? Okay, wir schauen zum Aufzug. Der war nämlich tatsächlich auch noch interessant und wichtig. da gab es nämlich auch noch das eine oder andere. Ei, 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 das war hier lange. Ja. Oh, warte mal. gibt es hier ein runter ne ok so ist gerade ein bisschen so aus das würdest du auch mal runter gehen aber leider wunderbar ich mag diese schock quelle die ist richtig gut genau ich glaube einfach oh ja so haben wir hier noch möglicherweise irgendwas anderes ich behaupte immer noch dass wir da hinten irgendwie durchkommen aber da ist kein durchkommen wir haben hier glaube ich nee wir hatten hier ein fragezeichen aber das heißt wenn wir da ein fragezeichen hatten heißt das eigentlich dass wir das fragezeichen gelöst haben jetzt bin ich verwirrt weil hat immer so weit sind wir vorher auch schon gekommen okay interessant auch nichts dann könnten wir eigentlich damit links hinten nicht rein kommen der letzte bunke das klingt halt auch so final das klingt halt irgendwie auch schon so schon krass würde ich sagen wir gehen noch mal an die oberfläche und arbeiten uns danach rechts durch und gucken mal hier in die fabrik einrichtung das glaube ich mache gerade noch am meisten sinn okay dann machen wir das mal du legst ich mal hin out maxi will over and out alles klar schlaf gut danke fürs reinschauen wir sehen uns hier gibt es eine erste etage waren wir da nicht drin und da habe ich wieder verkehrt da dass das das war da ich erinnere mich auch du doof ding oh warte mal das ist eigentlich perfekt genau hier muss ich nämlich hin also ganz links was also ich dachte im spiel auf spiel bezogen ganz links was im raiderland sagt man zu jungen fans im oldenburg oldenburger sprach gebrauch wäre es kastrierter rund bitte okay okay bitte was was bin ich da lesend ich kenne fendt glaube ich als marke für traktoren aber dann schreibt man es auch mit dt okay mal gucken wie weit wir jetzt hier in diese fabrik reinkommen ich würde auf jeden fall sehr sehr gerne möglichst bald die karte hier von finden fährt das hier nach unten nein und irgendwie habe ich das gefühl dass karte das ist für die karte nach oben geht aber immer ich glaube in dem raum hier waren wir schon mal der kommt mir gerade so bekannt vor ja doch das doch 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 hier waren wir schon mal drin ja genau ja hier dass der reaktor oder was auch immer nicht sicher ja nie passt da habe ich mein gefühl ist doch nicht getäuscht dann war das einfach nur ein kürzerer weg hierher das ist super was nicht so super ist ist dass das hier tatsächlich nicht weiter geht okay dann müssen wir hier nach hier unten du gehst langsam ins bedbrick alles klar dann schlaf gut danke fürs dasein wir sehen uns hier wir müssen doch hier nach rechts weg sie zumindest so aus als müssten wir dahin naja das ist unser aufzug und jetzt wird es gleich richtig schön kuschelig warm wenn mich jetzt nicht alles täuscht hier waren wir überall schon ja ja da waren wir schon genau da haben wir uns irgendwie mal hoch hoch gescheatet obwohl wir dann noch gar nicht hoch hätten sollen stimmt da war was da hatten wir den doppelsprung noch nicht ja und jetzt wird es wild ja und kaum haben wir was bist du denn und kaum haben wir den doppelsprung ist das navigieren hier drin total einfach und wir kommen auch easy weiter also easy mit er in dem fall wo es an der holländischen grenze da wurde rein zur wahl wird und ja holländisch weil das bundesland beziehungsweise landstrich der niederlande hier an der grenze nämlich holland heißt ich konnte mal eine weile holländisch also nicht so wahnsinnig gut aber ich konnte holländisch also irgendwie sind die niedlich aber auch gefährlich scheiße okay da nichts hier oben jede menge in der map wäre halt immer noch schön behaupte ich jetzt mal so hier bleiben warte mal normale temperaturen was wie soll man denn da rüber kommen wo warte mal oh nein okay so weit so gut oh mein gott was das geht nice oh ich wusste nicht dass wir quasi unendlich durch die gegend düsen können oh voll gut oh mein gott 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 das ist jetzt eher weniger gut wenn ich ehrlich bin was sie klingen als hätten sie durchfall holländer ich finde holländisch total witzig von der sprache her weil das ist irgendwie so so das ist so ein ganz wilder mischmasch aus deutsch holländisch englisch und irgendwas anderem so habe ich mal mein wärmeantrieb angeschaut das problem ist dass ich hier gerade ich fand ich jetzt so weit runter ich habe das gefühl an der stelle kommen wir jetzt tatsächlich nicht weiter wir müssen aber hier irgendwie weiter kommen ok cool cool wir müssen tatsächlich irgendwie weiter kommen weil es gibt hier auch kein warte was ist muss hier ein wo sind wir wo wäre ich denn jetzt es ist hier das linke ding unser marker hier ist falsch wie es ausschaut ja ja ok der ist falsch ja shit wie komme ich denn da jetzt rüber nee das geht nicht was die viecher die eben lava auf mich kippen das ist ach so die dinge also ich weiß ja nicht wie wie durchfall für dich klingt aber für mich klang dass er so als so plop 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 das weiß ich nicht als würden seifenblasen platzen nur ein bisschen lauter so der rückweg hier ist jetzt echt eine geschichte genau weil wir nämlich hier jetzt möglicherweise auch in dem ding landen können und weil wir natürlich massiv überhitzen können ich vergaß ich vergaß ok kühlen wir uns mal eben schnell ab jetzt toll warum lief denn das in die andere richtung so gut und jetzt so und da unten kann ich ja nichts machen weil da ist die lava unter uns viel zu nah oder wahrscheinlich weniger lava als schlacke ich bin nicht sicher dass hier ist immerhin eine fabrik was bin ich froh dass wir genug zeug zum reparieren dabei haben ja mann okay es geht kein doppelsprung danach es geht nur ein einfacher sprung wie habe ich ihnen das war ein sag mal es muss doch eigentlich hier unten weitergehen wir können halt hier nur nix machen ich dachte gerade ich habe mich angesabbert nein ich habe mich nicht angesabbert ich bin ein reinlicher benny ah 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 shit ah nein du wirst schlafen alles klar dann schlaf gut wir sehen uns vermutlich morgen ja ist tatsächlich auch noch echt morgen also richtig morgen 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 quasi was ist denn das sag mal da habe ich schon die geile fähigkeit dass ich mich hier durch wachsen kann und dann funktioniert das nicht was ist denn das für ein timing hier fun facts platte ist nicht wie bayerisch oder hessischen dialekt sondern offiziell eine eigene sprache mit eigenen dialekten die deutschlandweit verbreitet sind okay das erklärt auch warum ich einfach nichts davon verstehe also tatsächlich nichts davon also so wirklich nichts nichts warum das dürfte mich gar nicht erwischen wir sind doch gar nicht so nah an dem ding dran dass wir in irgendeine art und weiß der mensch nehmen oder sag mal weil ewig viel heilung habe ich jetzt auch wieder nicht schon ein bisschen was aber das kostet okay 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 ah oh gott sei dank danke spiel dass du mich hier verortet hast okay gut gut ja ich glaube wir haben jetzt den schwierigeren weg wieder zurückgenommen der aber für mich der einzig logische weg leider war jetzt gucken wir mal wo es ah ah okay wir gucken mal wo es lang geht ich bin mir nicht sicher ich glaube nach rechts ist endlich alles nach links oh oh ja oh uuh sehr schön okay das ist ich bin doch nicht sicher ob das jetzt gut war hi ah ich kann ja nicht explodieren hier zumindest nicht von selbst aus wärmeantrieb wärmeantrieb ja aber was ne was was wärme was für ein wärmeantrieb was denn für ein wärmeantrieb was meinst du denn ich bin unsicher was du damit meinst tatsächlich wir haben das hier achso der das ding ähm das war ein chip ja keine ahnung was der tut war das der hier schützt den wärmemesser des benutzers vor überhitzungen heißen wir ja gut ha ha okay ja das ist tatsächlich hervorragend das ist richtig gut wir sind nicht mehr überhitzt sehr guter hinweis ja aber stimmt ja den hatten wir aufgesammelt habe ich schon wieder komplett vergessen dass das der fall war so wie man mich halt kennt vergesslich wie die nacht finster ist und wir haben einen neuen Sockel für damage ich glaube das war damage ich glaube rot ist damage oh okay das heißt wir können jetzt auch nochmal ähm hier das größere Schwert nehmen dann können wir ein bisschen weiter weg von den Gegnern stehen das ist der kritische Schaden ja das ist sehr gut das ist wunderbar oh ja das ist wunderbar ich habe so das Gefühl dass das alle Chips sind die wir erreichen können würde ich jetzt mal so spontan behaupten sicher bin ich nicht okay schönes Gebiet wir müssen weiter nach links definitiv weiter nach links und diese ganze ähm Fabrik hier kann eigentlich auch nur bedingt groß sein es würde mich nicht mal wundern wenn wir jetzt hier gleich so ein Story Dingens treffen dass uns hier beim Zentralrechner Gewölbe irgendwas hilft gucken wir mal ich würde aber tatsächlich ganz ganz kurz bevor wir das machen nochmal kurzes Päuschen machen ihr könnt ja nochmal versuchen Tetris zu spielen vielleicht schafft ihr jetzt jetzt Jan den Score mal gucken ansonsten bin ich gleich wieder da und ich blende mich schon mal aus weil das muss ich noch das muss ich noch extra machen genau bis gleich und geht schnell auf Klo holt euch was zu trinken irgendwie so was in der Richtung so ähm bis 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 Moment bis gleich bis 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Du suchst jetzt auch mal den Weg in deinen Fubsbau. Langsam fallen dir dann doch die Augen zu. Easy, es ist 20 nach 11. Was? Was ist mit dir? Bist du krank? Müssen wir irgendjemanden rufen? Merkwürdig momentan? Ja, sehr sogar. Das kenne ich ja gar nicht von dir. Dass du die Zeit irgendwie auch nur halbwegs daran denkst, zu schlafen. Du bist zu früh wach und gehst zu früh ins Bett. Vielleicht hast du auch einfach deinen natürlichen Rhythmus gefunden. Könnte ja auch sein, rein theoretisch. Es soll ja sowas geben in der Richtung. So, das sieht nach... Ja, das ist eine Boss Arena. Guck mal, ist sogar auf der Karte schon so markiert. Äh, wir haben da hinten gespeichert, ne? Jo, haben wir. Sehr schön. Vor zwei Tagen bist du um 21 Uhr ins Bett gegangen. Oh Gott. Bitte was? Bitte was? Was ist denn da los? Das ist ja... Das ist ja furchtbar. Und WB, äh, juggable. WB. Und du verziehst dich auch? Ich muss wieder meinen eigenen Kopf benutzen. Oh, okay. Oh. Und auch wenn Easy grundsätzlich recht hat mit Backseating, das, äh, so ein kleiner Hinweis ist meistens in Ordnung, weil ich vergesse halt wirklich, dass ich Dinger dabei habe. Ähm. Da habe ich gar nicht mal das große Problem damit. Spoiler, habe ich ein großes Problem mit, aber so ein kleiner Hinweis, so ein Nutsch in die richtige Richtung, das ist durchaus auch mal in Ordnung. So, okay. Boss, Leute. Oh, yeah. Du bist ein Storyboss. Du bist ein echter, richtiger Storyboss. Hallo. Okay, nice. Oh, shit. Oh, shit. Ach so. Oh, das war's mit uns. Ja, ups. Scheiße. Ja, okay. Das, äh, das waren dann wir. Das war jetzt nicht so optimal, das gebe ich zu. Oh, cool. Aber das ist, äh, ja. Nach diesen Dingern suchen wir. Das sind die, die uns, ähm, das, das, äh, den Zentralrechner oder den Großrechner aufsperren. Oder aufschweißen. Nicht sicher. Eins von beiden. So. Du wirst noch auch nur davon bewahren, mit der Vermotung, Chat-Streamers gehören in anderen Shads geteilt, ob zu werden. Dann, äh, dann ist Risiko sregend. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Das ist immer sehr abhängig vom Streamer. So kleine Hinweise, die sind meistens für mich voll in Ordnung. Schlimm ist es halt, Backseating so, mach das, mach das, mach das. Das, das, das geht halt gar nicht. Aber so ein Hinweis ist bei mir voll in Ordnung. Aber im Zweifel immer vorher fragen, ob er vielleicht einen Hinweis will. Dann kann man das selber entscheiden. Also so mach's ich, wenn ich irgendwie sehe, dass der Streamer, ähm, oder dass irgendwo, dass man hängt. Dann frage ich halt, ob man den Tipp haben will. Okay, ich mag meine Taktik. Das lange Schwert, ähm, oder die Schwertverlängerung macht sich auf jeden Fall bezahlt. Ja, jetzt gerade vielleicht eher weniger. Vielleicht doof war. Okay. War's das oder zweite Phase? Zweite Phase. Hey, du bist jetzt Gold? Warum bist du jetzt Gold? Oh. Oh mein Gott, nein, Bulletel, 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 Bulletel ist nicht gut. Das ist das Genre, das ich im aller 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 wenigsten kann. Nein, 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 nein Proton, der zweite Schöpfer. Okay. Wie lange habe ich geschlafen? Ich habe über unsere Handlungen während der Stasis nachgedacht. Du musst das verstehen. Wir haben das absolut Notwendige getan, um die Zukunft aller Maschinen zu sichern. Nimm das. Es ist eine seltene Komponente, die Ihnen helfen wird. Nimm das. Es ist eine seltene Komponente, die Ihnen helfen wird. Daniel, magst du mal ganz kurz Ausrufezeichen-Clip machen? Das ist nämlich nochmal ein Tippfehler. Oder was heißt Tippfehler? Das ist eine seltsame Formulierung. Perfekt. Dankeschön. So. Okay, wir haben eine neue Fähigkeit. Obacht! Und die erlaubt uns... Errungenschaft freigestaltet. Proton. Ja, was erlaubt ihr uns jetzt? Das war übrigens... Ja, das war tatsächlich First Try. Das ist sehr, sehr hübsch. Sehr, sehr nice. Ja, aber was haben wir jetzt Cooles hier bekommen? Sagt, nimm das und hat nichts für uns. Ach, das da wahrscheinlich. Nee, das ist flüssiges Kühlmittel. Bitte was? Das ist das hier. Ja, das ist das hier. Wir haben doch keine neue Fähigkeit, oder? Nee, nee. Wir haben keine neue Fähigkeit. Aber wir haben Kühlmittel. Das ist gut. Wir haben mehr Kühlmittel. Okay, hi. Unser jüngstes Geschwisterchen. Warum bist du diesen verbotenen Weg weitergegangen? Wenn du nur meine Warnungen... Meine Warnungen beachtet hättest. Okay. Einmal bin ich doch gestorben. Oh. Ja, es war halt auch der erste First Try... Der erste Try, der funktioniert hat. Also, ganz normal, easy. Es ist immer First Try. Ganz klare Sache. Also, was für eine Frage. So. Was meine deutsche Lokalisierung einfach mal on point ist. Dialog in der Gruppe über Körperpflege. Und der, ich nenne es mal, Habeate-Typ meinte, es gibt Schlimmeres als Sand in der Kimme. Da hat er durchaus recht. Du hast keine Überschrift gemacht für den Clip. Das ist voll in Ordnung. Die lösche ich... Also, wenn es die reinen Tippfehler Clips sind, dann lösche ich die so oder so. Nachher, es geht nur darum, dass ich dem Entwickler vielleicht ein bisschen Feedback geben kann, was den Text angeht. Zum Thema Schlafen. Irgendwie ist es momentan echt merkwürdig. Du gehst früh ins Bett, wachst dadurch früh wieder auf, gehst dann wieder früh ins Bett und immer so weiter. Hast momentan gefühlt nicht genug Energie, um über den ganzen Tag zu kommen. dass es jeden Tag ein paar Stunden, die sich dein Wachzyklus nach vorne schiebt. Das ist ja furchtbar. Easy, mach was dagegen. Das ist ja auch nicht besser, als zu spät schlafen. Aber, andere Frage. Also, ich will dich jetzt auch nicht unbedingt aufhalten vom ins Bett gehen, weil das ist auch nicht vorteilhaft. Weißt du, was dein natürlicher Schlafhortmus wäre? Weil bei mir stellt sich im Urlaub und so immer furchtbar schnell heraus. Okay. Mein natürlicher Rhythmus wäre, so zwischen drei und vier morgens ins Bett zu gehen und dann so zwischen zehn und elf wieder wach zu werden. Das ist so das, wo mein Körper dann so sagt, so, okay, cool. Ah! Ja, das auch. Ah, damit kann ich leben. Weil wenn du das irgendwie hinkriegst, dann würde ich auf jeden Fall versuchen, auf den normalen, auf den natürlichen Rhythmus zu gehen. Weil alles andere ist ja eigentlich dämlich, wenn man mal so drüber nachdenkt. Gut, Leute, wir haben, wir haben einen Boss. Das heißt, wir gehen noch mal ganz kurz, vermutlich hier in die Richtung des Zentralrechnergewölbes und gucken mal, was uns da gesagt wird. Und dann schauen wir noch mal. Haben wir gerade noch irgendwo Frage? Oh, warte mal. Da ist... Oh, da sind noch Wege offen. Warum sind denn hier noch Wege offen? Was ist denn das? Okay, cool. Das heißt, wir gehen jetzt erst mal... Ja, genau. Wir gehen mal beim Zentralrechner vorbei und dann gucken wir mal hier runter. Vielleicht ist da was. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der letzte Bunker auch das letzte Gebiet sein wird. Weiß nicht, wie ich da drauf komme. Klingt irgendwie so. Hm, hm. So. Zack. Einmal nach unten. Äh, du hast die Energie nicht. Du isst aber auch genug. Keine Ahnung, wo die Energie hingeht. Hast du dich schon mal... Und das ist jetzt scheiße, weil das kostet Geld. Auf Vitamin-D-Mangel prüfen lassen. Äh, checken lassen. Easy, aus eigener Erfahrung. Mach das. Weil der wirkt sich massiv aus. Und ich glaube, deine Ernährung ist nicht so viel besser als meine. So. Hey, Fuchswang. Baby. Baby. Äh, wo müssen wir hin? Einfach jetzt nach links durchlaufen. Sehr gut. Sehr gut. Und sobald du einen Geldesel findest und dafür Geld ausgeben kannst, äh, machst du das und meldest dich. Ja, ja. Ähm, ja. Ist das nicht sogar eine Sache, die möglicherweise... ...jemand für dich übernehmen würde? Weil... Ja, nee. Vitamin D ist eigentlich Zusatz... Weiß ich gar nicht. Ist das Zusatzleistung? Ich hab keine Ahnung. Aber sobald es irgendwie geht, lass das tatsächlich mal checken. Also, ich hatte ja einen, äh... ...nen Vitamin D-Mangel und, äh... Zitat, Arzt... Ähm... ...der Wert ist so niedrig, dass man ihn kaum noch messen konnte. Und seit ich dann... ...zwei, drei Monate lang im Winter mit... ...ähm... ...also mit richtig massiven Vitamin D-Tabletten supplementiert hab... ...ging's tatsächlich... ...sehr schnell wieder bergauf. Was Stimmung angeht, was Schlafrhythmus angeht... ...und alles Mögliche. Also war richtig, richtig, richtig gut. War richtig hilfreich. Oh, da ist auch noch was. Okay. Ja, dann pass auf. Dann gehen wir ganz kurz hier nach rechts. Ähm... ...einfach nur, um hier mal ganz kurz zwischenzuspeichern. Dann gucken wir mal. 100%ig nicht. Krankenkasse macht gar nichts, solange ich nicht beweist, dass du's brauchst. Das ist... Ja, gut, das ist klar. Äh... Amt macht nix, weil warum auch. Du gämst sowohl mit, als auch ohne Test momentan nicht an Arbeit... ...weil das Problem hier aber woanders liegt. Ach, Mann. Ja, okay. Scheiße. Ach, Mann. Das ist doch kacke. Aber dann versuch das mal in deiner Brio-Liste... ...möglichst weit oben zu platzieren. Dann sag ich's mal so. Hahaha. Ähm. Äh, genau. Darüber. Hier hin. Und jetzt haben wir sowohl den Weg nach links rüber. Aber ich glaube, den kennen wir schon. Ja, ja. Den Weg hier kennen wir. Den haben wir schon ein paar Mal. Halt, stopp, haben wir nicht. Das ging bisher nie. Das ging bisher nie. Das Amt geht dir zwar, äh, zwar nicht auf die Nerven, aber die gehen momentan... Äh, die geben momentan auch kein extra Geld für dich aus, egal... ...für egal was. Da drehst du dich seit mehreren Jahren mit dem Amt im Kreis. Ob so lange die Gesetzgebung da nichts macht. Alles nicht so einfach, ne? Oh, shit. Wie soll ich denn da durchkommen? Ja, Scherzkeks-Spiel. Das funktioniert doch nie. Wie soll denn das gehen? Da komme ich doch nie und immer durch. Nope. Okay, warte mal. Ich kann tatsächlich mehrfach hintereinander dashen. Jetzt schlafe ich schlafe. Morgen Mortuary Assistant shown. Jo, ja. Oh, ja, das wird witzig. Ich hoffe, dass ich das hier noch durchbekomme. Das wäre jetzt sonst irgendwie doof. Ne, ich komme da nicht durch. Keine Chance. Wie soll... Also, jetzt mal. Hä? Wie soll denn das hier gehen, bitte? Spiel. Das... Das... Was? Also, wie? Äh, nein. Nein, einfach nur... What? Somit viel Platz? Ja, klar. Gar kein Problem. Aber... Anders? Oh, shit. Keine Chance. Okay. Dann gucken wir noch mal hier rüber. Und hier war nämlich auch noch irgendeine Art von Geheimnis. Oh, ja. Oh, ja. Das Geheimnis ist, sich zu heilen. Aber richtig. Hier ging es nach oben weiter und rechts nicht. Das war das Problem hier. Ich erinnere mich. Okay. Dann können wir uns hier einmal durchkugeln. Ähm. Okay. Ja. So weit, so gut. Oh, was ist... Das denn? Oh. Leute. Ich glaube, ich weiß genau, was das ist. Schnur und Haken. Nein, ich wusste nicht, dass es das ist. Oh, mein Gott. Ist das gut. Oh, yeah. Oh, mein Gott. Ist das geil. Ein Enterhaken. Ja, aber die geilste Version davon. Die geilste Version davon. Weil ich... Fast die geilste Version davon. Ich muss nämlich schon noch ein bisschen aufpassen. Aber das ist richtig nice. Ähm. Ah, was? Oh, mein. Okay. Okay. Fies. Sehr fies. Okay. Man muss halt echt ein bisschen aufpassen, wo man, äh... Händingst. Ah, okay. Und es geht auch nur einen Sprung danach. Alles klar. Hast du ja ganz vergessen zu berichten. Morgen ein Gespräch mit einem Publisher, der auch Konsolen-Ports macht. Oha. Oha. Cool. Ah. Ja, das war... Nix. Ah, nein. Ah. Ah. Das war... Hm. Der Harden. Ja, aber cool. Tatsächlich cool. Ich hoffe, dass ihr da auf den angenehmen Deal kommt für beide Seiten. Das stelle ich mir nämlich tatsächlich gar nicht mal so einfach vor, mit so einem Publisher zu quatschen und dann einen Deal zu finden, der beide glücklich macht. Ähm. Rabbit-Go-Stunks. Ja. Elegis Konto. Maschinen werden mit einem Verständnis programmiert. Die Welt spielt sich gegen eine singuläre Gleichung aus. Wir Ältesten nannten es das große Kalkül. Und sein einziger Zweck ist es, alle Dinge auszugleichen. Ah. Okay. Oh. Okay. Ja, wenn ihr das so sagt. Ja, Balla. Oh mein Gott. Erinnert ihr euch an den komischen Lava-Raum da oben, wo wir gerade vorhin versucht haben, zurückzukommen? Der irgendwo hier? Nein. Wo war denn der? Der war hier drüben. Ähm. Hier war der. Der hat damit gerechnet, dass wir das haben. Diese Fähigkeit. Die wäre es nämlich gewesen, die uns das hier einfacher macht. Okay. Ja. Hm. Blöd. Blöd. Das habe ich dann wohl nicht getan. Okay. Aber das ist cool. Jetzt können wir nämlich einmal hier runter gehen. Einmal hier runter in den Brennofen. Und da gibt es nämlich auch noch das eine oder andere, was wir uns da anschauen können. Das ist hervorragend. Dann gehen wir jetzt einfach hier rein und gucken mal. Ah, das waren die Dinger. Ich erinnere mich. Ah. Ja gut. So. Was ist denn da oben? Nichts. Das haben wir. Da war das Karten-Aufdeck-Ding. Genau. Ja, Rapid. Aber lass dich da morgen dann nicht irgendwie über den Tisch ziehen oder so. Ich will das jetzt keinem Publisher unterstellen. Ich glaube, die meisten sind schon in Ordnung. Aber man kriegt schon so ein bisschen was mit teilweise, wo man sich so denkt, so, okay. Und da gingen definitiv coolere Deals, sage ich jetzt mal. Oh mein Gott, wir müssen hier raus. Wir müssen hier raus. Wir müssen hier raus. Ich kann mich... Kann ich mich? Nein, ich kann mich nicht heilen. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Es reicht nicht. Das ist nicht gut. Und wir sind noch... Wir sind gar nicht mehr so weit weg von dem Save-Point. Also alles... Eigentlich alles in Ordnung. Betonung liegt aber auf eigentlich. Oh mein Gott. Oh, da. Da ist er. Ist das ein Boden hier unten? Das ist ein einfacher Boden. Nice. Erst recht, dein Spiel ist noch eine 2-3 Stunden lange Alpha-Version. Aber je nachdem, wie es ankommt. Beziehungsweise ob die meinen, dass man ein Spiel zu denen passt, bekommst du Förderung und so. Ja, richtig, richtig. Was ich eigentlich sagen will, ist... In letzter Zeit gab es vermehrt in der Indie-Szene so... Sage ich jetzt mal Berichte, die die Publisher nicht unbedingt gut dastehen lassen haben. Also keine Ahnung, welche Publisher. Das kann ich nicht sagen. Aber da sind so irgendwie so Deals rausgekommen, wo du teilweise 50% deiner Einnahmen an den Publisher abgibst. Du aber auch die beispielsweise Kosten der Plattform, wo es gehostet ist, das Spiel. Also zum Beispiel Steam mit seinen 30% auch noch übernehmen sollst. Und so Dinge und das wäre dann natürlich ein Deal, der funktioniert einfach nicht. Der ist nur für eine Partei cool und das ist dann der Publisher. Also wie gesagt, keine Ahnung. Das mag auch ein Gerücht sein. Das kann ich nicht beurteilen. Aber sollte es sowas wirklich geben, muss man schon auch eventuell ein bisschen arg darauf aufpassen, was man denn so an Dingens, was man halt aushandelt. Weil schlussendlich, man handelt halt Sachen aus. Ob die jetzt gut sind oder schlecht, ist eine Sache, die sich zeigt in den Gesprächen. Am Ende muss es halt irgendwie ein Vorteil für beide Seiten sein. Was für ein Vorteil, kann ich nicht beurteilen. Aber ja. Publisher sind wie Drogen, man weiß nie, was man bekommt oder angedreht bekommt. Naja, eigentlich ja... Oh shit, was ist denn das jetzt? Eigentlich sollte man das ja schon wissen. Dafür redet man ja. Aber ja. Was der beste Deal ist immer der, bei dem beide denken, sie haben das Nachsehen gekriegt. Aber mussten doch zusagen. Ja, aber... Ja, aber da bin ich mir nicht sicher, ob das in dieser Branche dann so funktioniert. So. Nur Opfer, die von den Flammen verschlungen werden, überschreiten ihre Maschinenkörper. Mögen ihre Programme für immer hell leuchten. Überschreiten ihre Maschinenkörper? What? Okay. Glaube ich. Gut. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier Hübsches haben. Okay, wir müssen da nochmal weiter links. Da ist nämlich auch noch ein Raum. Also hier drüben im Dunkel, Lila, Dunkel, Blau, Lila, Blass, Blau, Dunkel. Ihr wisst, was ich meine, Gebiet. Äh, bin ich hier richtig? Ja, bin ich. Passt. Sehr gut. Sehr gut. Solche gibt es wie Sander mehr. Solche Publisher, wie ich gerade gesagt habe. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Die Sache ist, so ein Publisher ist halt irgendwo auch ein zweischneidiges Schwert. Weil einerseits ist es natürlich cool, weil man kann sehr, sehr stark von den Publishern natürlich profitieren. Im Sinne von Wissen, was beispielsweise oder Marketingkapazität angeht. Oder auch ganz allgemein technische Probleme oder sonst was. Weil einige Publisher und so haben ja auch ihre eigenen Entwickler und so weiter und so fort. Oder entwickeln selber auch Spiele. Das soll es ja auch geben. Durchaus. Gleichzeitig kann man sich möglicherweise auch Finanzierung sichern. Was natürlich für so eine Spielentwicklung ganz, ganz essentiell wichtig ist. Weil, auch wenn es ein Hobbyprojekt ist, Hobbys kosten Geld. Und Geld ist leider eine endliche Ressource für die meisten von uns. Und da kann so ein Publisher natürlich auch hervorragend helfen, da unter die Arme zu greifen. Kriegt dann natürlich auch einen Teil vom Cut. Ist auch vollkommen klar und vollkommen berechtigt. Aber, was irgendwie verloren geht, so ein bisschen, finde ich. Und das sage ich jetzt tatsächlich, obwohl ich einigen Indie-Publishern folge und das auch sehr cool finde, dass es die gibt. Man gibt halt als Indie-Entwickler auch so ein bisschen, sage ich mal, den Indie-Gedanken auf. Also, Indie-Publisher etc. Wie gesagt, große Vorteile. Da sage ich überhaupt nichts dagegen. Aber in dem Moment, in dem man sich einen Publisher krallt, ist man eigentlich, so gesehen, nicht mehr unabhängig. Weil man macht sich von einem Publisher abhängig. Auch wenn es ein Indie-Publisher ist. Ne? Das ist eigentlich eine ganz, ganz fiese Geschichte, so ein Publisher. Weil er eigentlich den Indie-Gedanken zerstört. Das ist unabhängig von anderen. Andererseits sind sie halt super wichtig irgendwie. Oder oftmals super wichtig. Und führen halt auch dazu, dass Spiele besser werden, als sie sonst geworden wären. Aber man muss natürlich dann auch, keine Ahnung, wie wenn man den Arbeitsvertrag unterschreibt, schauen, dass die Chemie stimmt und die vertraglichen Bedingungen passen. Das ist halt schon auch sehr, sehr wichtig. So, hier war übrigens nichts mehr für uns zu holen, offensichtlich. Wir waren da schon überall und nur die Map war nicht aktuell. Hm. Ja, blöd. Sehr blöd. Naja, dann speichern wir hier mal eben kurz zwischen. Und haben wir hier noch irgendwo einen offenen Weg? Ich glaube, nein. Ja, dann müssen wir jetzt wieder nach oben. Da müssen wir jetzt wieder in den Bunker. Okay, wo ist denn die nächste? Wo sind wir? Wo ist denn die nächste Bahnstation? Da unten im Grünen. Nee, die ist ewig weit weg. Bis wir da sind, sind wir auch da hochgelaufen. Ich glaube, wir laufen tatsächlich schneller da hoch, als dass wir jetzt irgendwie eine Bahnstation finden. Oder? Ja. Da oben wäre ein Bahnhof. Das ist an sich super. Hm. Ich glaube, wir sind tatsächlich genauso schnell da hochgelaufen, wie wir zu diesem Bahnhof da runtergelaufen sind. Das wird jetzt keinen großen Unterschied machen. Okay. Okay. Au. Oh, du. Da. Alter. Doppelattacke hier, ja. Was ist denn das? Autsch. Frag nicht, warum ich gerade in den Werbeschengel gesummt habe. Ich weiß es nämlich selbst nicht. Warte mal, ging es hier links weiter? Bin ich doof? Hätte ich hier gar nicht... Hätte ich hier... Oh, hallo. Hi. So. Äh, da lang. Okay. Hier, da will ich hin. Nee, will ich nicht. Ich will weiter da hoch. Okay. Ehrliche. Aua. Diese Dinger sind halt so fies, ne? Okay. Kurz heilen. Äh, gibt auch viele Publisher, die sagen hier, äh, sind so die Daten von Spielen, die bei äh, die bei unseren Kunden, äh, unseren Kunden gut ankommen. Halte ich an das, dann wird es auch gut, dann wird es auch gut verkaufen. Hältst du dich nicht dran, veröffentlichen wir dein Spiel nicht. Ich spreche so aus Erfahrung. Ja, gut, klar. Ne, irgendwo. Das ist halt auch einer... Oh, warte mal. Ähm. Das ist ja auch, sag ich mal, irgendwo berechtigt, weil... Klar. Der Publisher hat halt einfach an der Stelle eine sehr gute Erfahrung mit... mit Schema X gemacht. Und die wollen natürlich, weil, ne, auch ein Publisher ist natürlich eine Firma, die wollen natürlich auch Geld machen. Ganz klare Sache. Dementsprechend, ähm, wollen sie natürlich auch ihre Experimente, äh, gering halten, was das angeht. Kann ich auch voll und ganz verstehen und, ähm, finde ich nachvollziehbar. Ist halt dann natürlich ein bisschen doof und schränkt halt möglicherweise im eigenen Repertoire ein. Ähm. Wo man meines Erachtens nach auch viel aufbauen könnte, ähm, wenn man andere IPs quasi mitnimmt. Neue, experimentellere Sachen. Die sich möglicherweise schlechter verkaufen, ja. Aber vielleicht auch einfach super cool sind. I don't know. Ich bin kein Publisher. Also wenn jemand sein Spiel hier über mich, äh, publishen will, ne, dann, äh, machen wir ganz, ganz schnell. Benni macht Publishing und, ähm, das war's aber auch. Mit mehr dürft ihr nicht rechnen, weil vom Rest hab ich keine Ahnung. Hahahaha. Aber wenn ihr meinen Namen als Publisher darauf schreiben wollt, äh, ihr Indie-Entwickler da draußen, lässt sich regeln. Hab ich nix dagegen. Hahahaha. Ich kann nur nichts bieten. Ich bin so der typische Mensch, ich gebe Exposure. Hahahaha. Zumindest was das angeht. Weil mehr hab ich momentan nicht. Und die Exposure ist halt nicht mal groß. Äh, wo muss ich hin? Ach so, da oben geht's nicht lang. Ja, gut, das passt. Das passt. Es gibt auch Publisher, die man dafür bezahlen muss, dass die dein Spiel veröffentlichen und auch dafür, äh, das Polishing und die Portierung übernehmen. Haben dann auch nichts mit der, mit der endgültigen Version zu tun, außer dass die bei den Konsolen-Versionen mit auf der, äh, mit auf der Packer, Verpackung abgebildet sind. Ja, klar, das, das gibt's auch, ja. Das ist, ja. Das ist so ein bisschen, das gibt's im Buchbereich auch. Ähm, und, äh, ja, die übernehmen halt so ein bisschen die Logistik für dich, ähm, so Buchdruck, Auflagendruck, bla 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 bla, das ganze Zeug. Ähm, kriegen dann natürlich einen Cut vom, vom Verkauf, weil logischerweise waren die daran beteiligt. Ähm, oder sogar ein Festbetrag am Anfang, das kann natürlich auch sein, soll's auch geben. Aber, ja. Publishing ist halt tatsächlich, ist halt schon auch gar nicht mal so ohne. Warte mal, hat sich da oben nicht gerade was verändert? Was ist denn das? Ah, nee, das hatten wir schon. Äh, nee, nee, das, das, das kennen wir, okay. Passt. Heute, äh, was? Heute aus, wenn Werbung ehrlich wäre, Benni. Ja, aber es ist doch so. Hahaha. Es ist doch so. Schlussendlich muss man halt einfach den Deal finden, der für einen perfekt ist. Ähm, oder was heißt perfekt? Oder wo man halt mit, mit guten Gewissen mitleben kann. Das ist es halt. Wenn du einen Publisher hast, der dich irgendwie durch das Ganze begleitet und du von seiner Erfahrung mit profitieren kannst, ist doch super. Wenn du einen Publisher hast, der, keine Ahnung, dir beim, 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 bei der Portierung auf andere Systeme hilft. Und dafür, keine Ahnung, von, von diesem, äh, System noch einen Cut haben will, einen größeren. Okay. Wenn du einen Publisher hast, der dir deine IP wegnimmt, dann hast du ein Problem. Weil auch das soll es angeblich geben. Die, die dir halt einfach, ja, quasi die IP mit wegkaufen. Wie auch immer. Das ist dann natürlich doof. Das ist meistens nicht so praktisch. So. Äh, speichern. Wir gehen jetzt wieder in den letzten Bunker. Aber, glaube ich. Ich bin nicht sicher. Wir müssen erstmal gucken. Ich muss erstmal gucken, wie wir jetzt hier am besten durchkommen. Aber ich glaube, unsere neue Fähigkeit, unser geiler Greifhaken, wird uns hier helfen. Also bin ich jetzt zumindest relativ zuversichtlich, dass er das tut. So. Bei Büchern müsst ihr auch bald gucken. Das wollte ich jetzt schon. Was denn? Hattest du was erzählt? Und ich habe es einfach wieder vergessen. Was gar nicht so unwahrscheinlich wäre. Weil ich so scheiße vergesslich bin. Und du schreibst ein Buch? Stimmt, das hattest du, glaube ich, schon mal erwähnt. Ja, ich habe es vergessen. Nice. Ja, ich habe es eindeutig vergessen. Okay. Ich habe halt gerade nicht die geringste Ahnung, wie wir hier weiterkommen wollen. Die Sache ist die. Wir können jetzt hier rein. Aber das ist das. Echt? Jetzt sind die ganzen Viecher hier wieder respawned? Nee. Da kommen wir nicht durch. Das ist ein Rückweg hier. Aber wenn das ein Rückweg ist, wo ist der Hinweg? Der kann ja eigentlich nur weiter oben sein. Weil hier unten drunter ist ja nichts mehr. Oder? Nee, da ist ja nichts mehr. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Meistens ist es bei den letzten Festbetrag. Dann noch angepasst an das Spiel. Ja, aber macht ja auch Sinn. Pauschalbeträge sind prinzipiell... Pauschalbeträge sind pauschal scheiße. Meistens. Scheiße. Das meistens macht die Pauschale kaputt. Ja. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So, wir gehen jetzt mal hier hoch. Wir reparieren uns ganz kurz. Geil. Die Schockwelle ist so gut. Oh, yeah. Oh. 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 Okay, cool. Das ist nice. Problem ist nur... Ich weiß immer noch nicht, wie ich weiterkomme. Bei Unterhaltungsmedien sollte man sich nie mit einer Pauschale abreißen lassen. Geht eigentlich immer nach hinten los. Ja, ja, ja. Das war jetzt nur eine Vermutung, dass das hier lang geht. Oh mein Gott. Ja gut, klar. Er hat irgendwie gesagt, irgendwas hat das hier kaputt gemacht. Oh, nice. Oh. Was bist... Oh, da ist das Map-Ding. Da ist das Map-Ding. Also das Map-Ding, das uns die Map zeigt. Da. Hallo. Karte. Errungenschaft freigeschaltet. No more mischief. Äh, mischief? Mischief. Mischief. Mischief? Mischief? Mit, mit, mit. Daniel, du warst auch in England. Wie schreie... Äh, wie spricht man das? Okay, cool. Ich kann, ich kann dich hoch... Ich kann dann dir hochlaufen. Wie sollst du schreiben, wie man spricht? Ach so. Es gibt sowas wie Lautschrift. Nein. Äh, äh, äh. Lautsprach ist das Zauberwort. Ja, genau. Gibt's tatsächlich. Ähm. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich weiß halt selber nicht. Ist es jetzt... Ist es... Logischerweise weiß ich nicht. Ist es mischief oder ist es mischief? I don't know. Davon hast du keine Ahnung. Ja, aber du kannst doch Google benutzen. Also. Ich weiß. Ganz, 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 ganz. Verwegene These. Google benutzen. Dann gibt's sowas wie das Victionary zum Beispiel. Das einem sowas wie die Lautschrift, äh, anzeigen kann. Ah, okay. Nach oben hin ist tot. Alles klar. Warte mal. Wenn nach oben hin tot ist... Dann speichern wir nochmal ganz kurz. Äh, wenn's klappt, bist du beim selben Publisher wie dir... Wie das... Achso, wie die Entwickler deines Lieblings-Indie-Titels. Und sie haben schon lange Erfahrung mit Portierungen, wie zum Beispiel Portierungen zum Amiga. Mehr willst du nicht verraten, bis was feststeht. Ja, ja, ja. Du, das ist alles, äh, alles in Ordnung. Musst du auch gar nicht, weil... Ne, nicht, dass du dich jetzt hier in eine doofe Situation bringst. Ah, oh mein Gott. Fast nach unten gefallen. Ähm. Aber leg schon mal ein gutes Wort für dich ein. Äh, für dich ein. Ja, genau. Für dich selbst. Also das auch, natürlich. Ähm. Aber auch für mich. Hallo. Möglicherweise will ich irgendwann mal eine Art Interview mit dir führen. Und, äh, dein, dein Spiel, ähm, vorführen. Vorführen klingt jetzt natürlich fies, aber spielen halt. On Stream. Und sowas in der Richtung. Wenn ich hier schon einen Indie-Entwickler im Chat habe, dann hallo, natürlich. Ähm. Ja. Das wäre eine Möglichkeit. Und sobald dann Publisher im Spiel ist, wird das Ganze ein bisschen schwieriger. Weil dann, äh, dürfen Entwickler auch nicht mehr so im Normalfall Infos raushauen. Also, oder. Gibt's zumindest diese Regelung, dass dann Marketing, und das wäre ja Marketing in dem Fall, über den Publisher laufen muss. Habe ich halt auch schon gehört. Ähm. Was misstschuf. Mist, mit. What? Moment. So. Google. Ähm. Sprech mal ein bisschen lauter mit uns. Wo, wo, wo sind denn hier Lautsprecher? Mischief. Mischief. Ach da, warte mal. Mischief. 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 Okay. Ja, cool. Also, weder noch Mischief, noch Mischief. Die Mischung aus beiden. Ich hatte irgendwie ja doch recht. So. Wir haben unseren Toaster wiedergefunden. Hallöchen Splunk. Hey. Ich hatte gehofft, dich wiederzutreffen. Mir wurde klar, dass ich Zeit habe, meinen Lebenssinn zu finden. Einfach existieren ist gut genug. Und ich weiß, dass ich eines Tages meinen Weg finden werde. Danke für deine Geduld. Du hast mir in meiner Not geholfen und zugehört, als ich es am meisten brauchte. Oh, Errungenschaft freigeschaltet. Brave little Toaster. Oh. Komm, du bist so niedlich, ne? Oh. Wenn eine technologische Leistung möglich war, hat die Menschheit sie vollbracht, unabhängig von ihrer Tugend. Als wäre es mit dem Kern ihres Wesens verdrahtet. Ja, das klingt nach uns. Wenn es möglich ist, tun wir es. Ob es richtig ist, ist die andere Frage. Aber wenn es möglich ist, tun wir es. Ja. Okay. Das ist unser Shortcut. Hervorragend. Bei vielen Publishern gibt es Ausnahmen für Freunde und Bekannte. Mehr weißt du ja auch erst, wenn es so weit ist. Ja. Nee. Ja. Aber. Ja. Ja. Aber. Möglich. Aber es macht auch irgendwie Sinn, dass dann Marketing und Interviews auch über den Publisher dann. Also wenn die das übernehmen, halt auch über die geregelt werden. Das macht ja schon auch irgendwie Sinn. Behaupte ich jetzt mal so. Okay. Oben gehen wir wieder drauf. Das war jetzt irgendwie klar. Unten. Auch. Ach so. Ja. Macht Sinn. Ja. Natürlich gehen wir da drauf. Falsche Richtung. Da lang. Flup. Okay. Ohne Basketballkorb. Ohne Korb. Ohne Ball. Na ja, egal. Was, der tapfere kleine Toaster ist ein verdammt trauriger Disney-Film? Echt? Kenn ich nicht. Aber ich kenn auch so gut wie nix von Disney. Was? Ich bin schon niedlich. Was? Du lässt meinen Toast nicht komplett verbrennen? Ach so. Das war jetzt quasi auf den Toaster bezogen. Nicht an mich. Okay. Und ich dachte, ich wär niedlich. Ich bin nur flauschig. So. Sie vermehrten, verbrauchten und erschöpften die natürlichen Ressourcen des Planeten. Außerdem störten sie damit das natürliche Gleichgewicht. Ja, das klingt tatsächlich nach uns. Leute, dieses Spiel wird gerade creepy. Im Sinne von, es wird realistisch. Ei, Karamba. Ei, ei, ei. Warum ist denn der? Es explodiert. Okay, cool. Also habe ich nix dagegen, aber... Warum? Ist auch Disney untypisch. Ja, okay. Kommen wir da? Nein. Natürlich. Und... Bamsen, Bamsen. Oh. Nur zwei Treffer. Hallo. Schön. Schön. Oh. Frank, Frank, Frank. Hat mich nur ein Leben gekostet. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Äh... So bei den Titeln, wo du weißt, wie die beworben wurden, war es viel mit Eigenarbeit der Entwickler, plus Kontakte zu Spieleentwicklern und Hilfe für Trailer-Erstellung. Spiele messen. Ach so, ja. Ja, zu anderen Spieleentwicklern. Ja gut, andererseits. Die Indie-Community ist stark auf Twitter. Holy shit. Morgen ist Screenshot Saturday. Und was für geile Spiele man da in Entwicklung sieht. Holy shit-eroni. Da kommen schon wirklich coole Sachen bei rum. Also, Screenshot Saturday ist gigantisch geil. Jetzt bist du komplett raus. Danke für den Stream. Habt eine gute Nacht. Daniel auch. Alles klar. War dann, nee. Obwohl, Daniel wechselt noch aufs Handy. Gut, dann Happy Lurk. Jetzt, wo das Spiel gleich vorbei ist, ne. Jetzt haut ihr ab. Oh mein Gott, Leute. Wir stehen so kurz vor dem Durchbruch. Wir sind quasi doch ground, kurz bevor er... Oh oh. Seine Zeitmaschine vollendet. Haben wir einen Shortcut hierher? Ja, haben wir. Gut. Aber schlaf gut, Leute. Danke fürs Da sein. So, was kannst du? Oh. Oh, okay. Cool. Aua. Oh, was ist denn das? Da sind da. Da hatten die. Da hatten die. Okay, warte. Nee, warte. Das ist halt vom Timing genau so, dass man gerade so nicht, nicht groß heilen kann. Oh, warte. Stopp. 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 Stoppen. Stoppen. ja 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 okay warte kann ich einfach hier nein kann ich nicht ich kann mich einfach darunter hüpfen das ist ein bisschen schade okay ich muss diesen weg hier nehmen ist jetzt nicht so schwer aber das das ist doof ich würde gerne den den express weg durch die mitte durch den krater nehmen aber spiel sagt nein hier lang okay ich glaube der fall ist cool das ist sehr cool tipp für angehende indies macht am besten keine poster spielen auf reddit die rate community nimmt gerne in die titel auseinander so wirklich sehr sehr unique spiele werden da in ruhe gelassen ja gut aber reddit ist halt auch ein shithole ich habe reddit bis heute nicht verstanden das ist für mich weiß ich nicht reddit ist eine plattform die meines erachtens nach ich verstehe nicht warum sie existiert warum sie eine darseits berechtigung hat ich bin nicht ganz ehrlich shit warte mal sind wir schon in phase 2 so hatte ursprünglich angefangen okay ja du solltest dich reparieren kleiner okay 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 alles gut alles gut alles gut alles gut alles gut phasenwechsel und deshalb kann ich eh nix groß tun ja nee klar dass jetzt genau auf mich drauf liegt logisch ja nee ist was zum ey der ist gemein der ist richtig gemein ich zieh mal ein bisschen geld aus dem tresor weil ich glaube wir müssen uns in dem fight doch das ein oder andere mal heilen was doof ist aber ja müssen wir wohl okay wer hier ist nämlich tatsächlich auch gar nicht so einfach gerade die zweite phase ist halt irgendwie noch pures chaos und 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 steht steht was ist jetzt los eigentlich heile ich mich gerade ich weiß man sieht es nicht weil ich halte ich halte ich halte ich komm ja das hat nichts gebracht das hat nichts gebracht heilen 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 warum ist jetzt die phase 2 so schnell da ich lese gleich wird es gab ein bisschen ungünstig schon wieder in den gegner ich bin einfach nur ungünstig in den postfalt gegangen ja ja das würde ich jetzt auch behaupten nein 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 ander nein haben wir noch nein So, du bist der alte Macht, Schläfchen. Hast du bis jetzt tatsächlich zugeschaut? Ich hätte es eher damit gerechnet, dass du wieder aufgewacht bist um die Zeit. Ah, shit. Ja, ja, ja. Ich habe es voll vergessen, dass ich jetzt gerade keine Dingens mehr hatte. Nein, komm, das war ja, also, das war ja, also, da, 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 das war knapp. Das war gut. Aber schlaf gut, Böse, alte. Schlaf gut. Achso, warte mal. Nicht, dass hier gleich der Gegner herkommt. Du siehst so viele Leute, die auf Reddit Werbung für ihre Spiele machen und sich dann wundern, warum die gehated und auseinandergenommen werden. Reddit ist eher was für Spiele, wo man sicher gehen kann, dass die Spiele gut werden oder für Leute, die es nur glauben und oder denken, bei denen würde es nicht passieren. Ja, ja, wie gesagt, Reddit ist halt auch ein Shithole. Also, ja. Aber Twitter ist, also Twitter ist tatsächlich in der Indie-Szene groß verbreitet. Und ich finde das sehr angenehm, weil das ist halt auch mein Lieblingsnetzwerk oder das, das, das ich halt bevorzugt nutze. Ähm. Und da ist einiges los. Und es ist, also, auf Twitter ist tatsächlich, so was ich mitbekomme, eher in Richtung Gruppenkuscheln. Die Devs mögen sich alle untereinander und ich habe viel zu wenig Heilung dabei. Ja, toll. Geilo! Das heißt, wir dürfen nicht drauf gehen. Wuhu! Und wir müssen die zweite Phase ganz entspannt und ruhig spielen. Und das wird doch alles scheiße. Und das wird doch nichts. Und das ist bestimmt nicht der letzte Fight im Spiel. Ja. Das würde mich nämlich sehr wundern. Oh Gott. Ah, Mann. Warum bin ich nur so ready? Okay, heilen, 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 heilen. Komm, 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 komm. Einen Punkt kriegen wir rein. Zwei Punkte kriegen wir rein. Yo. So, was ich mache, Gesangseinlagen, lass mal mal kurz weg und ich fange an zu singen. Das mache ich tatsächlich öfter, wenn ich in Richtung Panik unterwegs bin. Dann kann das schon mal vorkommen, dass ich quasi singe, ja. Damn it. Okay, Glück gehabt mit der Heilung. Allzu viel heilen kann ich mich nicht mehr. Ich muss wahnsinnig darauf aufpassen mit meinem Hitze-Management. Das ist schlimmer als Ausdauermanagement in Souls. Okay. Viel schlimmer. Viel schlimmer. Shit, 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 shit. Okay. Langsam. Ja, das ist nämlich genau das, wenn man nicht darauf aufpasst, ob man gerade überhetzt ist. Ei, ei, ei. Ach, Mann, no. Oh, fuckerino. Das ist gar nicht gut. Ich würde mich gerne heilen, während ich in der Luft hänge. Das wäre tatsächlich ganz hervorragend. Okay. Das könnte, könnte... Ja, das geht. Okay. Bimsen. Bimsen. Okay. 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 Ich glaube, das war's. Ich heile mal. Ein bisschen. Ja. Neutron. Erster Schöpfer. Es ist uns gelungen. Vertraue auf unsere Entscheidung. Eine Idee ist wie ein Virus. Widerstandsfähig und hoch ansteckend. Es war notwendig, den Samen zu zerstören, bevor er Wurzeln schlug. Nimm dies. Zusammen werden wir Arcadia zu seinem Glanz zurückführen. Nimm was? Nimm was? Nimm was? Errungenschaft freigeschaltet. Neutron. Was geben die Jungs? Oh. Achso, nee. Ja, das ist... Dingens. Au. Ach, die geben uns Neu... Oh, die wehrten unser Schwert auf. Deswegen lassen sich die Gegner immer schneller killen. Ja, das macht irgendwie Sinn. So. Warte mal. Er. Er. Der letzte Schöpfer wurde befreit. Er wartet bereits im Mainframe-Vault auf dich. Ich habe so sehnsüchtig auf diesen Moment gewartet, dass ich nicht anders kann, als einen Hauf von Zweifel zu spüren, ob wir Erfolg haben werden oder nicht. Viel Glück, Kleiner. Ich glaube an dich. Wenigstens einer in dieser vermaledeiten, kaputten Welt. Okay. Mainframe-Vault. Was machst du hier unten? Also bitte. Hier spricht Käpt'n Benni. Nein, ich bin der Mann. Ich bin der Roboter im blauen Anzug. Äh, blauen Umhang. Blauen Cape. Cape nennt sich das. Wusstet ihr schon, dass sich das Cape nennt? Twitter ist super für Feedback aller Art. Da sind alle super konstruktiv und super wholesome. Mit Trailern sollte man auch da wegbleiben. Ähm, die Erfahrung habe ich tatsächlich noch nicht gemacht, dass man da mit Trailern wegbleiben sollte. Aber, ja, ich bin tatsächlich mehr in der Indie-Death-Bubble als in der Spieler-Bubble, was das angeht. Ähm, also. Ja. Ja. Ich bin da vielleicht nicht unbedingt die Zielgruppe. Die beste Werbung, die man machen kann, sind Devlogs. So baut man sich von Anfang an eine Community auf, dass die Spiele feiern und unterstützen. Dass sie meistens auch die, die Spiele auch so einen großen Teil kaufen und nebenbei auch pushen. Ja, ich, ich schaue selber super gerne Devlogs. Aber was ich zum Beispiel auch gucke, sind halt technische Devlogs. Und, ähm, das ist halt eine Sache, die kannst du jetzt auch nicht von, von jedem verlangen. Weil so ein, so ein Devlog kann halt auch super schnell zu technisch sein. Und damit schreckst du dann eher Leute wieder ab. Das ist halt schwierig. Ah, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Und danke fürs GG natürlich. Dankeschön. Äh. Ja, wir müssen einmal nach unten. Unten. Das ist, das hier ist unten. Hi. So, bonk, bonk. Vielleicht wird unser Schwert doch nicht so viel stärker, weil die Viecher halten genauso viel aus wie schon immer. Drei Schläge. Ich bin verwirrt. Naja. Auf in den Mainframe. Das hier ist halt voll und ganz Hollow Knight. Sind wir mal ganz ehrlich. Oh, warte mal. Nicht da reinziehen. Ich will vorher speichern. Please no. Und vorher nehme ich ein bisschen Geld mit. Weil wir wissen nicht, was uns erwartet. Wir fliegen quasi in den Urlaub. Hm. So. Du schnappst gleich weg hier. Du schmeißt dich auch mal ins Bett. Danke für den tollen Stream heute Abend und wünsche dir eine gute Nacht. Alles klar. Schlaf gut. Und ja, hoffentlich bis morgen. Ach, du weißt, was ich meine. Man muss so wie überall eine gute Mitte finden. Technisch sind aber auch ganz, ganz kritisch. Ich finde tatsächlich die technischen Devlogs sehr, sehr cool. Für mich als Nicht-Game-Entwickler, aber Entwickler. Das finde ich schon nice. Das finde ich schon nice. Aber gut. Ich bin halt eine ganz andere Zielgruppe, was das angeht. Morgen ist erst, wenn man geschlafen hat. So ist es. So ist es. Und der Boss ist erst tot, wenn man ihn besiegt hat. Und ich gehe stark davon aus, dass wir hier einen Boss treffen werden. Oh mein Gott. Sag mal, das ist ja... Das ist ja voll und ganz Hollow Knight. Mutter. Jahao. What the hell? Uff. Was passiert hier? Ich habe nicht mal die leiseste Ahnung, was hier gerade abgeht. Ja. Was ist da gerade passiert? Was zum... Uff. Holy. Was zum Shit. Hallo. Gustav. Hi. Hallöchen. Ähm. Guten Morgen. Ähm. Aber es ist doch noch gar nicht morgen. Es ist immer noch... Ähm. Na? Hahahaha. Ah. Was nehme ich denn? Was nehme ich denn? Was nehme ich denn? Das ist irgendwie auch unpraktisch, glaube ich. Ähm. Ich hätte schon ganz gerne Schutz. Den wärme Messer. Das... Nein. 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 Repariert automatisch. Ja. Jetzt definitiv Reparatur. Warte mal. Was war denn da vorher drin? Gustav, wie geht's dir? Und warum guten Morgen? Ich bin verwirrt. Hahahaha. Ich bin sehr verwirrt. Ähm. Ja, das haben wir jetzt gerade ausgerüstet. Das braucht's nicht. Das braucht's auch nicht. Rollen ist wahrscheinlich gut, weil wir damit schneller sind. Bomben. Die Länge des Schwerts, glaube ich, hier ist relativ egal. Die Schockwelle haben wir ausgelöst. Die ist auch gut. Ich glaube, wir nehmen das da noch mit rein. Äh. Benutzer explodiert automatisch, wenn er Schaden erleidet. Das ist eigentlich ganz cool. Die Gesundheit erhöhen ist super. Hm. Nee. Das haben wir ausgerüstet. Das ist auch wichtig. Stärkt den Körper und vergrößert das Zeitfenster der Unbesiegbarkeit des Anwenders. Hallo. Ja. Das ist, glaube ich, gut. Die Unbesiegbarkeit erhöhen ist sehr gut. Dann haben wir das. Wir halten insgesamt ein bisschen mehr aus. Und was habe ich noch da ausgetauscht? Das effizientere Kühlschrank. Kühlsystem. Okay. Ja, gucken wir mal. Wir müssen, glaube ich, hier alle Register ziehen, die wir haben. Ähm. Stimmt schon. Schlafen war es ja auch noch nicht. W-wat? Ja, dann warum dann guten Morgen? Morgen ist ja erst, wenn du geschlafen hast, ne? Ei, 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 ei. Und da kam es gerade nach Hause von einem Frank-Z-Nathra-Dibout-Konzert, bei dem dein Schlagzeuglehrer mitspielt. Oh, cool. Oh, cool. Hast leider die Talkrunde verpasst. Ja, die war spannend. Aber kannst du in, äh, ziemlich genau 35,5 Stunden auf YouTube nachgucken. Ausrufezeichen-Bots. Hahaha. Ähm. Okay, jetzt pass mal auf. Jetzt mal vorsichtig. Also, Bonk. Baum. Bonk. Bonk. Baum. Okay, Ast. Bonk. Bonk. Okay, Ast. Ich bin so langsam für Bonk. Ich traf ihn nicht. Ah, jetzt. Baum. Aua. Aua, sag mal. Aua. Ah, Baum. Oh, Bonk. Bonk. Baum. Bonk. Ich brauche auch das längere Schwert. Raum. Shit. Okay, heilen, 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 schneller heilen. Oh mein Gott. Oh nein. Oh nein. Nicht, nein, nicht, 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 bitte nicht, Bulle-Test. What? Da. Ah, la, 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 la. Das war's. Wir brauchen das längere Schwert. Wir brauchen definitiv das längere Schwert. Es geht nicht anders. Die, die beiden Dinge hier sind voll für den Arsch. Wir brauchen das längere Schwert. Anders geht's nicht. Ähm, die Explosion ist nice. Die Dings ist auch nice. Ja. Ja, okay. Das sollte so passen. Aber das braucht's. So, ich lieg's gleich, äh, Leiners Lizenz, ich, das ist schwer. Wenn du, äh, wenn du einen Einblick in deinen Code gibst, musst du es auch allen erlauben. Besonders das Studio King ist da ganz schnell, äh, gute Spieleideen zu finden und die zu klauen oder sie ihre zu vermarkten. Viele Indieideen wurden so durch King und andere Studios geklaut und vermarktet. Ja, gut. Aber das ist, das Problem hast du grundlegend mit allem Code und, äh, da musst du ja auch grundlegend vorsichtig sein. Wo du den zeigst, wie du den zeigst, etc. Wenn's mal irgendwie ein Code-Ausschnitt ist oder so, dann ist ja was anderes, als wie wenn du deine komplette Basis-Logik zeigst. Das ist ja nochmal, nochmal was, was komplett anderes. Ähm. Aber Konzepte und so, ja. Ja, gut, klar. Wenn du irgendwie komische Intentionen hast, ja, dann klaust du halt Sachen. Und bist möglicherweise sogar noch schneller, weil mehr Manpower oder so. Ach, keine Ahnung. Das ist kacke, ja. Das ist grundlegend kacke. Du tust, als wärst du dabei gewesen, bei der Taubkunde. Nice. So funktioniert das. Ja. Genau so funktioniert das. Okay, warte. Baum. Ja. Okay. Ja, das große Schwert ist so viel besser. Baum. Ach, Mann. What? Ich kann nicht mal springen und das ist... Ach, komm. Shit, zu nah dran gestanden. Ja, gut. Es war eine... Es war eine Idee, in der Ecke zu stehen und nichts zu tun. Das ist nicht funktioniert, war eigentlich klar. Okay, pass auf. Pass auf. Das krieg ich mal hin. Ich finde es übrigens sehr, sehr fair, dass das Spiel hier den Safe Point so nah am Boss gemacht hat. Ich finde das richtig fair. Ich finde das auch gut, dass wir so viel Vorbereitungszeit haben. Ah, oh mein Gott. Dafür geht es dann instant los. Okay. Aber ich muss doch malalah, ach, cheap. Tschüss. Grüß. Und ich d crash. Entsch Canvas ist ein Tipp. Jetzt werde ich gerade übermütig. Was ich nicht tun sollte. Dafür habe ich zu wenig Leben. Okay, heilen. Jetzt heilen. Komm schon. Mann, Heiko. Ah. Ne Dreckwand. Oh shit. Ne. Oh, ich kann mich nicht heilen, weil ich keine Heilung dabei habe. Ich bin so ein Idiot. Ja gut. Ich habe einfach keine Heilung dabei. Das ist. Ja, das ist. Ja, das ist schlau. Scheiße. Okay, wartet mal. So, ich stelle mich jetzt mal hier so hin. Ich glaube, dann kann ich auch. Ja, ich kann mich hier von der Wand aus zuhauen. Hallöchen Böhmef. Hi ihr. Hi ihr. Ein wunderschön. Und, äh. Willkommen beim Endboss von Heiko. Der gar nicht mal so ohne ist. Wie geht's euch? Wie habt ihr die Woche verbracht? Ähm. Überstanden. Verbracht. Wie auch immer. Okay. Oh... Oh... Das war mein sohn. Ich bin schon wieder. Aber... Oh... Oh. 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 alter dieses dieses autohiel dauert aber wirklich ewig holy shit man also super praktisch dass es das gibt aber es braucht halt ewig bis es durchgelaufen ist damit habe ich nicht gerechnet damit ich muss gar nicht halten oh okay okay so ja ich konnte nicht mehr ausreichend ja shit das war's holy shit der ist schon schwer der ist nicht ohne ich habe leider nicht das ganze game mitbekommen hat das game eigentlich was mit heiko zu tun oder sollte es noch ein cooler name sein wir haben mindestens ein heiko im spiel gesehen aber ich glaube es ist mehr der name als alles andere aber es lohnt sich das spiel ist cool das ist wirklich cool also ich mag sehr ich mag es wirklich sehr und der boss hier ist auch echt top holy shit das habe ich nicht erwartet ja dammit ja 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 das wird gerade nichts ich verliere zu viel leben ja 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 da ich doch ja ja Okay Sieht auch echt nice aus Also es macht wirklich viel Spaß Falls ihr das spielen wollt Ich zeige euch jetzt mal nicht zu viel Also auch sowas, was die Map und so angeht Die ist nämlich gar nicht mal so klein Die ist nicht Hollow Knight groß Aber die ist schon echt groß Und vor allem sehr, sehr cool Wenn ich das richtig habe Richtig, richtig im Kopf habe Ist das tatsächlich ein Solo-Deck, der das Ganze gemacht hat Und Qualität Au! Sag mal! Sackle blö! Vom Qualitätslevel her würde ich das Schon auch Nicht ganz auf Hollow Knight Niveau ziehen Aber Schon sehr, sehr hoch Sehr, sehr hohes Qualitäts-Divo Fuck Du weckst und du weckst 's Thank you So Your er steht ich habe es probiert einfach stehen zu bleiben und mich zu heilen das kann nicht funktionieren das ja dass das hätte funktionieren können rein theoretisch aber ja bisher auch bis dann auch mal auf dem weg ins bett hast die letzten paar tage sehr wenig schlaf bekommen einigermaßen nachholen könnte auch hilfreich gespräch sein ja ja tatsächlich tatsächlich dein englisch ist schon ausgeschlafen schlecht genug da brauchst du morgen nicht auch noch übermüde zu sein ja rapid viel erfolg morgen und wir sehen uns wie sehen uns habt ihr im letzten stream schon ein bisschen gesehen spielen habt ihr nicht so vor wenn dann in sehr fährende zukunft bis dahin habt ihr schon vergessen das behauptet ihr jetzt ja okay so ich habe nicht die erste attacke ins maul bekommen das schon mal gut ist nope Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der Bot hat da schon recht mit dem, was er da sagt Würde ich jetzt mal so sagen So, okay Temperatur ist in Ordnung Vom Dingens Dann Auf geht's Was hat mich denn jetzt schon wieder erwischt? Hey Zählen Worts nicht als Content? Naja, das ist ja nicht der Wortschannel Das ist ein zweiter Ich hab den Main Channel, auf dem nix ist Und ich hab den Wortschannel In der Hoffnung, dass der Wortschannel irgendwann mal Contents enthält Das sind schon zwei verschiedene Ach shit Heilen Jetzt Okay, zu spät Oh shit Fuck Scheiße 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 Ich hab mich nicht leeren Channel Das ist ja Ne? Ja, genau Ja, ja Da ist einfach noch nix Außer Der Link quasi zum zweiten Channel So Wie viel Stuff haben wir eigentlich auf der Bank? Oh, gar nicht mehr so viel Oh mein Gott Jetzt weiß ich, wofür wir das ganze Geld gesammelt haben Damit wir das hier verbraten können in dem Fight Und zwar so richtig Holy shit Durch Channelception übersehen Ja 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 Also Entschuldigung Gleich mal beide abonniert Dankeschön dafür Kann ich hier Ja, okay Ich kann mich hier in der Wand festhalten Das ist gut So Ich kann mich hier in der Wand festhalten Ich kann mich hier in der Wand festhalten Ich kann mich hier in der Wand festhalten Ah, shit. Okay. Ah, shit. Gleich direkt voll übersehen, ey. Okay, ich darf meine Bombenfähigkeit gar nicht mal so groß einsetzen. Weil ich die brauche zum Ausweichen. Ich darf hier nicht überhitzen. Auf gar keinen Fall. Okay. Ah, shit. Okay. Alles gut. Okay. 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 Das war's. Okay, der hat bestimmt ne dritte Phase. Ja, haha. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Yo. What? Scheiße, ich war überhitzt. Oh mein Gott. Hahaha. Was? Oh nee. Wirklich? Och Mann. Ey. Jetzt hab ich schon so brav auf Geduld gespielt. So brav auf Geduld. Pfff. Uff. Die dritte Phase erkenne ich noch nicht, was Wann ist. Okay. Direkt der nächste Versuch. Auf geht's. Der muss heute noch fallen. Wir können nicht morgen Motory Assistant anfangen, wenn das hier noch steht. Aussteht. Das geht nicht. Das ist furchtbar schlecht, wenn wir uns hier um zwei Punkte, wenn er uns so haut, dass wir zwei Lebenspunkte verlieren, weil wir nur einen ohne selbst zu heilen reparieren können. Das heißt, ich muss mich im Phasenübergang selbst teilen, was jetzt nicht so wahnsinnig wild ist, aber halt trotzdem doof. Okay, also jetzt. Shit. Zack. Und gleich nochmal. Okay. Fast. 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 ich habe den chip sind wir uns länger unsterblich macht er hat uns da so ein bisschen den arsch auch jetzt sind wir überhitzt kann nicht ausweichen so so ich dachte ich könnte mich heilen war nicht so jetzt kann ich mich heilen das schlimme ist das hält noch nicht lang okay mehr kriegt man nicht hin okay es sah halt vorher so anders aus wenn er was gemacht hat okay geräusch ist geräusch ist fies wir müssen gleich farmen gehen zu wenig heilung wie wir haben haben wir noch irgendwas dass wir hier möglicherweise austauschen können das lohnt sich nicht das haben wir drin das haben wir dass das lohnt sich nicht das lohnt sich nicht das lohnt sich nicht das ist hervorragend das ist hervorragend der benutzer explodiert ja möglicherweise soll ich eher das da rein nehmen reduziert die anzahl der fallen gelassenen dingsens bombenangriff die schockwelle ist halt schon nice die ist schon richtig gut schnelleres schwert weiß ich nicht ob uns das was bringt das hier bringt glaube ich doch das könnte was bringen weil wir sind relativ oft in seiner nähe ok probieren wir es mal mit dem loadout vielleicht ist der besser bestimmt vierte phase ich kann es mir nicht vorstellen aber vielleicht ist das auch nur die hoffnung dass es nicht so ist aber holy shit also die bosse hier können was damit hatte ich nicht gerechnet ursprünglich das ist Nein, ich stelle mich wieder gestrahlt an, ich Idiot Idioter Eins, zwei, drei Heilen und Ja, okay Das war klar Ja, okay Okay Shit Aua Da habe ich jetzt gerade echt viel zu langsam reagiert Dann kommen die von da drüben, wenn ich da drüben stehe Was ist denn das Okay, heilen Jetzt Ich kann mich nicht heilen Warum kann ich mich Weil ich wieder keine Heilung mehr habe Ja, geil Ja What Ich check diese vierte Phase gerade nicht Ich check sie nicht Ach so, warte mal Auto Repair verbraucht auch Ach so Schade Shit Ich dachte wir kriegen die kostenlos Wie naiv Irgendwas kostenlos zu bekommen Ja 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 Nee Leider nein Ich muss schon ein bisschen drauf aufpassen Dass ich genug von der Scheiße hier dabei habe So 200 sollten hoffentlich reichen Wie viel haben wir denn insgesamt noch Nicht mehr so viel Nicht mehr so viel Leider Okay Okay Er läuft schon wieder hervor Ach komm schon Sag mal Okay Okay reparieren 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 ja das hat es nicht so viel gebracht eigentlich würde ich mich gleich geschlagen geben weil das wird eher nix mehr ja sage ich doch ja ich weiß nicht wie viele ich wirklich mitnehmen soll wie viele ersatzteile weil ich keine ahnung habe ich will wir davon tatsächlich brauchen okay 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 fuck sag mal wenn es einmal schief geht geht es halt nur noch schief gefühlt okay okay weg davon ich werde gerade in der zweiten phase super unkonzentriert und das ist das ist nicht gut okay aber zumindest haben wir schon mal dafür dafür gesorgt dass wir hier weniger zeug aufgeben stoppt das gibt es ja auch noch voll vergessen dass das auch noch gibt ja die kugeln hier bringen nicht wirklich was der leistungsverstärker ist der cool oder doch eher das hier ich glaube ja dass hier ich doch ich ja nein doch ich glaube die schockwelle ist tatsächlich besser das ist egal wo ich bin ich muss nicht nah am gegner dran sein ich kann ein stückchen weg sein das ist glaube ich in ordnung okay na dann schauen wir doch mal ob das jetzt funktioniert das hätte mich auch gerade voll getroffen wenn ich nicht noch ein paar wunder gewesen wäre ja das ist nicht gut das ist gerade nicht gut das ist nicht gut da ist es nicht gut das ist nicht tot ich bin doch noch am ich war doch gerade noch am heilen verdammt so kann ich nichts machen sag mal ja toll ich brauche nicht mal versuchen mich zu heilen sie hat geeks also der vorletzte war schon nicht so ohne aber der hier ist der kann was also der kann richtig was das ist tatsächlich hervorragend dass da wir eigentlich auch das wäre halt schon auch praktisch aber das ist auch gut das brauchen wir auf jeden fall oh manno oh manno oh mann 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 oh überhitzung ist es halt nicht das was wir brauchen rollgeschwindigkeit ist auch nicht das was wir brauchen ich hätte gerne einen zweiten auto reparaturschip ne das wäre schön das wäre richtig gut warte mal wir haben das hier noch haben wir irgendwo wir haben garantiert noch irgendwo dinge übersehen weil wir könnten uns rein theoretisch noch ein zusätzliches leben holen also noch einen zusätzlichen hit point da oben da sind wir nicht durchgekommen da war eine tür warum auch immer da eine tür war ähm stimmt aber da ging es nicht durch für uns das war doof wieso auch immer ich weiß es nicht da ist auch noch was waren wir da nicht schon ich bin verwirrt so ne wir machen den boss so schaut's aus ich bin nur leicht verwirrt und ich frage mich wo möglicherweise das letzte scherbenteil ist für einen zusätzlichen hit point aber ich glaube nicht dass uns der hier so wahnsinnig viel weiterhelfen wird sieht haben wir Ah, ja. Ich will wieder zu viel, zu schnell. Toll. Toll! Gott, über die Hälfte vom Leben einfach so verloren, weil ich halt doof bin, ne? Ah, komm. Ja... Shit! 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 Jaaaah! Mann, nooo! Okay... So um den... Ja, doch. So um den Dreh. Ich bin jetzt sparsam, was die Ersatzteile angeht. Ich bin jetzt tatsächlich sparsam, weil ich noch nicht weiß, wie lange das noch dauert. Das ist gerade echt nicht so leicht, weil ich bin unkonzentriert. Ich werde müde. Aber ich will den Boss hier noch legen. Ah, shit! Ich werde müde. Ich werde müde. Okay. Phase 1. Oh Gott, ich weiß nicht, wie ich gerade diese einen Attacke ausgekommen bin, ne? Oh shit! Oh shit! Ich werde müde. Oh shit! Oh shit! Oー! Untertitelung des ZDF, 2020 Okay Ah, fuck Das ist richtig fies, wenn du einmal So darüber dingst Das hat mich bisher noch jedes Mal erwischt Das ist einfach so ein krasser Yeet Mit dem rechne ich nicht Shit Okay, alles gut Alles gut Ah, warum kommt denn das von da drüben? Was ist denn das? Spiel Da habe ich doch gar keine Zeit, irgendwas zu tun Da kann ich nicht reagieren Das ist viel zu nah, viel zu schnell Ich bin nämlich Ich gehe jetzt Was ist das? Das ist eine Ich gehe jetzt 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 Diese Das war's. Ach, Mann! Spiel. Wirklich. Komm schon. Bleib bitte bei dem Archie, wo wir gerade sind. Das wäre hervorragend. Das war's. 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 absolut hervorragend. Okay. 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 Das war's. Das war's. das war's. Das war's. Das war's. Das war's. You rock. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. please don't wenn ich einen passiven heal hätte der halt mehr als nur das letzte dingens nehmen würde reparieren würde das wäre richtig gut das wäre tatsächlich richtig gut jetzt lasst mich noch mal ganz kurz hier schauen haben wir hier noch irgendwo irgendwas das offen ist irgendeinen weg den wir jetzt noch nicht gegangen sind möglicherweise ein händler den wir übersehen haben und der genau das verkauft was wir hier brauchen aber der einzige weg der gerade offen ist und mir auffällt ist ja da oben und da kommen wir tatsächlich nicht ran da kommen wir tatsächlich nicht ran hier da ist natürlich im weg und ich wusste momentan noch nicht wie wir hier drüber kommen sollen wir könnten rein theoretisch von hier drüben aber ich glaube da gab es kein fenster ein bisschen was fehlt uns ja noch aber ich wusste halt auch nicht wo das was ist ja froh dass ich nicht mehr alle zehn minuten den schnitt mit an und abmoderation machen muss bei youtube zu der zeit war ich noch nicht auf youtube in irgendeiner form aktiv als noch das zehn minuten also es ist noch das zehn minuten limit gab ach du scheiße das wäre halt furchtbar aber ja ich bin tatsächlich sehr froh weil ansonsten dürfte ich irgendwie gefühlt nur alle ja so zweimal im jahr stream wenn wir bei zehn minuten limit wären das wäre wild das wäre richtig wild ja reparieren 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 schneller reparieren reparieren wanz wo kommst du her aber schon mal erwähnt dass ich das sound design von diesen zwei sehr sehr geil finde ich glaube nicht vier manchmal überlegen was was er tun will okay das war der kleinere tot den ich jetzt gerade sterben konnte ja und jetzt hier rüber nicht optimal gerade aber noch in ordnung oh mein gott ok passt gut abgepasst ich kann mich noch reparieren mal 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 Untertitelung. BR 2018 Fuck, man! Okay. Okay. Diese komischen Splashes nach unten. Die check ich nicht. Also noch nicht. Ich habe das Gefühl, dass wir bald kein Geld mehr da drin haben. Oh ja. Oh, das ist gar nicht mehr so gut. Wir müssen bald farmen gehen. Oh nein! Wir müssen bald echt richtig tatsächlich, also so wirklich farmen gehen. Weil wir keine Ersatzteile mehr haben. Oder wir heilen uns einfach nicht mehr. Das ist natürlich auch die Möglichkeit. Rest-Falafel. Nice. Nice. So. 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 Ah, was? Das macht doch sowas nicht. Okay. Ah, Mann, no! Eigentlich kann ich mich auch gleich hier zum Sterben irgendwo hinlegen, weil... Ja, das wird nicht funktionieren. Au! Du hast halt auch nicht wirklich zeitig irgendwie zu heilen in dem Fall. Das ist halt auch mega fies. Du kannst minimal was heilen, während die Phase wechselt. Aber das war's. Mehr ist eigentlich nicht drin. Und ich dachte gerade, das wäre der Phasenwechsel gewesen. Du, wir können gerne über ein R&D reden, wo du nur die Slams auf dem Boden machst. Nur diese hier. Weil wenn wir das machen, bin ich sowas von dabei. Ach, Mann. Weil ich nicht mehr klar sehe, was er tut. In dieser komischen Form hier. Nee, vergiss es. Das machen wir jetzt auch nicht. Alter, kannst du mal aufhören. Ich über... Hitze! Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Wir gehen da gleich ohne Heilung rein, Leute. Ach so, nee, oh, 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 okay. Gut, ich dachte gerade, wir haben tatsächlich nichts mehr hier drin. So, jetzt aber. Okay. Gleich, glaube ich, geht's tatsächlich ohne Heilung da rein. Dann müssen wir uns komplett auf unser Auto-Heal verlassen. Und das, meine Freunde, das ist richtig mies. Ich will nämlich nicht farmen gehen. Ich habe überhaupt keinen Bock auf Farmen. Kein bisschen. Vorhin dachte ich mir noch irgendwann so, geil, oh, wir haben so viel Geld. Aber da habe ich auch nicht unbedingt mit den Bossen gerechnet, die jetzt noch, ne, die hier aufgetaucht sind. Muss ich auch dazu sagen. Ich finde es wichtig. Ich finde nur. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay Schraub, schraub, schraub Ach komm Zweimal hin Jedes Mal hinter dich Ach komm Komm, 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 komm Wirklich Schraub 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 Was ist das? 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 Okay, ich dachte gerade, das wäre der Phasenübergang. Das war er nicht. Das ist er, toll. Genau jetzt. Nee, komm. Eins, zwei, drei. Jawohl, auf geht's. Keine Chance, ich konnte nicht mit pipo. weil wir auch dass wir hat die attacke ist so oft wiederholt dieses ding das muss doch jetzt irgendwann mal drauf gehen sowie wie viel haben wir denn noch ja gut jetzt können wir auch alles daraus holen und dann gehen wir einfach ohne heilung rein und dann gut dann können wir aber hier auch technisch umrüsten weil dann brauchen wir dich definitiv nicht mehr mehr ersatzteile nein wir können nehmen die rollgeschwindigkeit und wir können das dann nehmen wir können das hier rausnehmen für die explosion tatsächlich hier für die wärme dings unbesiegbarkeit und gesundheit und hier haben wir das schärft das schwert macht mehr damage oder gehen wir jetzt tatsächlich mal auf schnelleres schwert ich wir hatten schnelleres schwert ja schon mal ausprobiert vielleicht kann ich zwei jetzt auf einmal machen aber ich weiß nicht ob das besser ist als alle zehn prozenten krit ich habe keine ahnung okay ja toll doppelt zu hauen funktioniert nicht dafür bin ich tatsächlich zu langsam steht ich hatte es vermutet dann nehme ich nachher doch wieder die zehn prozent kritisch aus rein die macht nämlich deutlich mehr sind dann weil zehn prozent sind zehn prozent ja 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 natürlich ja 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 natürlich also ich finde den fall hier cool nämlich nicht falsch verstehen ich glaube dass ich einfach auch inzwischen viel zu unkonzentriert bin dafür aber eine sache direkt nicht tatsächlich auf und das ist wenn ich hier drüben stehe und diese matschwand von rechts kommt weil da kannst du eigentlich nicht darauf reagieren je schnelleres schwert bringt genau nichts so schärft das schwert genau bombenangriff wird die schockwelle ausgelöst die ist großartig oder haben wir hier noch irgendwas anderes hübsches warte die kugeln plus die bomben bei dem bombenangriffe verursachen erhöhten schaden könnten auch das dann nehmen nee wir nehmen das hier weil wenn er uns trifft kriegt er höheren schaden das finde ich klingt logisch das finde ich klingt durchaus logisch ok ok ich habe vergessen dass wir oh mein gott wir sind auf einmal so schnell am boden das ist so ungewohnt irgendwie wenn wir rollen wenn wir uns kugeln warte mal habe ich autohiel rausgenommen bin ich dumm Leute ich habe autohiel rausgenommen warum habe ich denn das getan oh mein gott hä ja ok ja das war nicht so schlau das ist wichtig in zukunft das ist schon ein bisschen wichtig aber da ja gut ja gut gut toll so auf geht's nochmal durch 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 das Shit. Shit. Okay, fine. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Das macht das Auto hier. Spiel, komm, lass das bitte. Ah, shit. Komm schon. Keine Chance, sauber auszureichen. ich bin mir kopf an lüchen scheiße ich dachte wir werden beim fahrzeuge gewesen kam schon du weißt genau dass ich mich nicht halten kann auch shit warte mal ohne heilung haben wir auch kein auto hier aufgefahren oh mein gott habe ich nicht daran gedacht aber damit oh nein okay du kannst hier nicht sauber ausweichen du musst in diese phase mit vollem leben gehen und wir haben wirklich keine ersatzteile mehr nix nada doch wir haben vier stück das reicht ja nicht mal für eine heilung nicht nicht mal ansatzweise ich will nicht farmen gehen ich hasse farmen ist das also nicht passt okay wartet mal wir hatten irgendwo war da noch ein weg da oben nämlich dann schauen wir uns die mal kurz an so und was wurde aber was denn 11 18 wurde was du redest in rätseln wenn ich ehrlich bin was bitte das ist das ganze spielkonzept von ww er deswegen spiele ich auch kein ww wenn du mich quälen willst du gib mir ein spiel wo ich fahren muss so richtig packe ich nicht ist furchtbar hey leule jungs Okay Wo ist denn das? Wir müssen da hoch Das ist Ich bin kein Fan vom Farming Simulator Ja, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte Das habe ich bis heute nicht verstanden Warum das so eine Faszination mit sich bringt Da bin ich tot Cool Also da bin ich ganz ehrlich Ich verstehe nicht, was das für eine Faszination hat einen Farming Simulator zu spielen Das weiß niemand Ja, außer die, die spielen wahrscheinlich Also ich will ja nicht mal ausschließen, dass das Spaß macht weil offensichtlich tut das, aber Gut, aber Simulatoren sind halt immer nochmal so eine So eine Sag mal Nochmal so grundlegend so eine ganz besondere Ecke Je nachdem, was man halt für einen Simulator spielt natürlich Aber Da gibt es schon auch die wildesten Sachen Der Farming Simulator macht da ja durchaus auch noch Sinn Irgendwo Es gibt ja Es gibt ja Es gibt ja Es gibt schon auch die verrücktesten Simulatoren da draußen Ach, du schießt ja mit Mit Au Genau Da war ja was Ich vergaß Ich vergaß, dass die Dinger ja Schießen So was Was ist jetzt hier oben Auf Ey Du Schraube Du Ich bin dafür, dass ihr das jetzt in eurem Wortschatz als Schimpfwort etabliert Du Schraube Du Was Lamp Simulator Okay Klar Kann man Kann man machen Das kann man auch machen Und dabei einfach drauf gehen Das ist nicht gut Das ist gar nicht gut Können wir uns Moment Kurz heilen auf die Auf die Selbstheilung Achso DCS ist der Microsoft Flight Simulator Für Kampfflugzeuge Ah Okay Es ist kein Schitz Simulator Sondern sowas, was man mit Joystick und so weiter spielt Ja, ja Ne, ne Das habe ich ja nicht behauptet Aber ganz allgemein Manche Simulatoren verstehe ich einfach nicht Das sind Dinge Dinge, die sich mir einfach nicht erschließen Ach shit, ich muss hier runter Für, ähm Stuff Ja Okay Ich halte mich noch mal ein bisschen weiter hoch Ich glaube zweimal geht noch Ich meine es waren neun pro Heilung Ja Es waren neun pro Heilung Genau Gut Wir müssen da rüberkommen Oh Ah Geh halt Nein Bitte halten Was ist das jetzt Ich stand an der Wand Ich konnte da nicht weg Oh man Oh man Oh man Du und deine Freunde mögen Du Schlauch ganz gern Du Schlauch Okay Das ist Ja Ja Ich verstehe den Reiz Hinter Schlauch als Schimpfwort Oh ja Warte mal Oh warte mal Warte Ja ja Oh oh Mein Gott Oh Den Typen gab es ja auch noch Wo war denn der Wo war denn der Der war Ja Ach da unten Hier Äh Das ist von Von da aus Wo wir sind Weiß ich nicht wo Wo sind wir Ach da oben Cool Wir sind dort Der ist da unten Das ist nice Das ist ein gutes Stück So weit ist es gar nicht Und Hallöchen Junkie Hallöchen Einen wunderschönen Guten Abend An alle die gerade hier rübergekommen laufen Äh Hier rübergekommen laufen sind Genau Leute Meine Sprache ist am Ende So bin auch ich Vollkommen am Ende Denn Äh Wir stehen hier vorm Endboss Und haben ein Problem mit dem Endboss Also Ja Nicht andersrum Der Endboss hat leider kein Problem mit uns Wir haben das Problem mit dem Endboss Und das ist gar nicht mal so Gar nicht mal so easy heute Wow So und jetzt versuche ich gerade hier noch Dinge zu finden Die möglicherweise nützlich sind Betonung liegt auf möglicherweise Und vielleicht Und mit Mit etwas Glück Verlaufe ich mich jetzt Wir müssen nach links So Wartet Bin sofort bei euch Ich mache heute Überstunden Du bist froh dass ich noch on Dass ich noch on bin Ja aber das heißt Wenn du hier bist Hab ich wahrscheinlich niemanden mehr zum Raiden Das könnte jetzt möglicherweise Die Konsequenz sein Daraus dass du jetzt hier angekommen bist Oh shit Akzeptiert ist Wir haben keine Heilung Ah Noch einer von den Großen Hi Na du Schön dass du da bist Ai 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 Oh mein Gott Wir haben immer noch keine Heilung Wir haben Heilung Nicht viel Aber wir haben Ah Oh mein Gott Ich werde verfolgt So Jetzt haben wir noch ein bisschen mehr Heilung So Okay Wo müssen wir hin Weiter hier runter Du warst zu müde für einen längeren Stream Ja es ist aber auch schon sau spät Muss man halt Oh Auch dazu sagen Elektroemitter Ähm Hi Meine Lieblingsgleichung Das ist leicht Es ist selbstverständlich 4 mal 4 Im Moment fühle ich mich eher wie 4 mal 3 Aha Muss ich jetzt nicht verstehen oder Was habt ihr eigentlich gespielt Junkie Was habt ihr eigentlich gespielt Und ich glaube ich habe noch gar nicht wirklich Danke für den Raid gesagt Danke für den Raid Ähm Ist ja jetzt ein Oh Oh mein Gott Oh Träumchen Entschuldigung Ich bin abgelenkt Wir haben ein Kapselfragment Das heißt wir können zum Oh Oh wir können zum Zug Und der Zug kann Dinge tun Wo 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 sind die Dings Ähm Nice Fallout 4 mehr basteln als Missionen Das Game zieht sich bei dir eh lang hin Du bist wieder voll im Siedlungsbau in Fallout 4 Ja nice Nanu Noch wach Ja Ja Raven Ja Tatsächlich Ja Ähm Raven Karas Was auch immer Aber genau so hoch fühle ich mich auch gerade Ähm Ja Ich bin noch wach Ich brauche einen Zug Leute Wo ist denn hier der nächste Bahnhof Da drüben im Wassergebiet Das kann doch nicht sein oder Ah ne da drüben Da Da Ah Okay also von jetzt aus Rechts 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 So Ja Ja wir hängen eigentlich gerade am Äh Am letzten Boss vom Spiel Und der macht tatsächlich Das eine oder andere Problemchen Könnte man so sagen Ähm Weil der gar nicht mal so nett ist zu uns Was irgendwie logisch ist Das ist sein Sein Job Nicht nett zu uns zu sein Aber Er macht das leider verdammt gut Also er macht das wirklich richtig richtig gut Warte mal da ging es nach oben Ne da waren wir schon Okay passt So Okay Hier ist einmal speichern Und aufladen Zug war im nächsten Abteil quasi So Sehr schön Ich bin eigentlich die Kandidat der bis 3 4 Uhr streamt Doch hat er war knapp nach 4 Stunden Akku leer Du das ist auch Total In Ordnung Das passiert Also Es ist ja nicht so Als wären wir irgendwelche Maschinen So Ja Ich habe Fragmente Die geschweißt werden müssen Bitte Wir haben ein Leben mehr Wir haben ein Leben mehr Hast du inzwischen Nein Du hast auch nichts für uns Das ist irgendwie sehr sehr schade Ich überlege jetzt gerade Ob hier möglicherweise noch irgendwo ein Geheimgang sein könnte Wo würde ich jetzt einen Geheimgang verstecken Wenn ich einen Geheimgang verstecken wollen würde Was der Name Geheimgang eigentlich schon an sich impliziert Die Sache ist Da oben kommen wir halt nicht hoch Das ist kacke Das ist Mist Da kommen wir nicht hin Da kommen wir nicht möglich Warte Vielleicht kommen wir da ran Achso stopp Ähm Möglicherweise habe ich ja nie die Äh Der Letzte Bunker Genau Da will ich hin So Bye Danke fürs herbringen Ähm Ähm Damdamdamdamdamdam Oh Wir müssen Nach unten Das ist praktisch Das ist praktisch Dass wir nach unten müssen Oh Ja Ja Oh Warte mal Wir können Theoretisch Jo Ah Oh Nein Hm Okay Das war schon mal nicht schlecht Okay Und jetzt Ziehen wir uns mal hier rüber Ja Moment Ne Das ist nicht Okay Das ist nicht da Wo ich sein wollte Möglicherweise ist das auch Movement Dass so ein Spiel Nicht existieren sollte Warte mal Sind wir Ne Okay Ich dachte gerade Ich hätte irgendwie Den Weg gefunden Dass wir jetzt Da hochkommen Ne Oh schade Das wäre richtig cool gewesen Wenn wir uns hier so So Hoppla hopp Nach oben ziehen So Mittlerweile Kann ich es ja quasi sagen So Celeste like Gut Wo könnten hier Geheimgänge sein Überall Das ist absolut korrekt Hier unten Hier unten Ne Es gibt Es gibt zumindest keine Offenen Wege mehr Die mir jetzt Direkt Angezeigt werden Ja gut Okay Wo ist der Zentralrechner Da Dann gehen wir Dahin Warte mal Ist das nicht von hier aus Eigentlich gleich Um die Ecke Nein Das ist nicht Gut Das heißt Da Okay Einmal hier raus Hier hin So Jetzt von denen hier Gehauen zu werden Ist eigentlich gar nicht so wild Sind wir richtig Ja Da lang Hier Da rein Speichern Dort ist dir ein Indie Gegönnt Nostalgic Train Ist ganz nett Trailer sieht Echt wie ein Ghibli Anime aus Doch das Game ist mehr Ein Textadventure Man läuft die ganze Zeit Durch das gleiche Dorf Und das Spiel zeigt Die Texte Was passiert Ohne es darzustellen Ist echt speziell Klingt so Ja Das Ähm Ja Das klingt Tatsächlich speziell Muss ich so zugeben Okay Aber wie Wie findest du es Ich glaube für mich Wäre es nix Ähm So Textgedöns Ist für mich Leider Nicht so wirklich Das Richtige Da kann ich nicht So wahnsinnig Viel mit anfangen So Ich sammle mal Jetzt hier noch So ein kleines Bisschen Zeug Ein Weil wenn wir Jetzt hier schon Mehr oder weniger Auf dem Weg sind Kann ich jetzt halt auch Noch einsammeln Was wir einsammeln können An Ersatzteilen Ne Jetzt hängen die Viecher Alle da unten drunter Alle Alle Oh Na kommt schon hier Kommt Okay Ich muss aber hier oben Bleiben Das heißt wir bleiben Auch hier Äh Hier Da Äh Ja Ich würde gerne Alle Ersatzteile Dahinter legen Das ist hervorragend Dann können wir jetzt Noch mal da dagegen hauen Uns ein paar Darauf von rausholen Unsere Ähm Chips Noch mal anpassen Und dann können wir es Noch mal Gegen den Boss probieren Reichen uns 100 Ich hoffe Wir gehen jetzt mit 100 Mit 100 Heilung da rein Das ist nicht viel Das ist absolut Nicht viel Aber es muss reichen Ähm Da 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 Was hatte ich denn vorhin Ausgerüstet Achso ja Weniger Ne Ähm Da da Das ist ganz wichtig Ja Das ist nicht wichtig Das ist eigentlich auch Nicht wichtig Ähm Das hier war das Das wärme Ding Ähm Das Die Anzahl der beim Tod Fallen gelassen Das hast Ah Sorry Oh mein Gott Wo kam denn der her Ja 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 So Bei der Bewertung Würdest du dem Spiel Eine 2 von 10 geben Landschaft ist schön Das ist auch schon alles Ja gut Dann bist du auch nicht Der Text Adventure Typ Offensichtlich Dann ist für dich aber Ganz prinzipiell Die Bewertung von so einem Spiel Eher schwierig Würde ich jetzt mal behaupten So Es war nicht mal Ich muss mich gerade mal wieder konzentrieren Und dann bist du auch nicht mal wieder konzentrieren Untertitelung des ZDF, 2020 Okay Okay Ah, shit Okay 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 Ah Voll übersehen Okay Shit Okay 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 Ich darf keine Wand daherkommen Okay 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 Ja Nice Cool Okay 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 Na Okay 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 So, also holt es euch, ich blende euch nochmal Dings ein, da habt ihr die Links, gibt es glaube ich auch auf Switch oder gibt es bald auf Switch, bin ich 100% sicher, ich meine, das gibt es schon auf der Switch. Und, äh, ja, sehr, 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 sehr cooles Ding. Äh, Hallöchen, äh, Boring Malface, hi, ähm, ich bin quasi gleich dabei aufzuhören, ähm, ich bin jetzt durch, ich bin absolut durch. Ach, ich mache jetzt, ich, nein, scheiße, wir sind, seit achteinhalb Stunden sind wir dabei. Puh, gute Nacht, Dankeschön. Äh, ähm, falls es um den Raid gegangen wäre, sorry dafür, aber es ist, äh, nee, ich bin jetzt, ich bin einfach auch durch. Ähm, ich bin wirklich durch. Okay, nice. Thank you for playing Haiku the Robot. Sehr schön. Wirklich schön. Schönes Spiel, geiles Spiel, hat super viel Spaß gemacht. Ähm, und jetzt schicke ich euch noch in die Credits. So, Moment, das geht nämlich. So, hervorragend. Ha, und wir haben 94, noch was Prozent. Wir haben aber nur 20 von 40 Achievements. Wir haben nur die Hälfte davon. Ha, sehr geil. Wirklich, wirklich cooles Spiel. Wir haben jetzt 15,5 Stunden gebraucht. 15,7, sagt Steam. Weiß nicht mehr, was das Spiel selbst sagte. Ähm, aber cool, ne? Sehr, 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 sehr nice. Warum ist Another TTV wie Fior als... Als Chatter, als Subber und als... Was sind das für Namen? Ha, 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 ha. Ähm, also ich hab'n Bot-Update gemacht und irgendwas ist doch komisch offensichtlich. Ah, ja, nee, Leute, holy shit, es ist halb drei. Ähm, vielen, 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 vielen Dank fürs lange dabei sein. Ähm, sehr, sehr cool. Wobei, ich glaube, so wahnsinnig viele sind nicht mehr da. Ja, wohl, hey, das, das geht. Und, äh, ja, ich hab' quasi niemanden mehr, den ich raiden kann. Ähm, ja, schade. Gut, dann, ähm, lassen wir das Ganze einfach so ausklingen. Hab' ich jetzt auch kein Riesenproblem damit. Ähm, bevor wir das noch lang rumsuchen und, äh, Dingens. Du hast ne Idee? Ja, nee, Chunky, nee, 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 nee. Okay, Bob Ross. Ja, unbedingt, unbedingt, äh, den, den könnte man tatsächlich streamen. Äh, äh, nein. Nee, passt schon. Ähm, heute nirgendwo mehr hin. Ähm, sonst muss ich da jetzt auch noch erstmal zugucken. Und ich will tatsächlich auch so langsam in Richtung Bett. Ich hab' schon überzogen. Ähm, und ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich meinen Rhythmus am Wochenende nicht immer so kaputt mach. Äh, naja. Nee, Leute, danke, danke für den Vorschlag, Chunky. Ähm, aber ich schick' euch jetzt einfach in die Nacht, hä? Äh, ne, es ist, es ist halb drei Uhr morgens. Ihr geht doch selber jetzt alle schlafen. Ich, ich kenn' euch doch, ne? So. Leute, wie gesagt, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Danke für, äh, für Follows, für Subs, für Raids, für... Nicht an die Bots da drüben, aber ihr wisst Bescheid. Ähm, ne? Leute, haut da rein. Wir sehen uns in... Oh mein Gott. In 15,5 Stunden wieder. Und dann... Leute, da gibt's ein Horror-Game. The Mortuary Assistant. Wir als Neuangestellte in einer Leichenhalle. Perfekte Voraussetzungen. Also, wir haben um 18 Uhr den Termin. Ne? So schaut's aus. Und dann, ähm... Gucken wir mal, wie das läuft. So. Dann, Leute, schick' ich euch zum Ende. Und sag' mal, bis später, ne? Das Wort kommt hoffentlich noch pünktlich auf YouTube. Ähm, ja, doch eigentlich schon. Warum nicht einfach die 15 Stunden durchziehen? Weil ich schlafen muss. Ich muss arbeiten. Hätte ich Urlaub, würde ich sagen. Okay. Nein, würde ich auch nicht. Nein, vergiss es. Nein. So. Gustav, keine gute Idee. So. Jetzt aber. Ciao, Leute. Schlaf gut. Bis, äh... Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.